0 zu 5 nach 29 Minuten. Das ist in Darmstadt passiert gegen den FC Augsburg. Was für ein Meltdown. Darüber wollen wir sprechen, so wie über auch alle anderen Spiele dieses 24. Spieltags der Bundesliga der Männer. Und ich rede darüber mit Sascha Felter. Er ist nicht nur Torhüter-Experte, sondern ihr werdet es ja gleich hören. Habt ihn ja hoffentlich schon häufiger mitbekommen hier im Rasenfunk. Und Till Oppermann ist hier Journalist vom WDR und beim RBB. Lasst uns starten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass Sascha und Till hier sind. Sascha, du darfst mal anfangen. Also vorweg, bei jedem Torhüter-Fehler oder möglichen Fehler habe ich mich gefreut an diesem Spieltag, weil ich mir dachte, Gott sei Dank kann der Sascha mir erklären, ob das ein Fehler war oder nicht. Aber jetzt lass uns erstmal bei diesem Spiel mit Darmstadt beginnen. Hast du sowas schon mal erlebt, dass ein Team so auseinanderfällt? Ja, letzte Saison Köln gegen Bremen. Also das hat man ja irgendwie immer mal, dass solche total verrückten Spiele so stattfinden. Wo halt irgendeine mittelklassige Mannschaft jetzt kein Top-Team gegen einen Abschiedskandidaten dort so komplett baden geht. Aber so krass wie am Samstag habe ich es auch noch nicht gesehen. Das waren ja, also die individuellen Fehler, die Darmstadt halt gemacht hat, die waren schon heftig. Ich habe mir maßgeblich dazu beigetragen, dass Darmstadt da so krass baden gegangen ist. Also auch noch zu Hause. Das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Till? Ja, also ich musste ein bisschen an Barcelona gegen Bayern denken. Dieses 8-0 da in der Champions League in der Quarantäne-Zeit. War es nicht 8-2? Ja, 8-2. Jetzt verkaufen wir uns die Katalanin unter den... Dann 8-2, sorry. Und bei dem anderen Teil, bei diesem Fan-Teil und wie dann so die Stimmung unten war, muss ich daran denken, wie Ostok mal bei Union abgestiegen ist und die Fans im Gästeblock, die damals sofort in Sitze abgebaut haben. So weit ist bei Darmstadt auch nicht, aber ich glaube jetzt nach dem Spiel sind wohl die Hoffnungen auf den Klassen halt doch sehr, sehr klein geworden. Ja, müssen wir gleich drüber reden. Bei Rostock, noch der Einschub sei erlaubt, muss man ja dankbar sein, wenn ich einen Zuschauer, einen gegnerischen Torschützen, eine drüber geben will. Also Rostock hat ganz andere Probleme, allumfassend. Ich hatte noch den Gedanken an das Spiel Gladbach gegen Freiburg, wo Freiburg 6-0 geführt hat, schon zur Halbzeit. Das war ja damals auch oder ist ja bis jetzt noch ein Rekord. Aber das, was es ja so besonders gemacht hat, waren ja die individuellen Fehler. Also wenn wir auch direkt in das Spiel reingehen, für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, in der zweiten, in der zwölften, zwanzigsten, fünfundzwanzigsten und neunzwanzigsten Minute sind fünf Tore gefallen für Augsburg, von denen Augsburg kein einziges herausspielen musste. Alle fünf wurden aufgelegt und zum Teil in grotesker Art und Weise. Also fängt schon mit dem 0 zu 1 durch ausgerechnet Philipp Tietz an. Der fängt einfach einen Querpass ab, direkt im Strafraum fängt er ihn, glaube ich, sogar ab von Müller und schießt dann das 1 zu 0. Und ich glaube, Sascha, das war das, was auch dann das Spätere, nämlich worüber wir auch noch sprechen müssen, nämlich dann, was so eben mit den Zuschauern passiert ist, glaube ich, begünstigt hat. Dass man gesehen hat, okay, hier wird nicht ein Team vom anderen auseinandergespielt, sondern ein Team, und zwar Darmstadt, legt sich nacheinander, Tor um Tor eigentlich fast selbst rein. Das stimmt. Also ich weiß ja gar nicht, was Müller bei diesem, oder vor diesem 0 zu 1 vorhatte. Können Sie mir vielleicht sogar vorstellen, wenn Marcel Schuhn dort ein bisschen mutiger ist und sich vielleicht hinten anspielen lässt, können er den Ball vielleicht auch sicher anspielen lassen und dann direkt schlagen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Tietz war jetzt auch nicht extrem nah dran, stand der Höhe des 16ers. Aber ja, du hast angesprochen, die individuellen Fehler, die Darmstadt halt macht, waren eigentlich auch dann später bei dem 0 zu 3, glaube ich, oder 0 zu 4 von Jasula, wo er dann auch auf Schuhen zurückspielen will, wo dann die Mirovic alleine auf Schuhen zuläuft. Es klingt halt immer ein bisschen blöd, wenn du halt zur Halbzeit oder nach einer halben Stunde schon 0 zu 5 zurückliegst, aber eigentlich mal diese individuellen krassen Fehler ausgenommen, fand ich das Spiel von Darmstadt gar nicht so 0 zu 6-ig. Sondern es war eigentlich, oder 0 zu 5-ig, je nachdem halt, wie man es sehen will. Weil man hatte ja trotzdem nach diesem 0 zu 1, direkt nach dem Anstoß. Die Chance. So, dann hält Finn Dahmen sehr gut mit dem Fuß. Auch schön, dass es geklappt hat. Endlich Finn Dahmen, erste Spiel zu 0, ich bin im Rasenfunk. Danke für die Organisation, Max. Sehr gerne. Ja, und geht dabei vielleicht rein, weiß ich gar nicht, ob dann Darmstadt so dermaßen untergeht. Also, ich fand das in weiten Teilen eigentlich ganz okay. Und dann macht man halt einfache Fehler im Aufbau. Und hinzu kommt halt noch, dass man das Augsburger trotzdem einen sehr, sehr guten Tag erwischt hat. Also, die haben siebenmal aufs Tor geschossen, sechs Schüsse davon waren drin. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, Marcel Schuhn hat jetzt wie bei irgendwelchen Hamburg-Bayern-Spielen wie früher, dass dann irgendwie der Torhüter so zum besten Mann avancierte. So war es jetzt auch nicht. Also, es war ja wirklich wie der Schuss gefühlte Treffer. Da kam wirklich sehr, sehr viel zusammen, glaube ich. Keine Ahnung, ob ich da jetzt auch zu kritisch bin mit Darmstadt, was das angeht. Ja, oder vielleicht fast zu nett. Augsburg ist ja. Wenn du sagst, dass man ja fast dran gewesen wäre, weil es stimmt ja, man hätte fast das 1 zu 1 geschossen. Aber direkt nach dieser Chance hat dann schon wieder Demirovic, Netiz, hat da eine Riesenchance. Der legt ihm Maglitzer den Ball vor. Das heißt, die Fehler, die auch in der ersten Minute schon, also erste Minute, erste Chance für Augsburg. Zweite Minute, dieser Fehlpass im eigenen Strafraum, 0 zu 1. Dritte Minute, direkt nach dem Anpfiff, langer Pass von Maglitzer auf Skarke. Der scheitert aber an Damen. Direkt danach, Vargas legt nach innen, Maglitzer legt den Ball an Tietz, legt den Ball Tietz vor. Und der schießt dann aber knapp am Tor vorbei. Das heißt, und da sind wir jetzt in der dritten Minute. Und wir haben vier hochkritische Chancen. Ich weiß nicht, Till, wie du siehst, diese ganze Gemengelage. Ja, ich finde, ich glaube, das ist das Frustrierende für Darmstadt in der Geschichte, dass es halt nicht die höhere individuelle Klasse von Augsburg war, die mehr für den Kader ausgeben können, sondern einfach dumme Fehler, die Bundesligaspieler so nicht partieren dürfen. Also jeder von denen ist in der Lage, einen Rückpass zum Torwart zu spielen in der richtigen Schärfe. Und vor allem, was mich am meisten schockiert hat in der Geschichte, ist, dass, wie du sagst, in den ersten drei Minuten drei so Fehler passieren und die Mannschaft trotzdem nicht wach wird und weiter so spielt. Also das war irgendwie so ein Totalausschweil, den ich auf dem Niveau noch nie gesehen habe. Von daher finde ich, ist, glaube ich, vielleicht auch das so ein bisschen die Frustration, oder erklärt die Frustration, die da herrscht. Weil Darmstadt ja diese Saison auch schon viele Spiele hätte gewinnen können und am Punkten können, wo es dann knapp nicht gereicht hat, wo sie gut gespielt haben. Ich denke an das 3-0 gegen Gladbach zur Pause und dann 3-3. Was einfach dann daran lag, dass Darmstadt eigentlich versucht, schön Fußball zu spielen oder nach ihren Möglichkeiten gut spielt und dann aber die individuelle Klasse des Gegners teilweise einfach zu groß ist. Für die Mannschaft, die jetzt ja auch nicht so groß verstärkt wurde vor der Saison, eher im Gegenteil. Und genau, deswegen ist, glaube ich, dieses Spiel so ein, ja, so ein vielleicht Wendepunkt auch in der Laune da in Darmstadt, weil man, das kann man eben nicht verzeihen. Also dass man gegen eine Mannschaft, die mehr Geld hat und die irgendwie insgesamt einfach besser aufgestellt ist, nicht gewinnt, das kann man vielleicht schon mal über eine Saison verzeihen. Vor allem, wenn man auch mit einer Konstellation, die mit Lieberknecht in die Saison geht, der ja in Darmstadt sehr beliebt ist und da sehr gute Arbeit geleistet hat, über jetzt auch drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Aber, ja, wenn man dann quasi so ein Spiel sehen muss, dann ist es halt nicht mehr so einfach, glaube ich, auch für die Fans und für das ganze Umfeld, vielleicht auch für die Mitspieler, die sich die Fehler angucken. Wobei man ja sagen muss, da gibt es jetzt ja mindestens fünf Mitspieler, die böse angeguckt werden quasi, weil mindestens fünf so Fehler gemacht haben. Das ist das Gute, ja. Es hat sich verteilt auf allen Filtern, ja. Aber ich glaube, deswegen ist das Spiel so ein kleiner Wendepunkt auch. Und, ja, ich habe nämlich auch, wie Sascha, aufgeschrieben, schade, dass es nicht die Klasse ist, sondern halt die Fehler, die das Ganze so entscheiden. Weil ich tatsächlich Darmstadt auch, wenn sie beide mal hatten und nicht einen schlechten Rückpass gespielt haben, gar nicht so schlimm fand, schon gar nicht so schlimm, dass die 5-0 gegen Augsburg zu Hause zurückliegen müssen. Naja, also das habe ich mir so dazu gedacht. Und, ja, ich würde das mal wieder an euch abgeben, bevor wir auf die Fans zu sprechen kommen. Ja, also ich glaube, was auch noch so ein Problem war, gerade in der ersten Halbzeit, wenn man dann irgendwie nach dem zweiten oder dritten oder dritten oder dritten oder vierten Gegentor, hast du dann ja irgendwie Fabian Holland dort gesehen, wie er sich immer an den, irgendwie die Jungs gesagt hat, Jungs, komm, schaltet eure Köpfe ein und so weiter. Das hat ja Darmstadt überhaupt gar nicht gemacht. Also man ist dann trotzdem immer wieder nach vorn gerannt. Irgendwie die Abwehrkette hatte dann wahrscheinlich, aufgrund dieser Fehler, Angst, weiter vorzuschieben, während das Mittelfeld und die Angriffsreihe halt recht weit vorgepresst hat. Und dann konnte ja Augsburg wirklich jedes Mal in langen Ball spielen. Die Mirovich oder Tietz hat den Ball abgelegt. Und im Zielerraum war der halt immer Vargas, den sie halt auch überhaupt gar nicht in den Griff bekommen haben. Und das ist ja auch, glaube ich, so das, wo es dann halt auch sei, okay, jetzt lässt man sich so komplett abschießen, weil man diese Situation dann, in denen Augsburg dann mit Tempo zwischen die Ketten gekommen ist, überhaupt gar nicht in den Griff bekommen hat. Ja, also das stimmt. Es war natürlich taktisch dann sehr, sehr wild und die Abstände waren riesig. Und gleichzeitig ist ja die Ironie dahinter, wenn Darmstadt den Klischee Darmstadt-Fußball gespielt hat, den man aber halt schon länger nicht mehr spielt, nämlich lange hoch und weit bringt Sicherheit. Und Zeit. In dem Fall hätte es halt tatsächlich geholfen. Das waren halt fast alles Aufbaufehler, bei denen Augsburg zwar ganz gut gepresst hat, aber jetzt auch nichts besonders gemacht hat. Und mein Eindruck war, also zum einen muss man festhalten, es war unabhängig von System und so weiter. Also schon nach 27 Minuten wechselt ja Thorsten Lieberknecht doppelt Zimmermann und Holtmann kommen. Er stellt um auf Viererkette. Es war genauso wie vorher, hat keinen Effekt gehabt. Und weil Fabian Holland jetzt gerade schon erwähnt werden musste, natürlich hat dieses Darmstadt-Spiel auch mal wieder eine Verletzung beinhaltet. Das gehört ja zu dieser Saison dazu, denn Holland musste nach 41 Minuten verletzt runter. Also es lief wirklich gar nichts für Darmstadt. Aber der grundsätzliche Ansatz, der scheint ja gewesen zu sein, Verlagerungen zu spielen. Also so erkläre ich mir zum Beispiel diesen Pass von Müller in der zweiten Minute, weil es gibt keinen anderen Grund für diesen Pass. Er war ja nicht mal so krass gepresst worden in dieser Situation. Und grundsätzlich sind Verlagerungen gegen eine Raute, wie sie Augsburg ja spielt, gut. Weil so bringst du die quasi in eine Seitwärtsbewegung und dann öffnen sich oft Räume und dann hast du eigentlich auch meistens einen ganz guten Winkel, um da dann reinzuspielen. Das Problem ist nur, sie haben ja diese Verlagerungen viel zu früh gespielt. Also die Verlagerungen musst du ja irgendwo im Mittelfeld spielen. Du willst ja die Raute in Bewegung bringen. Du willst ja nicht die vorderen zwei, die anlaufend in Bewegung bringen. Was soll das denn bringen? Du hast ja eh eigentlich eine Überzahl, wenn du den Torhüter noch mitnimmst. Und ich glaube, das war quasi, also ich habe auch vereinzelt danach gelesen, der taktische, der Matchplan war einfach nicht gut. Nee, ich glaube, der Matchplan wurde einfach an der total falschen Stelle des Feldes ausgeführt. Nämlich ganz hinten im Aufbruchdrittel. Nee, da musst du erstmal vorspielen und dann gerne verlagern, hin und her. Und dann kann sich da was ergeben bei Augsburg. Und daher kamen aber wahrscheinlich dann auch diese Fehler, weil sie, glaube ich, mit dieser Maßgabe ins Spiel reingegangen sind. Immer wieder, wenn ich den Ball habe, versuche ich jetzt Ball fern, ihn diagonal rauszuhauen. Und das haben sie halt in Situationen gemacht. Deswegen hat ja wahrscheinlich auch Yannick Müller gespielt. Der solche, also das war ja eine Überraschung, dass der auf dem Feld stand und dann nach zwei Minuten spielt er diesen Fehlpass. Und also ein, ja, es war schlimm. Tim, du nix. Ja, genau. Ich will dir total zustimmen mit den Verlagerungen. Aber, ähm, ich finde man, also ich finde trotzdem, darf man einfach nicht vergessen, wie er, also der spielte zu früh natürlich, das ist vielleicht dann nicht umgesetzt. Aber man muss sich einfach mal angucken, wie er die spielt halt. Also er nimmt den Kopf nicht hoch, er guckt nicht, weil es nie war. Ich hatte nicht die richtige Schärfe. Also das ist, äh, sind alles wirklich Basics, ähm, äh, die einfach dazugehören in der Bundesliga. Und, ja, deswegen will ich, glaube ich, äh, also ich stimme dir zu, dass sie die Verlagerungen hätten später spielen können und dass die Idee vielleicht gar nicht so schlecht war. Aber wenn Darmstadt diese Woche redet, dann sollt ihr nicht darüber reden, ob wir den Matchplan an der richtigen Stelle ausgeführt haben, sondern darüber reden, wie es sein kann, dass man sich so schlecht konzentriert und auch gar nicht reinkommt, nachdem man so einen Fehler gemacht hat. Also weil, wenn ich an meine eigenen Zeiten als Fußballer denke und einer macht in den ersten fünf Minuten so einen Fehler an der Mannschaft, da sind alle doch erstmal irgendwie so ein bisschen geschärft. Also natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber man ist ja dann, man konzentriert sich ja doch besser. Man denkt so, oh, zum Glück war ich das nicht und jetzt sind wir mal alle wieder ruhig und konzentrieren uns. Und genau das ist bei Darmstadt gar nicht passiert. Und, ja, ich weiß nicht, ob das was Mentales ist, nachdem man so viel verloren hat oder ob die einfach wirklich alle einen schlechten Tag hatten, kann ja auch sein. Oder waren Freitag zu lange feiern, keine Ahnung. Aber irgendwas muss ja gewesen sein, dass gerade im Kollektiv so wenig ging oder so viele Fehler gingen, andersrum formuliert. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie sich damit auseinandersetzen in der Woche. Weil, ja, irgendwas, also es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, dass gleich fünf Spieler aus der Mannschaft einen rabenschwarzen Tag erwischen, finde ich. Ja, aber kann man nicht sogar sagen, was da passiert ist? Also auf Darmstädter Seite ist es natürlich ein bisschen ungewiss, aber man hat halt auch den unpassendsten Gegner dafür. Augsburg spielt halt einfach richtig gut. Augsburg kommt mit viel Selbstbewusstsein aus diesem völlig verdienten Sieg gegen Freiburg. Da hat man Freiburg niedergerungen. Augsburg spielt inzwischen so, dass man immer hoch anläuft eigentlich. Also es gibt natürlich auch die tieferen Phasen, aber das ist quasi nicht überraschend. Und bei denen strotzen, also diejenigen, die da spielen, und es gibt ja jetzt eine relativ klare Startelf eigentlich bei Augsburg mit dem relativ klaren System. Und jeder von denen hat getroffen. Tietz, Jensen, Demirovic zweimal, Vargas, hinten raus dann nochmal Tietz. Also jeder von denen, die gerade eh eine gute Form haben, hat da sein Tor gemacht. Und ich glaube, das kommt noch mit dazu, dass man das halt nicht vergessen darf. Die Fehler von Darmstadt waren natürlich krass. Und ja, die hätten dann auch gegen wahrscheinlich fast alle anderen Teams dieser Liga auch gewonnen. Köln, weiß ich nicht, wer da die Tore gemacht hätte, aber vielleicht hätte es sogar Köln geschafft bei diesen Fehlern. Aber das kommt halt, glaube ich, noch mit dazu. Augsburg ist halt richtig, richtig gut. Augsburg hat jetzt gegen jeden Gegner in der Liga unter Torhub gespielt. Also die Torhub-Tabelle gibt es jetzt quasi. Und da liegt Augsburg auf Platz sieben. Also die haben nicht nur 29 Punkte, sondern eben auch viel Selbstvertrauen. Ich hatte das Gefühl, Sascha, das war halt auch genau der Gegner, der sich denkt, ja cool, danke, uns geht es eh schon gut. Jetzt machen wir Tor nach Tor nach Tor. Und man muss ja eigentlich fast dankbar sein, dass Augsburg irgendwann in der zweiten Hälfte so ein bisschen aufgehört hat. Ja, genau. Und was ja noch hinzukommt, Augsburg hat jetzt seit zehn Samstagsspielen nicht mehr gewonnen. Also die letzten drei Siege alle an einem Sonntag geholt. Im Oktober zuletzt gewonnen an einem Samstag. Also das scheint jetzt auch wieder zu gehen. Ja, da scheint die Torhub-Tabelle auch auf die Wochentage mittlerweile auszuschlagen. Dass es da auch wieder klappt. Ja, am Ende hat man sicherlich dann auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr den Fuß vom Gas genommen. Wobei der Fuß bei der Mitnahme von Tietz bei dem 0 zu 6, also die Mitnahme Zucker, wirklich sensationell gut. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen symptomatisch dafür, dass bei Augsburg wirklich sehr, sehr viel einfach lief an dem Tag. Wenn man nur dieses Tor jetzt nimmt. Aber ansonsten war Augsburg wirklich auch in allen Belangen trotzdem ja überlegen. Also wenn halt sechs Tore passieren bei sieben Schüssen aufs Tor, dann klingt das zwar viel. Aber wenn sie halt irgendwie so drei bis vier Tore schießen, ist der Siege immer noch recht deutlich. Also die haben sich schon sehr, sehr viele Tore erarbeitet. Auch irgendwie 35 Minuten, Babu flankt von rechts. Und dann liefen, glaube ich, Tietz und Demirovic am langen Pfosten beide ein, völlig freistehend. Also der hat dann irgendwie auch so, ich hatte so das Gefühl, dass Augsburg einfach deutlich mehr Bock hatte, Tore zu schießen. Also dieser Drang einfach immer nach vorne zu gehen, immer vorne in den Strafraum reinzurennen, der war bei denen einfach deutlich höher. Was sich natürlich bei 0 zu 4 dann deutlich leichter sagen lässt, wenn man dann schon so ein gutes Spiel reingekommen ist. Aber das fand ich schon so ein krasser Unterschied, dass die einfach diese Galligkeit, wie Kimmich da sagen würde, dass sie da einfach deutlich mehr an den Tag gelegt wurde. Sehr schön. Ja, würde ich auch absolut zustimmen. Und es gab ja auch noch die Situation, einmal musste Schuhn so eine Flanke von Mbappo klären, dann noch den Nachschuss. Also es gab noch so einzelne größere Chancen. Und das 6 zu 0, nur damit wir das noch mit drin haben, da kann man auch sagen, es war dann ein individueller Fehler, aber von mehreren Spielern. Und es war einfach ein schnell ausgeführter Freistoß von Engels, hatte er eine gute Idee, der landet bei Tietz, der nimmt ihn wunderbar mit, sieht nach Abseits aus. Alle denken auch, es ist Abseits. Also Tietz schießt ihn dann ganz easy rein, Jubit natürlich wieder nicht. Und dann sieht man, ach nee, war ganz knapp kein Abseits. Na dann bleibt dieser Treffer wohl auch stehen. Also das hat dann diesen Tag rund gemacht, der eben, Till, und du hast es ja vorhin schon angesprochen, auch noch ein weiteres Nachspiel hatte. Also nach 29 Minuten stellen die Ultras hinter dem Tor ihren Support ein. Das ist das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist in dieser Saison. Ich habe später noch gelesen, dass es wohl auch einen Notarztseinsatz in der zweiten Hälfte gegeben hätte. Das konnte ich jetzt allerdings nicht mehr verifizieren. Und dann gab es nur noch von der Gegengerade so punktuellen Support. Und nach dem Spiel ist es so, man sieht einen, den Kapo, der Szene, wie er auf dem Feld steht, die Mannschaft um ihn außenrum und er sehr aggressiv mit der Mannschaft spricht. Und es ist nicht so klar zu sehen, pfeift er die jetzt gerade richtig zusammen oder spricht er ihnen Mut zu. Später in Aussagen gab es dann eben die Aussage von Darmstadt-Verantwortlichen, dass er gute Dinge gesagt hätte. Gerade Marcel Schuhn hat sich in einem richtig tollen Sky-Interview auch nochmal eigentlich für die Sensibilität der Zuschauer bedankt. Also da war jetzt nichts zu spüren von, dass man da noch irgendwie kritisiert worden wäre. Aber im Stadion war das nicht zu erkennen. Auf der Gegengerade gibt es dann die ersten Proteste, die ersten Halt-die-Fresse-Gesänge. Dann ist es so, dass Ultras zur Gegengerade kommen. Und man muss dazu wissen, da gibt es im A-Block, da sitzen quasi ältere Fans noch von Darmstadt 98, die vielleicht auch früher mal eher erlebnisorientiert waren oder ich weiß jetzt nicht, also jetzt in Anführungszeichen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt quasi metaphorisch gemeint ist, erlebnisorientiert. Zumindest hat man Erlebnisse mit Darmstadt gehabt. In welcher Form, das kann ich jetzt nicht sagen. Und da soll es dann sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Das heißt, im Nachhinein gibt es quasi genauso viel Diskussionspotenzial wie über das Spiel, über das Sportliche gibt es quasi über das Nacheinander, um das Gegeneinander der Fans. Und es ist auch sehr schwierig, das zu beurteilen, ohne im Stadion gewesen zu sein. Und selbst die im Stadion haben, glaube ich, dann, als sie danach dann Berichte gelesen haben, nochmal eine andere Meinung dazu formen können. Ich habe gelesen, dass das jetzt so ein entscheidender Punkt sein soll für Darmstadt. Und du hast es vorhin auch mal einmal so angedeutet, deswegen wollte ich dir die Frage dazu stellen. Es sind ja nur vier Punkte auf dem Relegationsplatz weiter. Es ist doch eigentlich gar nicht der Abstieg. Könnte das jetzt nicht auch der Beginn sein von einem Lilienwunder? Also, könnte natürlich sein. Und ich würde es den Darmstadt dann sehr gönnen, wenn es das wäre. Allerdings, weiß ich nicht, so ein Totalausfall, ich glaube, den werden die Spieler noch ein bisschen mit sich rumtragen. Also, das war, glaube ich, schon ein sehr demoralisierendes Spiel. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie daraus jetzt Kraft ziehen und sagen, oh, jetzt haben wir 6-0 gegen Augsburg verloren, 5 Tore in einer Hälfte gekriegt. Jetzt spielen wir nächste Woche aber wieder gut. Und fangen an, endlich zu gewinnen. Also, weil die kommen jetzt ja auch schon aus einer monatelangen Phase, wo es eben nicht geklappt hat mit den Punkten auch in guten Spielen, was wir vorhin ja schon kurz angesprochen hatten. Und nach meinem Gefühl ist das nicht das Spiel, was den Wendepunkt bringt, sondern eher ein Spiel, was sich noch mehr daran zweifelt, dass da vielleicht auch der Spielplan, den wir jetzt hatten, von Lieberknecht funktioniert. Also, weil das sind ja dann auch 25 Köpfe, die sich jetzt ihre eigenen Gedanken machen. Und die alle hinter der positiven Erzählung nach so einem Spiel zu versammeln, da wäre ich mir eher unsicher. Aber, wie gesagt, ich lasse mich da gerne Lügen strafen. Ja, aber ich bin ja eher pessimistisch, würde ich sagen. Und zu dem Fan-Thema. Ich finde das Problem daran, also, gut, dass der Kapu quasi aufbauende Worte gewählt hat. Ich glaube aber, das Problem sieht man ja im Stadion und in der Reaktion darauf, dass sich nicht alle sicher waren, welche Worte gewählt werden. Und dass alle, da sieht man ja auch, dass quasi so diese Gemeinsamkeit und dieser Zusammenhalt der Damenstatt bis jetzt ausgezeichnet hat, keine Kritik am Trainer, keine Pfiffe, trotz der teilweise auch schon nicht guten Leistungen oder der schlechten Punkteausbeute, jetzt so zum ersten Mal so ein bisschen umgeschwenkt sind. Und auch da bin ich gespannt, wie die das einfangen. Weil trotzdem, glaube ich, alle, die jetzt nach dem Spiel gedacht haben, der Kapu würde irgendwie negative Worte wählen, das nicht gut fanden, trotzdem mit einem negativen Gefühl gegenüber der Ultraszene jetzt ins Stadion gehen, weil die das nicht gut finden, dass der sofort eingestellt wurde oder dass der sich quasi herausgenommen hat, aus dem Feld zu gehen und als Erster mit den Spielern zu reden, noch vorm Trainer. Also auch das ist ja irgendwie nicht die Reihenfolge, die sonst normal wäre. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich letztens vor dem Spiel von Darmstadt gegen Union mit Colin Mahnke gesprochen. Er ist da Stadionmoderator und macht auch so einen Willian-Podcast. Und der hat nämlich gerade diesen Zusammenhalt gepriesen, der auch in der Winterpause noch mal so ein bisschen erneuert wurde beim Neujahresempfang und so. Und da hat man sich darauf eingeschworen, dass man bis jetzt halt wirklich gut gespielt hat, aber die Punkte nicht geholt hat und quasi hofft, dass es jetzt soweit kommt, dass die Punkte kommen. Und vier, fünf Wochen später ist genau das eben nicht passiert. Und dementsprechend auch die Laune schlechter. Deswegen bin ich wirklich mal gespannt, was die daraus machen. Der Präsident hat es ja als Albtraum bezeichnet. Also ja, also eben so aufwachen, würde ich sagen. Aber ich kann mir da, also ich bin eher fest, ich bin zu viel damals schon, würde ich sagen. Auch wenn es nur vier Punkte sind. Ja, zumal ja auch die nächsten Spiele jetzt gegen, also in Leipzig jetzt, dann gegen die Bayern. Also schwierig, da jetzt irgendwie eine Reaktion zu finden. Ich glaube, hättest du dann letzte Woche gegen Bremen einen anderen Ausgang gehabt, vielleicht sogar mit drei Punkten. Das ist natürlich das. Plus jetzt halt dieser extreme Nackenschlag. Also ich will es auch nicht zu früh abschreiben, weil du hast ja gesagt, Max, es sind nur vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Und Mainz und Köln spielen jetzt in letzter Woche auch nicht gerade die Sterne vom Himmel. Aber da ist halt irgendwie gerade bei Mainz halt irgendwie so die individuelle Klasse halt höher, dass ich da glaube, dass ich da eher noch irgendwas zum Besseren wenden kann. Und bei Darmstadt glaube ich einfach, dass der Zug jetzt leider fast schon abgefahren ist, so leid es mir tut. Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, Darmstadt bleibt drin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teams schlechter sind als Darmstadt, geringer ist, als dass es nur ein Team ist. Also Köln und Darmstadt sehe ich ehrlich gesagt eher auf Augenhöhe gerade aktuell über Köln. Also wir sprechen auch gleich über die beiden Teams und dann haben wir den Tabellenkeller schon so ein bisschen abgeschnürt und dann widmen wir uns dem Rest des Spieltags. Ich fand das nur interessant, weil ich verstehe total, dass das ein riesiges Thema ist, soll es ja auch sein und gleichzeitig verläuft da ja auch quasi noch so eine größere Diskussion. Also ich habe viele Fans anderer Vereine gesehen, die da sehr gerne mitgesprochen haben, einfach weil es jetzt mal gegen die Ultras geht und gegen die Szenen und die nehmen sich ja immer so viel heraus. Auch bei uns hat im Forum, hat Blaue Lilly hat geschrieben, dass sie es als Tiefpunkt empfindet, weil sie schreibt, es war einfach unterirdisch, dass sich jemand aufschreibt, aufschwingt, der Sprecher für 15.000 Heimfans sein zu wollen. Noch dazu, weil es den Eindruck machte, er mache unmittelbar nach dem Spiel die Mannschaft fertig, die ohnehin am Ende war. Und ich glaube, da steckt halt ganz viel drin. Also zum einen eben dieser Vertretungsanspruch. Dazu muss man aber wissen, genau dieser Kapo hat schon an zwei anderen Gelegenheiten zum Team gesprochen. Das wussten allerdings auch viele Fans nicht. Das heißt, die kannten den auch schon und dann vielleicht, die Körpersprache war einfach sehr aggressiv. Ich glaube, das war ein Grundproblem. Körpersprache. Endlich wird sie mal in einem sinnvollen Zusammenhang genannt im Fußball. Ich meine, ich habe danach bei Sky gesehen, wie Didi Hamann und Erik Mayer, die waren sich auch völlig uneinig. Didi Hamann hat auch diese, ach Gott, diese Ultras, diese Argumentation gefahren. Nicht so ganz überraschend vielleicht. Und Erik Mayer hat gesagt, nee, Moment mal, der hat doch immer so gesagt, wenn ich richtig Lippen gelesen habe, das ist scheißegal und das ist scheißegal. Ich glaube, der hat die aufgebaut. Ich glaube, der wollte die. Also sprich, schon die waren sich nicht einig. Aber es ist interessant zu sehen, wie dann quasi anhand so einer Szene dann was Größeres diskutiert wird von Fans anderer Vereine. Und die Darmstädter müssen es aber definitiv intern aufarbeiten. Ich glaube auch, dass es schwierig wird mit dem Klassenerhalt. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es vielleicht auch nicht schlecht ist, jetzt einfach mal gewisse Gespräche dann zu führen und sich jetzt dann quasi gemeinsam drauf zu verständigen, wie will man dieses Team unterstützen. Das würde jetzt in Leipzig erstmal noch nicht passieren, weil da wird, wie immer, die Ultras werden dieses Spiel boykottieren, aus sehr guten Gründen. Das heißt, das nächste ist dann das Spiel gegen Bayern zu Hause. Wir werden später noch über Bayern sprechen. Das ist gerade nicht so, Sascha Durst gesagt, die Sterne vom Himmel spielen. Das kann auch nicht der FC Bayern gewesen sein, den er damit gemeint hat. Wer weiß. Wie gesagt, ich will nicht sagen, Darmstadt bleibt drin, weil das Problem ist, es müssten sich zwei Teams finden, die schlechter sind als Darmstadt. Aber ey, in so einem richtig guten Heimspiel zusammen, alle Tribünen gemeinsam gegen Bayern ein 1-1 oder irgendwie die aus dem Stadion schießen, 2-1 oder nach großem Kampf verlieren, weil Harry Kane hat doch wieder einen gemacht hat. Ey, das kann doch der Moment sein, der dich dann auch wieder zusammenbringt für die Spiele in Bochum, in Mainz, die dann direkt danach kommen, zwei Auswärtsspiele. Deswegen, es ist schon richtig, dass es ein Thema ist, hier ja auch, aber vielleicht kann es auch wirklich was Positives bestärken und man kann sich ja auch, in der Krise sieht man doch, wie man zusammensteht. Ja, und letztlich, du verlierst 0 zu 6 und bist ja trotzdem immer noch auf Schlagdistanz. Also was soll jetzt noch passieren? Du bist immer noch da. Deswegen, ja. Ja, genau. Über die Tordifferenz wird es nicht mehr laufen. Das muss man so freundlich sagen. Minus 34, aber ja, das ist es. Und um eben noch ein Wort kurz zu Augsburg zu verlieren. Wir haben sie schon gesprochen. Wie gesagt, nochmal diese Torup-Tabelle. Wirklich hochinteressant, was der mit dem FCA gemacht hat. Jakic hatte tolle Aktionen drin, die ganzen Torschützen, habe ich vorhin schon genannt. Udu Kai, einmal einen Fehler gemacht, ansonsten sehr, sehr konstant. Und Sascha, diesen Moment muss ich dir jetzt einfach noch geben. Fynn Damen eben, endlich bleibt er ohne Gegentor. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du bist so ein kleiner Damen-Fan. Ja, also bei ihm ist es ja wirklich so sehr gut sichtbar, dass es ja völlig egal ist, ob man jetzt zu Null spielt. Natürlich ist es immer vielleicht ein gutes Zeichen, wenn man als Tor zu Null spielt, aber es ist ja jetzt im Falle von Fynn Damen kein Qualitätsmerkmal, ob er jetzt oft zu Null spielt oder nicht, weil ich finde, wenn man ihn sieht, gerade jetzt im Vergleich zum letzten Jahr mit Gikiewicz oder auch teilweise Kubek und dann noch später Lute oder so, das ist ja wirklich eine ganz andere Welt. Also technisch, taktisch ist der Typ einfach sehr, sehr gut. Macht natürlich immer noch Fehler an der Raumverteidigung, ob das jetzt gegen Dortmund war oder gegen Leipzig irgendwelche Elfmeter oder gegen Mainz Elfmeter verursacht. Das sind einfach Fehler, die er nach wie vor noch macht, aber ist ja auch erwartbar, wenn du einen jungen Torhüter hast, der jetzt trotzdem so seine erste richtige Profisaison als Nummer 1 spielt, habe ich das eigentlich auch so erwartet. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Und Raumverteidigung ist ja trotzdem immer noch so die Königsdisziplin für Torhüter, gerade für junge Torhüter. Aber ansonsten so gerade 1 gegen 1, auch wenn er diese Szene zum vermeintlichen 1 zu 1 dort ganz am Anfang pariert mit dem Fuß. Sehr, sehr gute Athletik einfach. Also ein Torhüter, der mir sehr, sehr gut gefällt, der auf jeden Fall zu den Gewinnern dieser Saison auf jeden Fall schon gehört, auch wenn da jetzt erst 1 zu 0 Spiel auf dem Tablett steht. Aber gefällt mir sehr gut, der Junge. Und ist er vielleicht auch stellvertretend dafür, dass man jetzt an manchen Torhütern Personalien festmachen kann, wenn du nicht gut am Ball bist als Torhüter, dann schaffst du es eigentlich nicht, dein Team aufs nächste Level zu heben. Weil da habe ich schon in der letzten Sendung mal kurz drüber gesprochen, dass, nee, im Werder-Schwerpunkt war es, Entschuldigung, weil da haben wir das mit Zetera, Pavlenka ja auch, dass für einen Damen so gut am Ball ist, ist auch mitverantwortlich dafür, dass Augsburg einfach so einen viel besseren Fußball im Aufbau spielt. Absolut. Also gibt ja einfach eine andere oder noch eine neue Anspielstation, eine zusätzliche und die gechippten Bälle auf die Außenverteidiger, teilweise auch auf die Achter, die er jetzt diesmal auch gespielt hat. Das ist einfach ein Asset, was für das moderne Torwartspiel einfach mittlerweile unerlässlich ist. Also die Bälle muss man einfach spielen als Torhüter oder wenn man zumindest beim modernen Fußball irgendwie mithalten will als Torhüter, muss man diese Bälle einfach im Petto haben. Wir kommen nachher sicherlich auch nochmal auf Borum und Andreas Lute zu sprechen, wo man auch gesehen hat, okay, da gibt es dann doch schon Unterschiede bei den fußballerischen Fähigkeiten, auch bei Langbällen und bei Fendam, ja, gerade im Vergleich zu Giekewitz. Der Vergleich könnte natürlich jetzt auch unterschiedlicher nicht sein, weil Giekewitz natürlich eine ganz andere Torwartschule einfach genossen hat. Ich glaube, ich habe mal gelesen, hat irgendwie erst mit 21 oder sowas, als er nach Deutschland gewechselt, ist sein erstes Torwarttraining gehabt. Also kommt ja irgendwie auch noch so viel zusammen. Ja, bei Fendam ist ja trotzdem nicht nur so, dass er jetzt nicht nur fußballerisch halt einfach so gut ist, sondern er ja auch im 1 gegen 1 eine ganz andere Ausstrahlung hat als Giekewitz. Also Giekewitz war immer nur, ah, okay, Stürmer ist in der Nähe des 16ers, ich schiebe einfach mal vor, renne nach vorne, macht Druck, wird dann vielleicht überlupft oder umdribbelt, ist ja egal. Und bei Fendam sieht man halt schon diese taktische Komponente, also nimmt sich immer ein bisschen mehr Zeit, hat meistens guten Winkel und dann auch wirklich diese, also wie er in diesen großen Block reinschiebt, also diesen, diese Hand-Fuß-Kombination, wenn er so seitlich rausschiebt, den Fuß, das Bein, das ist schon sehr, sehr gut. Da würden wir uns wahrscheinlich irgendwie alle bei so einer Aktion alles reißen und dann irgendwo sitzen die ganze Zeit. Du nicht, aber wir schon. Doch, doch, ich auch. Also der große Block, den können eben auch Torhüter bilden. Wenn euch das mehr interessiert, hört den Keeper-Analyse-Podcast auf jeden Fall. Sehr empfohlen an dieser Stelle. Und der Unterschied zu Giekewitz, der ist natürlich deutlich zu sehen. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, als du angesprochen hast, ob Müller nicht Schuhen noch hätte anspielen können in der Situation. Ich glaube, das ist auch noch ein unterschätzter Aspekt. Wenn dein Torhüter so gut mit dem Ball am Fuß ist, dann spießt ihn auch, glaube ich, in mehr Situationen an, als du es sonst tun würdest, weil eben einfach seltener was passiert. Und das hätte Darmstadt hier auch helfen können, auch wenn es jetzt nicht an Schuhen lag, dass diese Fehler passiert sind. Aber ein kleiner Aspekt ist es dann wohl auch und führt eben dazu, dass Darmstadt dieses Spiel deutlich verliert. Man spielt es dann in Leipzig zu Hause gegen Bayern und dann eben, wie gesagt, auswärts Bochum, auswärts Mainz, zu Hause Freiburg, auswärts Köln, zu Hause Heidenheim. Also wenn noch irgendetwas gehen soll für Darmstadt, dann würde es auswärts geregelt werden müssen. Vielleicht kommt das ja den Lilien sogar ganz gut zu Pass, dass man da das Spiel nicht machen muss. Und für den FC Augsburg, der jetzt 29 Punkte hat, damit nach unten sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht mehr so wirklich orientieren muss. Zwölf Punkte Vorsprung sind es auf den 1. FC Köln. Und die müsste ja Köln jetzt erstmal holen, um diesen Vorsprung aufzuholen. Für Augsburg geht es jetzt ins Heimspiel gegen Heidenheim. Danach wird man in Wolfsburg spielen. Also das sieht alles ganz fantastisch aus, aus Sicht des FCA. Ja, anders ist die Situation beim 1. FSV Mainz 05. Das ist jetzt der Rang 17, über den wir uns jetzt unterhalten wollen. Und Mainz gewinnt zwar aber nicht oft genug. Und das sieht man auch ganz gut im Spiel gegen Gladbach, warum das vielleicht so ist. Denn man hat eine sehr, sehr gute erste Hälfte mit vielen Chancen, vielen Ecken und auch einem sehr, sehr schönen Tor. Jonathan Burkhardt kann mal wieder treffen mit einem wunderschönen Treffer. Nach zwölf Minuten das ganze Stadion ist angezündet. Aber in der zweiten Hälfte dann stellt Gladbach um, zieht da mit Mainz 05 eigentlich fast komplett den Stecker, trifft auch schon sehr früh zum 1 zu 1 durch N'Gumu und danach passiert nichts mehr Positives für Mainz 05. Chor sieht noch eine gelb-rote Karte mutmaßlich wegen Meckerns. Ein Strafstoß wird nicht gegeben für Mainz, den es noch hätte geben können. Am Ende bleibt es beim 1 zu 1, was für beide zu wenig ist. Also Gladbach kann nicht den Befreiungsschlag mit dem Blick nach unten machen und Mainz 05 kann auch nicht Köln unter Druck setzen. Man hätte ja in Köln vorbeispringen können. Till, wie hast du denn beide Teams gesehen? Wenn wir jetzt mal kurz mit Mainz vielleicht anfangen und den Quervergleich zu Darmstadt ziehen. Wo stehen denn da die 05er? Also ich habe bei Mainz 4 gesehen, was mir Mut macht für deren restliche Saison. Vor allem im Hinblick auf den Kreditationsplatz. Ob die das davor noch schaffen, mal gucken. Aber ich glaube, das sind viele Sachen, die der neue Trainer aufmacht, die mit der Mannschaft ganz gut funktionieren und die Stärken von den Spielern ausspielen, die er da offensiv hat. Zum Beispiel Gruder und Burkhardt. Weil Mainz hat zum Beispiel in dieser ersten guten Hälfte 70% der Angriffe durch die Mitte gespielt und jeweils versucht, flach durchzuspielen. Das haben Bo Svensson und auch Jarvan Sievert nicht gemacht und haben da die technische Qualität, die diese Mannschaft gerade in der Offensive und dem Übergang ins letzte Drittel halt durch so einen Gruder hat, total verschränkt. Der war natürlich auch eine Weile verletzt, aber ist jetzt wieder da. Das hat mir echt gut gefallen. Dann hat Mainz mit sehr hoher Intensität gespielt. Allerdings muss man auch sagen, das sah auch etwas so aus, weil Gladbach mit sehr niedriger Intensität gespielt hat. Die sind insgesamt 108 Kilometer nur gelaufen, was in der Bundesliga mittlerweile schon ziemlich unterirdisch ist. Und Mainz hatte, glaube ich, 113. Und auch das ist jetzt ein absoluter Durchschnittswert. Also es ist nicht viel und besonders viel. Das heißt, man sieht trotz der roten Karte für den Korps, aber die fünf Minuten kann man, glaube ich, da rausrechnen. Also dann wäre es vielleicht 114 gewesen mit ihm noch oder 115, wenn er noch ganz viel vorgehabt hätte. Aber also Gladbach hat Mainz auch gut aussehen lassen quasi oder sehr intensiv aussehen lassen, aber trotzdem sind sie relativ früh raufgegangen und haben in der ersten Halbzeit so ja auch eigentlich Powerplay gespielt, was zu Mainz 12 Ecken, 19 Abschlüsse insgesamt und viele davon in der ersten Hälfte sprechen dafür, dass die Abschlussqualität nicht gut genug ist oder dass man da noch dran arbeiten muss, aber sprechen auch dafür, dass Mainz halt es geschafft hat, als Team, was gegen den Abstieg spielt, den Gegner quasi komplett zu dominieren. Und das ist, glaube ich, erstmal eine ganz gute Sache für Mainz. Und ich glaube, gerade Burkhardt und Gruder, die jetzt auch wieder da sind, Burkhardt war ja auch Ewigkeiten verletzt, können da doch noch ein bisschen Hoffnung machen. Und er hat jetzt ja auch schon, glaube ich, zwei Tore in den ersten vier Spielen, seitdem er wieder fit ist, geschossen. Das heißt, er kommt auch mit einer ganz guten Form aus in der langen Verletzung. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Genau, soviel zum Thema Mainz. Also ich würde, glaube ich, eher bei den positive Sachen bleiben wollen bei denen, weil ich glaube, das ist schon ein Spiel, was Mut machen kann. Ich habe da noch ein paar Negative, wenn du jetzt die positive hast. Aber red ruhig erstmal. Dann machen wir das doch so. Bei Gladbach muss ich sagen, ja, also ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, aber dass du halt mit so einer Leistung nach der ersten Hälfte überhaupt noch eine Chance hast, im Spiel zu bleiben, Glück gehabt. Freut mich für die. Aber wie diese Leistung in der ersten Hälfte zustande kommen kann, das finde ich doch schon sehr emotional. Also die Umstellung auf das ja gewohnte System, auch mit der Fünferkette, was wir die Saison häufig gespielt haben, hat die Mannschaft anscheinend gut getan und auch ein bisschen Mut gegeben. Haben dann im Zentrum auch mehr Zugriff gehabt. Meins hat sich nicht mehr so leicht durchspielen können. Was mich verbunden hat eigentlich, weil eigentlich hast du ja eine Person weiter hinten im Zentrum dann und nicht mehr im Mittelfeld gehabt. Also eigentlich sagt man ja immer, wenn das Mittelfeld dominiert, der kann man auch verhindern, dass durch die Mitte gespielt wird. Ich glaube, man hat dann ein weniger im Mittelfeld und trotzdem mehr Zugriff in der Mitte. Also da müssen ja die Leute, die vorher im Mittelfeld gespielt haben, in der ersten Halbzeit ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, würde ich jetzt annehmen. Und auch das ist halt irgendwie typisch Gladbach, dass irgendwie die Mannschaft, also ich weiß nicht, ob man das Mentalität nennen soll oder was das ist, aber dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, sich 90 Minuten darauf zu fokussieren, umzusetzen, was der Trainer vor dem Spiel von ihnen wollte, weil es war sicherlich nicht die Idee, Mainz immer durchs Zentrum zu lassen, sondern wahrscheinlich die Idee, das zuzumachen, weil das war jetzt ja eigentlich das erste Spiel unter dem neuen Mainzer Trainer, äh, Hendrixen. Genau, deswegen, ja, war ich da irgendwie sehr irritiert von Gladbach. Was dann nach der Pause ganz gut war, fand ich, dass sie dann ein bisschen mehr über die Außen gespielt haben, weil sie in der Luft einfach überlegen waren gegen Mainz, haben, glaube ich, 60-Gruppen-Luftsteinkämpfe gewonnen und dann auch nicht umsonst das Tor auf der Kopf gemacht. Das heißt, das war eine gewinnbringende Idee, dann das Flügel-Spiel ein bisschen zu fokussieren und den Ball irgendwie hoch ins Hohnen zu kriegen. Und genau, deswegen glaube ich der Auffassung, dass Gladbach das nach der Pause da ein bisschen besser gemacht hat, aber bei mir bleiben einfach wegen dieser ersten Hälfte sehr viele Fragezeichen und, äh, also man kann die Mannschaft wirklich nicht dafür loben, nicht gegen Mainz von uns zu haben, weil dafür haben zu viele Mannschaften gegen Mainz gewonnen in der Saison. Ja, okay, das ist sehr, sehr schön formuliert. Ja, also zu dieser ersten Hälfte, also offensiv kam da ja gar nichts von Gladbach, 0,04 Expected Goals, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil, weil es eben so wenig war und warum hat man das nicht geschafft, da irgendwas offensiv zu kreieren, weil man aus diesem Pressing von Mainz nicht rausgekommen ist. Mainz hat sehr hoch, sehr aggressiv gepresst, das war so ein 4-1-2, in dem man gepresst hat, das heißt, mit sieben Spielern ist man hoch in den Aufbau von Gladbach reingegangen. Und was ich das ganze Spiel über nicht verstanden habe, beziehungsweise in dieser ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte war es ja dann anders, war, warum nimmt man nicht Nikolas, der das ja durchaus kann, oder einen der Innenverteidiger, Itakura, Elwedi, oder meinetwegen kann auch Wöber diesen Ball spielen. Also warum schlagt ihr den Ball denn nicht auf Jordan, so wie ihr es schon so oft gemacht habt? Der macht den Ball doch fest. Das ist doch, das ist doch die eine Sache, die bei euch die ganze Zeit konstant funktioniert. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Sie haben sich einfach komplett niederpressen lassen. Sie waren dann ständig Neuhaus-Kuné, ständig aus der Position rausgezogen, das Zentrum, du hast es ja angesprochen, super offen, das war total unnötig und hatte, glaube ich, mit einem Mix aus Umstellung, Einstellung und Verwirrtheit auch zu tun. Also das ist anscheinend kein Team, was sich quasi selber aus so einer Situation befreit. Sie brauchen dann ihren Trainer, der es dann aber wiederum auch nur schafft, das in der Halbzeit zu vermitteln. Da das das bekannte System war, wenn auch mit anderen Außenspielern, hätte man es vielleicht auch ingame machen können. Keine Ahnung, bin ich nicht nah genug dran. Ja. Und dann aber, was hat sich dann in der zweiten Hälfte verändert? Sie hatten ja einen Spieler mehr im Aufbau und das wiederum hat Mainz 05 so komplett alle Ideen genommen, zu Torschancen zu kommen, nämlich durch hohes Pressing. Sie haben dann, das Interessante war, im Aufbau hatten sie manchmal Überzahl im Zentrum, weil Itakura manchmal auf die Sechs vorgeschoben ist im Aufbau, nämlich immer, wenn sie Zeit hatten, Nikolas mitzunehmen. Wenn Nikolas sich ein bisschen höher postiert hat, ist Itakura auf die Sechs gegangen, die anderen beiden sind breit geblieben und dann hatten sie sogar eine Überzahl im Zentrum, haben trotzdem oft über den Flügel rausgespielt, aber ist ja egal. Und dann hatte Mainz 05 gar keinen Zugriff mehr und das ist nämlich die Sache, die ich bei allen Dingen, die ich bei Mainz auch positiv sehe und ich finde es auch schön, dass man einen Trainer hat, der es auch schafft, dieses Stadion anzuzünden und dass das sich gegenseitig beeinträchtigt, war zum zweiten Mal ausverkauft, lag allerdings auch an mehreren tausend Gladbachern, die nach Mainz gefahren sind, aber tolles Spiel, aber bei Mainz muss man schon die Frage stellen, wie wollt ihr denn Chancen herausspielen, wenn der Gegner euch nicht so einfach macht wie Gladbach in der ersten Hälfte und das fand ich in der zweiten Hälfte, in der zweiten Hälfte war es dann wieder so wie unter Jan Sievert. Amiri hat die ganze Zeit Ideen, nicht alle davon sind gute und vor allem ist der Ball danach immer weg, weil seine Idee ganz oft einen eigenen Abschluss beinhaltet. Sie haben sehr, sehr viel geflankt, die waren aber nicht gut, sie hatten wahnsinnig viele Standards, Amiri, die kamen fast alle nicht an, nur drei von 14 Flanken sind angekommen und dann, und das hat mich gewundert, hätte ich nicht gedacht, war man in dem Spiel auch, du hast es ja gesagt, in der Luft deutlich unterlegen und das kannst du an einer Zahl auch gut festmachen, bei Mainz kamen insgesamt drei von 14 Flanken an, allein Honorar hat auf Gladbacher Seite sechs von elf Flanken an den Mann gebracht, also doppelt so viele wie Mainz und fünf im ganzen Spiel und das finde ich ist ein Problem und dann helfen dir auch diese Zocker vorne drin nicht, weil die nämlich, es ist toll, dass die jetzt mutig spielen und dass die Bock haben, manchmal verzocken die sich aber auch richtig krass, also irgendwie, habe ich auch im Forum gelesen, hat jemand geschrieben, Hackentricks am gegnerischen Strafraum beim Stand von 1 zu 0, klar, wenn es klappt, loben wir es alle, aber ich hatte auch manchmal den Eindruck, Gruder, Burkhard, die haben sich wahrscheinlich so gefreut, wieder miteinander zu spielen, auch im Vene, da hat immer wieder so Aktionen mit drin im Defensiven, wo ich mir denke, meine Güte, das wird bestraft, da musst du ein bisschen aufpassen, wenn man so weit sich den Ball vorlegt, wenn man den Außenspieler umlaufen will, also das finde ich bei allem, was bei Mainz 05 noch möglich ist und das ist die Relegation meiner Meinung nach, kann man das schon sagen. Jetzt habe ich sehr lange gesprochen, ich weiß nicht, ja, du hast was zu ergänzt, das dachte ich mir fast. Ich habe was, also ich fühle mir in den meisten Punkten auf jeden Fall voll zu, ich habe nur noch eine kleine Ergänzung noch am ehrengegen Anfang von dem, was du gesagt hast, wenn ich nochmal zum Thema Gladbach, nämlich, dass wir gesagt haben, die brauchen ihren Trainer, um sich aus einer Situation zu befreien, aber gerade da, wo es nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit spielen Weigel, Korné und Neuhausen und ich kann, ich verstehe es nicht, Korné wird gehandelt für 50 Millionen bei Liverpool und anderen Vereinen, weil er auch wirklich sehr talentierter Fußballer ist, Neuhausen war Nationalspieler und hat auch eine Zeit, wo er sehr, sehr hoch gehandelt wurde und Weigel muss die Erfahrung haben und hat auch bei sehr erfolgreichen Mannschaften schon gespielt, bei Dortmund in der Top-Zeit, war er ein sehr wichtiger Spieler und bei Benfica in der letzten Saison unter Roger Schmidt, die ja auch diesen unglaublichen Lauf hatten von irgendwie knapp 30 Schichtspielen umgeschlagen oder sogar gewonnen und in der Champions-League-Vorrunde, gut, da ist auch noch Enzo Fernandes, das war natürlich ein wirklich schwerer Verlust, aber da haben sie alle sechs Spiele gewonnen in einer schweren Gruppe und Weigel mittendrin und hat das Ganze dirigiert und war wirklich ein sehr wichtiger Spieler und hat eigentlich immer gespielt und ich verstehe nicht, was los ist, dass diese drei Spieler, also das sind ja nicht irgendwelche, dass diese drei Spieler He can't do it on a Shutterday at Mainz. Ja, aber das, also dass die, dass sie nicht weit genug denken oder dass sie sich nicht gut genug organisieren, also was ist in dieser Mannschaft los, dass Einzelspieler wie diese nicht in der Lage sind, selber in der ersten Halbzeit darauf zu reagieren, dass eine Mannschaft wie Mainz mit diesem Pressing-Muster die ganze Zeit erfolgreich ist, dass sie nicht mit dem Weigel zum Innenverteidiger geht und sagt, hey, spiel doch mal lang oder zwei, also weil das ist ja genau richtig, was du sagst, ich glaube, die Saison einige Spiele, die die gewonnen haben, ich weiß noch, 3-0 in Bochum, in der Hinrunde war ich nur, weil sie dauernd lang auf Jordan gespielt haben, also, Gegen einen aggressiv Pressing-Gegner, das war genau das Muster. Eben, mit Mannorientierung und sehr hoch halt, also da muss doch aus der eigenen Mannschaft, gerade von solchen Spielern, kann man das auch einfach verlangen, mehr kommen und ja, das ist irgendwie so eine Sache, die in Gladbach ja seit Jahren irgendwie nicht funktioniert, also dass die Mannschaft sich seit Jahren nicht selber irgendwo rausziehen kann und man hat gesagt, das ist jetzt ein Umbruchjahr und so und so spielen sie ja auch, also sie spielen auf jeden Fall kein Jahr, was nach dem Umbruch sein sollte, aber da muss man auf jeden Fall nochmal ins Gebet gehen mit den Leuten und auch, ja irgendwie die Hierarchie in der Mannschaft scheint ja nicht zu funktionieren, also dass du auf dem Feld keine Spieler hast oder keine Spieler hast, die dann auf sowas auch reagieren können, das ja zeichnet gute Mannschaften aus, finde ich, dass auch die Spieler aktiv sind und nicht nur auf die Trainer sich verlassen und das ist bei Gladbach wirklich gar nicht so und darfst dann doch ein bisschen Sorgen machen, ob der Umbruch in die richtige Richtung läuft oder ja, ob man da schon am richtigen Punkt angekommen ist, weil wenn sie jetzt den nächsten Trainer verschleißen würden mit Ceoane glaube ich nicht, ich glaube die haben schon viel Vertrauen in ihm und haben jetzt irgendwie auch gesehen, dass das nicht funktioniert schon nicht den Trainer zu wechseln, aber den nächsten auch guten Trainer, der ja schon Erfolg hatte in Bern und auch bei Eberkusen in seiner ersten Saison, ja dann kommt man irgendwie an so eine Grenze mit dem, was man da jetzt noch machen kann und dann fürchte ich, dass Gladbach auch eine noch schlimmere Entwicklung nehmen könnte, wenn das so weitergeht, das heißt, das ist schon auch irgendwie mal ein Zeitpunkt oder gegen Saisonende müssen sie jetzt wirklich auch mal an diese Sache irgendwie rankommen und da sich für nächstes eine Lösung überlegen, weil das sich doch immer wieder seit längerer Zeit wiederholt, dass die Mannschaft wirklich selber zu gar nichts kommt. Also Else30 hat auch im Forum gefragt, kann jemand Gladbach erklären? Die Antwort ist nein, sorry, können wir nicht, wir versuchen es, aber also ich verstehe, ich verstehe alle Kritikpunkte, die du hast, ich finde, es gehört aber auch mit dazu, dass Gladbach dieses Spiel nicht verloren hat, vielleicht ein bisschen glücklich, ich finde, es war Strafstoß da in der 88. Minute, dann hätte man selber eigentlich eine gute zweite Hälfte hergeschenkt. Ich glaube, es gibt so einen Grundaspekt, der bei Gladbach jetzt sich jetzt schon so durch die Jahre durchzieht, neben allen, die Trainer lassen unterschiedlich spielen und zwar ist, ich finde, die Spieler helfen sich nicht gegenseitig auf dem Feld. Klar wäre es schön, wenn du den einen Spieler hast und klar, der Theorie nach kann das Julian Weigl, der dann sagt, okay, alle Bälle zu mir, ich mache das schon, chillt mal alle, aber solche Spieler sind gar nicht so oft und auch gar nicht so verbreitet in der Bundesliga. Überlegt mal, wie viele euch da einfallen eigentlich bei den Bundesligisten. Ich würde sagen, es gibt mindestens zwölf Bundesligisten, die haben diesen Spieler nicht. Aber womit du es dann auffangen kannst ist, indem du es gruppentaktisch dir hilfst. Und da war halt bei Gladbach in der ersten Hälfte ganz eindeutig zu erkennen, derjenige, der den Ball hatte, der war oft auf sich alleine gestellt gegen einen Mainzer, der ihn mit Blick und Tempo angelaufen ist. Und da haben sie halt einfach dann keine Lösung gefunden, weil es auch extrem schwierig ist. Also Wöber zum Beispiel als Linksverteidiger, das hat mir überhaupt nicht gefallen in der ersten Hälfte. Es war wieder viel besser, als sie dann auf Dreierkette waren, weil der eben da auch oft gegen Wiedmer den Ball verloren hat oder Gruder kommt da mit einem irren Tempo auf ihn drauf und dann hau die ihn ins Aus und dann gibt es wieder einen Einwurf für die anderen. Aber er hatte auch keine Passoption, weil eben die Innenverteidiger die Passoption und der Torhüter, da kannst du aber irgendwann nicht mehr zurückspielen, sobald der Ball auf dem Flügel ist, läuft es meins so zu, dass du diesen Pass nicht mehr spielen kannst und dann müssen die Sechser helfen oder auch die Stürmer in Gumo, Honorar, also wenn man Honorar jetzt als Stürmer nennen will, aber de facto nominell und das sind finde ich so kleine Quick-Fixes, die müssten eigentlich funktionieren, das kriegst du in Spielform im Training drauf, das müsste Seohane machen und dann sehe ich es bei Gladbach nicht ganz so kritisch wie du jetzt, weil ich glaube, man kriegt es eigentlich gelöst. Ja, also ich bin jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass da so der eine große Führungsspieler fehlt. Ich meine nur, diese Miteinanderreden oder auch, also die verstehen ja auch alle was von Fußball, die sind ja alle alles tolle Fußballer, die auch Spielverstand mitbringen und so weiter dass dieses fehlt mir irgendwie, also dass man wirklich bis zur Pause warten muss, bis der Trainer dann sagt, ja Leute, wir stellen jetzt folgendermaßen um und machen das so, wie wir es schon kennen und dann funktioniert es plötzlich ja auch sofort besser. Also ja, das war irgendwie der Punkt, den ich da habe in der Mannschaft, dass da irgendwie mir zu wenig geredet wird, dass da zu wenig auch Selbstverantwortung irgendwie erscheint übernommen wird und da sind wir dann ja wieder bei diesem Gruppentaktischen, dass du dich dann auch richtig anbietest und die Optionen oft aufmachst. Also ich glaube, das spielt irgendwie so ein bisschen zusammen, dass da sich keiner so richtig fürverantwortlich fühlt oder keiner so richtig als erster verantwortlich sein will oder wie auch immer. Aber irgendwie da stimmt was nicht innerhalb von dieser Mannschaft, zumindest von dem, was man auf dem Feld beurteilen kann. Vielleicht sind die ja sonst auch super befreundet und verstehen sich gut, aber beim Fußballspiel klappt es nicht so gut. Die haben auf jeden Fall Angst vor Fehler und das ist der deutlichste Unterschied, den du beim Mainz 05 siehst, jetzt unter Henriksen. Die haben eben keine Angst mehr vor Fehler und machen aber trotzdem noch Fehler. Übrigens, nur damit es nicht untergeht, es hätte auch noch einen Strafstoß für Gladbach geben können. Chor trifft Jordan so hinten an der Hacke. Das ist kein harter Kontakt, aber bringt Jordan zu Fall, hat man auch schon gesehen, dass es einen Strafstoß für gegeben hätte. Also darf nicht komplett untergehen. Bevor wir gleich über Köln sprechen, will ich Sascha noch mit reinholen. Generell, wenn wir jetzt quasi über Darmstadt haben wir jetzt schon länger gesprochen, jetzt hier dieses Mainz-Spiel analysiert und du hast ja auch viel von Mainz gesehen diese Saison. Was ist dein Gefühl? Würdest du auch sagen, dass es von den Dreien da unten das Team, was am ehesten ist, schafft sich den Relegationsplatz zu schnappen? Ja, also es würde mich wundern, also allein aufgrund dieser individuellen Qualität. Ich glaube, für den sicheren 15-Tabellenplatz wird es, glaube ich, eh nicht mehr reichen. Dafür, hast du eben auch schon angesprochen, machen sie einfach auch zu viele Fehler, auch zu viele einfache Fehler. ja, also eigentlich individuelle Qualität plus jetzt irgendwie noch so ein Trainereffekt mit ein bisschen mehr Schwung über die Heimspiele vor allem, glaube ich, dass das Mainz am ehesten noch retten wird, aber es wird halt auch trotzdem schwierig, weil ich glaube, trotzdem, so ein Spiel wie es gegen Gladbach musst du eigentlich gewinnen. Ich glaube, Mainz ärgert sich ein bisschen mehr darüber, dass man da jetzt die drei Punkte geholt hat im Vergleich zu Gladbach. Das sollte man auch und ja, aber es wird jetzt nicht so einen Effekt haben, glaube ich, wie bei Darmstadt, was er vorhin sagt, dass das so ein großer Rückschlag dann irgendwie wäre. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die nächsten Spiele von Mainz sind, aber ich bin da trotzdem recht optimistisch, dass die sich am ehesten noch den Relegationsplatz sichern könnten. Also jetzt erst mal bei Bayern, ohne Dominik Kor und noch jemand. Na gut, das gegen Bayern ist ja mal Selbstläufer für Mainz oder so. Ja, eben, genau, wer weiß schon. Jedes Spiel gegen Bayern ist gerade ein Kann-Spiel, kein Muss-Spiel. Und dann aber, das habe ich auch schon letzte Woche im Rasenfunk gesagt, die Heimspiele werden extrem wichtig für Mainz um fünf. Man spielt zu Hause gegen Bochum, zu Hause gegen Darmstadt, zu Hause gegen Köln. Allein, wenn du in diesen Heimspielen und ich finde, da hat man schon gesehen, da kann was passieren mit dieser neuen Spielweise, selbst wenn das taktisch vielleicht noch nicht ganz fundiert ist, dann könnte da schon was gehen. Die neun Punkte auf Bochum, Union, Wolfsburg, das ist wahrscheinlich zu viel. Wobei, ja, wer weiß, also wir haben auch schon andere Konstellationen in der Tabelle gesehen. Es ist nur eine lustige Koinzidenz. Leverkusen führt gerade zehn Punkte vorbei und alle sagen, oh Gott, die Meisterschaft ist vorbei. Und unten führen Bochum, Union, Wolfsburg eben vorm Relegationsplatz acht Punkte und vor der Abstiegszone neun Punkte. Und man sagt, ja gut, ist jetzt alles vorbei. Aber es sind ja immer noch zehn Spiele, 30 Punkte. Ja, klar. Vielleicht noch eine Sache zu Gladbach. Ich weiß gar nicht, Rocco Reitz, war da verletzt oder warum hat er nicht gespielt? Weil das war ja eigentlich, finde ich, auch so ein Spieler, an dem sich ja auch trotzdem andere gerade im Mittelfeld hochziehen können. Also ich finde halt Neuhaus, Cuné, Weigl sind alles tolle Fußballer. Aber vom Typ her nicht so dieser Typ Abfangjäger, die es lieben, irgendwie Zweikäffe zu führen, sondern eher Bälle, die gespielt werden, irgendwo mit Auge abzufangen und noch den Fuß dazwischen zu bringen. Also da weiß ich nicht, was jetzt mit Reiz war. Also er wurde eingewechselt, verletzt war er nicht. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum. Ob das jetzt die hat jetzt die letzten Wochen eh, glaube ich, nicht immer von Anfang an gespielt. Aber das ist eigentlich wirklich so ein Spieler, wo ich denke, okay, der kann zumindest mit seinem Einsatz, mit seiner Lauffreude ja irgendwie irgendwas entfachen dort drin. Weil ja, Weigl, Neuhaus, schön Wetterfußballer ist jetzt gemeingesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Das Wetter war schön. Ja, aber eh, Provenzente mit der Mütze getragen. Ich will jetzt den Gladbacher nicht wehtun. Ich weiß, Reiz ist da eine Identifikationsfigur und wird auch seine aufgebaut und ist lange im Verein und hat in der Jugend da gespielt und sagt, meine Freunde gehen zu Gladbach und hat auch gute Spiele die Saison gemacht. Aber das ist ein 21-Jähriger wie Rocco Reiz, der bis jetzt, der jetzt auch seine erste Saison spielt, wo man halbwegs den Eindruck hat, dass er in der Bundesliga länger bleiben kann als eine gewisse Zeit. So, als könnte er sich völlig etablieren als einer, der jetzt zehn Jahre Bundesliga spielt. Dass der nach wenigen Wochen schon zu so einer Identifikationsfigur wurde und im Winter diesen neuen Vertrag bekommen der sicherlich auch schmeckt ihm. Das spricht eigentlich schon sehr dafür, dass diese anderen Spieler da im Mittelfeld nicht so funktionieren, wie sie sollten, weil so gut ist der jetzt ein Aufenthalt. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich finde, das ist ein wirklich solider Bundesligaspieler, aber viel mehr wird er nicht werden. Meiner Meinung nach, also in der Nationalmannschaft haben wir ja manche schon geredet. Gut, das passiert aktuell schnell. Ich habe auch mit Kevin Behrens in der Nationalmannschaft geredet. Mit Erfolg. Aber mit Erfolg. Also weniger für Kevin Behrens, aber für mich zumindest. Aber worauf ich eigentlich hinaus heute ist, dass dieses Vakuum, was dann Gladbach am Mittelfeld seit einigen Jahren oder in dieser Saison wieder herrscht, hat Reiz etwas gefüllt, nicht komplett ausgefüllt, würde ich sagen. Und das spricht meiner Meinung nach weniger nur für ihn, als auch dafür, dass da im Mittelfeld bei Gladbach die Konkurrenten, man kann ja auch noch Chris Kramer mit reinnehmen, der jetzt langsam wahrscheinlich wirklich auch so ein bisschen an seinem Bundesliga-Ende angekommen ist, aber zumindest den Anspruch hat er ja, für Rufspieler zu sein und für die Spieler zu reden und ja, dass da die anderen Figuren, die Gladbach da hat, nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Reiz da der Heizbringer ist. Zumindest nicht, wenn man wieder europäisch angreifen möchte in den nächsten Jahren. Ja. Ja, ich glaube, sehr richtige Einschränkung. Also Gladbach hat jetzt den Befreiungsschlag verpasst. Den könnte man jetzt aber nachholen im Derby gegen den 1. FC Köln. Dann hätte man mehr als jetzt nur die 9-Punkte-Vorsprung auf den FC, sondern dann wären es eben auf den FC schon mal 12 und je nachdem, was Darmstadt dann in München macht, vielleicht auch auf, was Mainz in München macht, Entschuldigung, dann auch auf Mainz mehr Punkte. Danach kommt das sehr wichtige Nachholspiel im DFB-Pokal in Saarbrücken. Wir hoffen mal auf gutes Wetter, dass das dann auch endlich mal stattfinden kann. Diese Partie. Und dann haben wir eben noch den FC. Und da ist auch die Frage, wie viel Neues man sagen kann zu Köln. Denn es läuft einfach sehr viel gegen den FC. So deutlich muss man das sagen. Also im Spiel gegen Leverkusen, wo man natürlich der Underdog ist, vergibt Ljubicic eine Großchance. Tiermann sieht zu Recht für eine unabsichtliche Aktion rot. In der 15. Minute schon. Leverkusen geht durch Frimpong in Führung. Stieler erkennt einen Strafstoß nicht. Adamian trifft nur dem Pfosten. Grimaldi erzieht das 2 zu 0 und das ist dann auch im Grunde das Ende. So endet dieses Spiel. Das heißt, auf der einen Seite, ohne zu glänzen, baut Leverkusen seine ungeschlagen Serie aus. Hat jetzt 10 Punkte Vorsprung vorm FC Bayern. Und der FC bleibt eben da unten drinnen hängen und hat Glück, dass eben Mainz nur einfach gepunktet hat. Aber so richtige Sprünge kann man nicht machen. Und die Lücke mit den 8 Punkten jetzt zum rettenden Ufer, die ist einfach schon sehr groß. Till, was ist zu diesen beiden Teams zu sagen? Also ich würde auch, wie du sagen, dass die rote Karte das Spiel entschieden hat und ich fand es total schade, dass sie so früh, also die muss es geben, da gibt es auch keine Diskussion und auch da, also ich bin jetzt kein großer Freund des VAR, aber da hat er sich auf jeden Fall jetzt richtig erwiesen. Ich glaube, Tobias hat auch geschrieben, sonst wäre das gar nicht erst geahndet worden und das war schon eine klare rote Karte. Das ist eigentlich schon krass, dass Tobias Stieler, der generell kein gutes Spiel gemacht hat, muss man leider sagen, dass er das komplett, also ungeahndet gelassen hat. Er hat den Freistoß gegeben, aber er hätte keine Karte gezeigt. Das war halt rot. Ja, auch da war dann unter Tobi, scheiße, das ist der weiß Kurs, Kurs auf die Diskussion, ob nicht die Fizik der Qualität der Bundesliga so schlecht ist, dass da überhaupt, also egal, aber da würde ich jetzt gar nicht reingehen in die Geschichte, sondern ich würde sagen, ich fand es schade, dass es so früh diese rote Karte gab, weil ich in der ersten Viertelstunde durchaus den Eindruck hatte, dass das ein so Derby-typisches, relativ offenes Spiel werden könnte. Lange, wahrscheinlich hat Leverkusen trotzdem irgendwann gewonnen, aber die Kölner waren ja schon ganz gut drin, haben zumindest die Lust versprüht und man hat gesehen, dass sie was vorhaben an dem Tag und haben Leverkusen bis dahin eigentlich ganz gut die Stürme geboten mit ihren Mitteln, natürlich nicht mit irgendwelchen Beistoff hätten, natürlich haben sie es auch nicht geschafft, Leverkusens Spiel komplett zu unterwinden oder irgendwie die jetzt so anzulaufen, dass da so ein Kurs und Nuh oder so in Spitzen kommt, aber trotzdem, ich weiß gar nicht, wie hat er gespielt, sorry, also das ist einer der guten Leverkusen-Verteidiger. Hat nicht gespielt. Ist wahrscheinlich deswegen nicht in Spitzen gekommen, ne? Ja, genau. Ja, sehr schön. Dass einer von denen in Spitzen kommt, aber genau, das würde ich so nachdenken, die rote Karte ein bisschen früh und danach haben die Kölner es ja weiter versucht, eigentlich auch viel mit so ein bisschen Härte, also Martell hat ja nochmal Würz umgesägt und hat damit den Fans auch gegeben, was sie wollten natürlich, aber ziemlich abenteuerlich ist. Ich wollte gerade sagen, da hat es auch schon mal Rot für gegeben und dann wäre das ja wirklich ein komplettes Desaster geworden mit 9 gegen 11 Leverkusener und bei Leverkusen, da sieht man glaube ich einfach, was das mittlerweile für eine reife Mannschaft ist, dass sie sich da so wie gar nicht beeindrucken lassen und dann weit warten, bis die rote Karte kommt und dann danach so Leverkusen-Typen ist halt einfach spielen, das ganze Spiel, wenn ich mir das Tor angucke oder beide Tore sind ja wieder durch oder unter Beteiligung der Außenverteidiger gefallen, also diese Qualität haben sie immer und selbst wenn sie jetzt nicht die Sterne von Hölle spielen, können sie das am Ende ausspielen, weil sie auch einfach diese Läufe machen, weil von Pong halt den Weg da reingeht, auch Kimaldo, ja und weil sie halt einfach auf dem Platz, also neben dem guten System und dem guten Plan, den Fabian Lonte seiner Mannschaft mitgibt und den Ideen, die sie in jeder Spielphase haben, im Übergang, ins letzte Dritte, also immer da gibt es viele gut Laufige und viele Ideen, aber sie haben auch einfach Spieler auf dem Platz, die wirklich einfach, ja Weltklasse ist ein großes Wort, aber die auf dem Weg dahin sind, wie Florian Würth, weil wenn ich mir angucke, was der vor dem 1-0 oder den Ball gar nicht berührt, welche vier Läufe er macht, die jeweils immer für seinen Mitspielern Raum aufmachen, das muss man sich nochmal anschauen, das kann man allen Kindern, die irgendwie Offensivspieler werden wollen und man erklärt denen so, wie musst du dich benehmen, wenn du nicht den Ball hast, wie du dich verhalten musst und genau das macht er halt perfekt, er macht nämlich drei Sprints in drei Richtungen innerhalb von 20 Sekunden, die jeweils eine Passoption für seine Mitspieler und einen Laufweg öffnen und ja, das macht mir einfach Spaß da zuzuschauen, wenn solche Fußballer spielen und das hat mir dann auch wieder gemacht, also ich neige auch manchmal dazu dann so, gut, ich müsste das Spiels ja eh gucken wegen des Rasenspunks, aber ich neige dann manchmal auch dazu, wenn dann das 1-0 fällt und die rote Karte war schon, ich denke, du spielst eh durch, dann auszumachen, das würde ich bei Leverfüß aber irgendwie nie machen in der Saison, weil es dann doch immer schön ist noch weiter zuzuschauen, genau. Stimmt, aber auf der anderen Seite, ich meine, Sascha hat ja auch nicht ausgemacht, vielleicht auch deshalb, weil ja Köln immer noch im Spiel dran war, also ich fand es schon interessant, dass es so lang 1-0 stand und dass eben Adamian völlig frei nur den Pfosten trifft, dass es einen Strafstoß für den FC nicht gibt und das obwohl, das habe ich noch vergessen bei den, was alles gegen den FC lief, dann ja auch noch Justin Diehl wird eingewechselt, 65. muss vier Minuten später schon wieder rausverletzt, also das kam ja auch noch mit dazu, also Sascha kann man ja auch, könnte man auch sagen, der FC hat das ganz schön lange offen gehalten und Leverkusen war zwar das Leverkusen, was man so kennt, also 600 Pässe in der gegnerischen Hälfte haben sie unter anderem gespielt, allein 100 ins Angriffsdrittel hinein, aber haben sich auch ganz schön Zeit gelassen mit dem 2-0. Es hat sich gar nicht so krass nach 10 gegen 11 irgendwie angefühlt, also weil ja Köln trotzdem eine sehr, sehr gute Intensität drin hatte, also auch immer so dieser, dieser Druck, den Ljubicic da auf Xhaka ausgeübt hat, hat den ja quasi mit der Manndeckung genommen, hat mir gut gefallen, auch wie er Damian dann immer auf Hinkapier geschoben hat, ich fand das eigentlich ganz gut und das ist halt wirklich auch so ein Spiel gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass das so lange wie möglich halt irgendwie 11 gegen 11 weitergespielt wird, weil ich glaube, dass Köln schon die Chance hatte, da irgendwas mitzunehmen, wenn das jetzt, also auch in Unterzeit hätten sie ja trotzdem die Chancen gehabt, auch zweite Halbzeit halt immer noch, ich glaube da noch ein bisschen mehr sogar, und das so ist halt trotzdem bei Leverkusen, anders als vielleicht in den letzten Jahren, dass sie die auch ganz, ganz wenig einfach anbieten zum Beispiel, die spielen halt trotzdem immer weiter und spielen und spielen und spielen und dann kommt halt dann irgendwann mal ein Lauf von Frimpong auf den zweiten Pfosten und dann klingelt es eben und das macht es ja auch dann letztlich so schwierig dann auch für so eine Mannschaft wie Köln, die ja trotzdem mit viel Herz, vielleicht ein bisschen zu viel Herz verteidigt hat, siehe Martel dort, wo es definitiv, bin ich voll bei euch, also Rote Karte hätte ich auch vertretbar gefunden, hat er überhaupt irgendwas bekommen, nur Geld, ne? Er hat gelb dafür, glaube ich, ja, okay, ja, Minimum. Da war dann vielleicht auch Köln gerade in der ersten Halbzeit nach diesem aus ihrer Sicht bestimmt ungerechtfertigten Platzverweis da ein bisschen überdreht, fand ich, aber dann hat man es trotzdem wieder ganz gut geschafft, so wieder in diese Ordnung reinzukommen, dort aus so einem 4-4-1 dann letztlich zu verteidigen und hat sich auch gar nicht so krass hinten eingeigelt, also man hat ja trotzdem mal wieder Phasen gehabt, wo man dann noch so aus der Ordnung rausgeschossen ist, natürlich muss dann irgendwie so Schabot hinten recht viel dann noch verteidigen, so irgendwelche klärenden Aktionen, aber das ist ja eigentlich genau so sein Spiel, was er da machen muss, aber ich fand es trotzdem beachtlich erst mal, wie gut und wie lange Köln da einfach mitgehalten hat. Das ist halt auch so eine Niederlage, wieder dieser Callback auf Darmstadt, die dann vielleicht auch Mut machen kann, so für die Zukunft, wo man sagen kann, hey, so schlecht waren wir jetzt gar nicht, auch wenn wir da jetzt 2-0 verloren haben. Und trotzdem haben wir vorhin Mainz alle ja ein bisschen besser eingeschätzt als Köln. Sascha, du ja auch, warum denn dann eigentlich? Also die haben ja auch noch Heimspiel gegen Bochum, Heimspiel gegen Darmstadt, kommt noch, auswärts spielen sie noch in Mainz, sie spielen auswärts in Augsburg, na gut, die sind gerade eher gut und halt jetzt das Derby, das haben wir ja auch schon manchmal gesehen, dass diese Derbys eine entscheidende Rolle gespielt haben in der Saison vom FC. Warum bist du trotzdem im Vergleich zu Mainz pessimistischer? Wer soll denn bei Mainz bei Köln Tore schießen? Also das ist halt, finde ich, das größte Problem, dass man halt, also man hat ja wirklich gute Chancen, hat es ja bestimmt drei, vielleicht noch vier, wenn du jetzt diesen Sprint von Diehl dort noch dazu nimmst, gegen Stunisic, wo er sich dann dort irgendwie zerrt und du machst ja kein Tor und das, man kann natürlich immer sagen, immer, ist halt immer wieder Pech, aber Pech ist halt dann vielleicht auch irgendwann Unvermögen. Ja, genau. Also ähnlich wie bei Bayern, so vielleicht, wenn du halt immer Glückstore kassierst, dann, ja, bist du vielleicht einfach dann nicht so gut. Allerdings, also ich glaube sogar, dass mit Hinblick jetzt auf dieses Gladbach-Spiel auch, dass Köln da ähnlich wie Mainz auch ganz gute Momente haben kann, weil sie ja trotzdem auch so dieses intensive Spiel haben gegen den Ball und dann auch diese schnellen Konter fahren können. Ich meine, die spielen jetzt genau das, was sie halt spielen müssen als Abschickskandidat, der keinen klassischen Knips davon drin hat, wie es vielleicht Mainz irgendwie hat mit Unisivo an guten Tagen, dass man über diese schnellen Umschaltmomente spielt, dass jetzt natürlich ein Thielmann fehlt, ist bitter. Thiel hätte da vielleicht auch noch eine ähnliche Rolle übernehmen können, aber wenn da halt irgendwas geht, dann glaube ich halt über Zweikämpfe im Mittelfeld, die gewonnen werden und dann geht es schnell ab nach vorn. Das sind halt die einzigen Möglichkeiten, die Köln halt in der jetzigen Situation hat dann auch im Blick auf die Zukunft vielleicht, wenn man da keine Spieler dazu verpflichten kann. Till, magst du noch was ergänzen zu den Chancen im Abstiegskampf für Köln? Ja, also ich war auch, nicht dass es falsch rüberkommt, ich war auch von Köln überzeugt gestern, ich fand, die haben das nach ihren Möglichkeiten wirklich gut gemacht, auch nach der 15. Minute noch, aber wenn man, also ich glaube, dieser Postgeschoss von anderen Jahren und halt dieses Herz, was Köln gezeigt hat und auch so diese Zweikampfherde, die Köln gezeigt hat, die täuscht so ein bisschen, weil das Spiel hat Deverkusen trotzdem beherrscht, das war nicht, außer in dem Moment, wo Adam Jan den Pfosten trifft, also diese Chance darf man nicht kriegen, da haben die gepennt, aber sonst hat Deverkusen Köln eigentlich halbwegs im Griff gehabt und hat die Sache eigentlich ja runtergespielt, was man ja auch verlangen muss von der Mannschaft, die Meister werden will, aber deswegen, ja, finde ich, dass Köln so weitermachen sollte wie bisher, aber genau was Sascha sagt mit dem Stürmer, also man kann froh sein, dass Mainz auch sich sehr schwer tut, quasi Tore zu schießen und deswegen wird diese Schneckenrennen wahrscheinlich auch noch eine Weile offen bleiben, aber eben, mir geht es genauso, wer soll die Tore schießen, vor allem auch, wenn man sich guckt, wer jetzt noch verletzt ist, weil Schmidt, Uth und Selke ist mit keinem so richtig zu rechnen diese Saison noch, also gerade Selke wandelt ja so am Rande zum Dauer, also zur Sportingbahn die Idee, keine Ahnung, bei ihm steht Trainings schon als Grund, dass er nicht spielt, also weil er halt dauernd irgendwelche Fressuren hat, mag Uth leider auch, vor allem wenn er dann mal drei Spiele spielt, sieht man ja auch immer, was das eigentlich für ein toller Fußballer ist und der macht halt nur leider nie drei Spiele hintereinander und Weitschmidt, ja, wenn ich es bis jetzt bis als Missverständnis bezeichne, die Laie von Wolfsburg, man hat ja sogar eine Kaufoption und das ist ja das Einzige, was man machen darf, nämlich Kaufoptionen ziehen, das heißt, vielleicht bleibt er am Ende sogar in Köln, aber so richtig verdient hätte er sich eigentlich nicht für die Saison, die er da gespielt hat und wenn ich dann bei Adam Jahn, Tigges und Dietz bin, die da noch rumlaufen, das sind leider wirklich alles keine Spieler mit Bundesliga-Reife oder mit der Klasse für die Bundesliga und genau da ist dann irgendwie so die Frage und offenbar haben sie in der Jugend keinen Knipser wie Finkgräfe, der dann vernünftigen Linksverteidiger Bundesliga spielt und so einen Stürmer haben sie nicht und genau deshalb würde ich auch sagen, dass es für Köln wirklich schwierig wird, aber ich glaube auch, dass es lange offen bleibt, weil Mainz eben auch sich schwer tut, Tore zu schießen und weil die ja auch noch gegeneinander spielen, glaube ich und ja, also es wird wahrscheinlich das Spannendste sein in der Bundesliga neben der Frage, wer den achten Platz holt, aber Verabschiedet euch von diesem siebten Platzgerücht, dadurch, dass jetzt Eintracht Frankfurt ausgeschieden ist und noch so viele Engländer in den Wettbewerben sind, das wird, das ist ein Hoax, das dürft ihr nicht glauben, im Dezember sah es gut aus für Deutschland, es wird um den siebten Platz gehen, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, vielleicht sinnbildlich für die Art und Weise, wie Köln seine Chancen vergibt, Adamian hat einmal diesen Konter, er zieht nach innen, das ganze Stadion schreit, schieß, er hätte auch noch ablegen können, links war auch noch jemand frei und er macht die schlechteste von eigentlich nur zwei Optionen, nämlich er wählt die dritte Option, ich lege mir den Ball lieber nochmal auf rechts, da fühle ich mich sicherer und so kann dann der Leverkusener blocken, das war so, glaube ich, symbolisch für den FC, der jetzt dann eben gegen Gladbach spielt, acht Punkte Rückstand auf Bochum sind es aktuell, für Leverkusen beginnen jetzt die internationalen Wochen, man wird in Karabag spielen, dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann gleich das Rückspiel gegen Karabag, zehn Punkte Vorsprung sind es vor dem FC Bayern, immer noch ist man ungeschlagen, also spannend wird dieses Meisterschaftsrennen auch nicht mehr, ich glaube, das kann man an der Stelle schon sagen. Das heißt, wir haben jetzt auf den Tabellenkeller geblickt, Zeit für einen ganz kurzen Break, bevor wir uns die restlichen Spiele angucken, wie ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Rasenfunk rein von euch finanziert, crowdfinanziert, wir sind werbe-, paywall- und sponsorenfrei auf rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr uns unterstützen und das haben unter anderem getan Jabo, Bosi, Paranoid, Android, Matthias aus Leipzig und Hendrik Pelzel, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, für alle, die es getan haben und ich habe total vergessen, es in den letzten Wochen zu sagen, es gibt immer noch die 30% Rabatt unter kiosk.rasenfunk.de, wir wollen den immer noch ausverkaufen, es gibt noch, Tassen gibt es noch, Hulis gibt es noch, ein paar wenige, ein paar wenige Shirts gibt es noch, ich glaube, der Rest dürfte jetzt schon weg sein. Der Shop wird eingestellt, wird es nicht mehr geben, haben wir alles erklärt im Tribünengespräch, könnt ihr nachhören, kiosk.rasenfunk.de, da bekommt ihr das und dann gibt es noch Sendeankündigungen und zwar der Schwerpunkt dieser Woche wird auf dem VfL Voicebook liegen, diese Sendung erscheint Mittwochabend in der Nacht auf Donnerstag und wir nehmen wieder die beliebte Liga-Tour zu den europäischen Top-Ligen auf, leider nicht Portugal mit dabei, vorhin als du Roger Schmidt erwähnt hast, Till, musste ich daran denken, haben gegen Porto eine 0-5-Rutsche bekommen, das ist gar nicht mal so gut im Kampf um die Meisterschaft, denn da könnte jetzt Sporting davonziehen, aber wir werden natürlich über La Liga, vielleicht auch die Ligue 1, noch nicht ganz klar, Serie A und Premier League sprechen, erscheint dann am Donnerstag. Ende dieses Zwischenblocks und jetzt blicken wir mal auf die Spiele, die sonst noch so stattgefunden haben an diesem Spieltag und wo wir über Teams sprechen, die de facto natürlich noch nicht sagen können, hey, wir sind raus aus dem Abstiegskampf, die aber eben diese Lücke schon haben zu Köln, Mainz und Darmstadt und dazu gehört aktuell auch der VfL Bochum, der eben auf Rang 15 jetzt liegt, der ein ganz seltsames Spiel hatte gegen Leipzig. Es begann eigentlich hervorragend, 1-0 von Wittig nach einem, das wird uns gleich Sascha erklären, Torwartfehler von Gulashi, der wieder im Tor stand. Olmo kann da mit einem Traumtor den Ausgleich erziehen und dann kippt innerhalb von 5 Minuten das komplette Spiel. Openda, Audits mit einem Eigentor und Pausen drehen das Ergebnis innerhalb der, von der 68. bis zur 72. Minute auf 4 zu 1 pro Leipzig. Quarteng sieht dann auch noch rot in der 86. Minute und somit ist dieser Nachmittag komplett gebraucht für den VfL. Wir hatten den Patzer von Gulashi Fragezeichen gegen Wittig und Lute sah gegen Openda beim 1 zu 2 auch nicht gut aus. Sascha, wenn ich dich schon hier habe, lass uns mit diesen beiden Szenen in die Besprechung einsteigen und dann kannst du uns erklären, was sonst noch so wichtig war bei diesem Spiel. Also wir fangen erstmal mit Gulashi an. Bundesliga-Tor, der muss dann natürlich halten. Auch ein Zweitligakieber muss den Ball halt halten. Ich weiß nicht, was jetzt seine Intention war. Ich sah irgendwie so aus, als hätte er den Ball fangen wollen direkt. Wahrscheinlich wäre es halt besser gewesen, mit den Handballen halt den Ball zur Seite abzulenken. Die Mauer, also man hat es ja bloß in dieser Zusammenfassung sagen wir das auch noch ganz gut beim Sportstudio, dass die Mauer auch recht zentral stand und Gulashi schon fast hinter dieser Mauer stand. Also hat sich jetzt quasi nicht irgendeine Torwart-Ecke da so irgendwie genommen, sondern es war so ein bisschen diffus, weil er recht weit rechts stand hinter dieser Mauer fast. Aber trotzdem sieht er den Ball ja recht klar. Ich versuche bei solchen Situationen natürlich immer den Torhüter ein bisschen Schutz zu nehmen, falls der Ball jetzt irgendwie geflattert sein sollte oder so, weil das halt wirklich oftmals sehr eklig sein kann, siehe Robin Zentner letzte Woche gegen den Leverkusen. Also das sind natürlich Torwartfehler, aber bei Gulashi war es auch nicht der Erste, seit seiner Rückkehr gegen Augsburg sah er auch ein-, zweimal auch nicht so gut aus. Das beruhigt jetzt auch nicht gerade so diese Torwart-Thematik, die man jetzt da in so Leipzig hat. Nachdem ja Blaswig Ende letzten Jahres zur Nationalmannschaft berufen wurde, völlig verdient, wie ich finde, und danach so ein kleines Loch gefallen ist, hat man jetzt aktuell, glaube ich, so keine ganz klare Nummer 1 dazu oder keine Nummer 1, mit der man so richtig zufrieden ist an Leipzig. Das Gefühl, weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe nur, dass immer wieder die Torhüter gewechselt werden. Deswegen würde ich dem doch sehr merkig zustimmen. Das Gefühl habe ich auch. Und Marco Rose vermeidet es ja auch, da irgendwie so eine klare Sprachlegung, Regelung nach außen zu treffen. Ja, aber letzte Woche war Gulashi da irgendwie verletzt, ne? Kurzfristig. Oder war es wegen Leistung? Nee, nee, genau. Er war kurzfristig verletzt und Blaswig hat es, glaube ich, auch selber erst am Spieltag dann erfahren, als er spielt. Hat er in der Mixzone danach noch erzählt und hat dann eben so die klassischen Phasen gesagt mit er hofft natürlich, dass er sich empfiehlt. Ja, ja. Sollte klar sein, genau. Also wie gesagt, den muss Gulashi einfach parieren. Ich finde, der muss er gar nicht fangen, weil der Schuss war schon recht hat. Wär zur Seite weg. Fausten bin ich eh immer kein Freund davon, weil man dann auch oft sieht, dass so der Ball dann so über diese Faust drüber rutscht und dann landet er auch bloß im eigenen Tor. Deswegen fand ich eigentlich mal diese Intention, der flachen Hand hinzugehen und beide flachen Hände zu nehmen, okay. Aber jetzt muss das, finde ich, eigentlich den Ball zur Seite ab werden. Oder Loch im Handschuh kann natürlich auch sein, müsste man da nachfragen, wie es halt aussah. Und ja, die Szene vom 2 zu 1 mit Lute, also an guten Tagen hält er den glaube ich auch. Er geht recht früh dort runter. Ich finde auch, dass Lute sich ein Stück zu weit nach vorne ziehen lässt. Also der Winkel war eh recht spitz, plus Rupenda hat ja noch eine Gegenspieler mit, der er innen zugemacht hat, weiß gar nicht, wer da mitgelaufen ist. Und da kann Lute, finde ich, eigentlich ein Stück weiter so ein bis anderthalb Schritte weiter hinten stehen, um einfach ein bisschen einen besseren Winkel zu haben und vielleicht auch diesen Tick mehr Aktionszeit einfach zu haben, um in diese, um in die Parade zu gehen, weil da war jetzt auch kein sonderlich platzierter Schuss irgendwie. Lute trifft den Ball auch gar nicht so sauber, wo ich sagen würde, das spiele trotzdem immer mit rein, wenn der Torwart eine andere Flughur erwartet und der Stürmer den Ball nicht sauber trifft, dann sieht es halt irgendwie immer blöd aus. Aber er geht da schon recht früh runter. Also so gut die Situation direkt zu Beginn war von Anti Lute, wo er dort gegen Simmons war es ja glaube ich, überragend hält. Also das war wirklich, da dachte ich ja, geil, also besser geht es ja gar nicht, kommt irgendwie nach, weiß ich gar nicht, wie viel, kommt in vier Jahren irgendwie so zurück und macht dann sofort so eine Aktion, also können wir auch mal kurz drauf eingehen, also er dribbelt halt los und Lute, also macht es halt sehr clever, indem er einfach recht lange wartet und als dann erst Xavi Simmons im 16er drin ist, schiebt Lute erst aus seinem 5-Meter-Raum nach vorne. Das hat halt den Vorteil, dass du weniger leicht überlupft werden kannst, auch nicht umkurvt oder umdribbelt oder so und hat dann dadurch eine viel, viel bessere Dynamik oder ja, diktiert einfach viel, viel besser dieses Tempo und diese Aktion. Das macht Lute halt sehr gut und dann ja, wie der alte Mann halt seine langen Beide dort ausfährt, das war schon echt cool und dann auch der Statumsprecher, noch seinen Namen dort gerufen, bin ich zwar eigentlich kein Fan von Wien-Mainz oder so, dass da bei jeder Aktion dort Robin Center skandiert wird, aber der hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen. Da dachte ich, okay, heute geht irgendwie alles, aber er hat eben angesprochen, so dass das Gegentor, das zum 2 zu 1 geführt hat, war jetzt auch schon eine Teilschuld von Lute, würde ich sagen. Ja, und aber auch, es tut mir immer leid, so einzelne Spiele hervorzuheben, aber es war überraschend, dass Losli gespielt hat bei Bochum und meiner Meinung nach hat er ziemlich oft mit Fehler gemacht bei Gegentoren oder bei großen Chancen. Also diese Chance von Xavi Simmonds zum Beispiel in der dritten Minute, das ist eine simple Verlagung von Olmo und da ist Losli einfach viel zu weit eingerückt. Er war auch derjenige Spieler, der gegen Openda zwar nachgekommen ist beim 1 zu 2, aber nicht mehr rechtzeitig da war. Beim 3 zu 1, was ja direkt danach fällt, ist einfach Pausen schneller als Losli und legt den Ball vor ihm auf Xavi, der will nochmal nach innen legen, war eigentlich gar nicht so eine gute Entscheidung, aber Ordez drückt dann den Ball über die eigene Linie und das war es dann beim 4 zu 1 war er nicht auch noch mit in der Verlosung. Aber würdest du sagen, es ist fair zu sagen, wie gesagt, überhaupt nichts gegen ihn generell und jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber dass das ein Fehler war, Losli als Rechtsverteidiger auslaufen zu lassen, weil ansonsten haben ja viele Dinge, wie zum Beispiel das hohe Pressing, das wir ja kennen von Bochum, vor allem in Heimspielen, die haben ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ich glaube, das lag auch ein bisschen an diesem Linksfokus, den Bochum ja trotzdem hatte, ein eigenes Angriffsspiel, dass man immer wieder versucht hat, über die Seite von Henrichs zu spielen, dass dann Losli natürlich mit rüberschieben muss, ist eh klar, zumindest fast bis zur Hälfte, aber da stand ja teilweise quasi, wenn man dieses Spielfeld einmal an der Vertikalen teilt, stand er ja quasi auf der linken Seite sozusagen, als Rechtsverteidiger wählen wir das ja eigentlich nicht. Man wurde halt sehr, sehr oft überspielt. Natürlich hast du dann mit, am Anfang hat er glaube ich Olmo rechts gespielt und dann haben sie während der ersten Halbzeit ein bisschen gewechselt, dass dann Olmo nach links gegangen ist. Also hast du natürlich auch recht gute Gegenspieler gehabt, sage ich mal, die halt auch sowas gut ausnutzt und Simmonds ist ja wirklich immer auch mit reingeschoben und dann von diesen, aus dieser zentralen Position, aus diesem Bogenlauf nach außen gemacht und damit kam er wirklich überhaupt nicht klar und das war wirklich so ein Knackpunkt, den Bochum überhaupt gar nicht verteidigt bekommen hat, aber Bochum hat ja eh glaube ich generell recht viel umgestellt, im Vergleich zum letzten Spiel, man muss die Hände wieder umstellen, also kann natürlich auch mit reinspielen, dass man da Spiele auf anderen Positionen hat spielen lassen, die da eigentlich nicht so richtig hingehören. Genau, also Rehmann und Masovic waren ja gesperrt, deswegen insgesamt waren es dann vier Wechsel, die man vorgenommen hat zu diesem Spiel, aber ansonsten haben ja bei Bochum viele Dinge geklappt, also dieses hohe Pressing, super, man war sehr, sehr vertikal, also nur mal eine Zahl, um das zu unterstreichen, Bochum hat 193 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt, Leipzig 86, also einfach mehr als doppelt so viel von Seiten der Bochum, man kann mal bei Leipzig sogar noch drüber sprechen, ob das nicht vielleicht sogar gar nicht ein so tolles Spiel war, trotz des deutlichen Siegs, aber lass mal kurz noch bei Bochum bleiben, Hofmann hat auch noch die Chance auf 2 zu 4 verkürzen, direkt nach diesen fürchterlichen fünf Minuten, in denen die drei Gegentore fallen, aber auch deutlicher Unterschied zwischen erster Hälfte und zweiter Hälfte. Kannst du erklären, warum es diesen Unterschied gab? Also nicht so richtig, ich glaube, dass, also gerade Leipzig so die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten hat Leipzig auch recht wenig irgendwas zusammenbekommen, also man war schon sehr überrumpelt, dass man da gegen so aggressive Bochumer gespielt hat und oh Wunder, Kevin Stöger ist ein guter Fußballer, also wie oft sich auch Bochum irgendwie im Sechserraum auftreten konnte und Pässe durch das Zentrum spielen konnte, also diese Staffelung von Cesko und Baumgartner hat auch, finde ich, gar nicht gepasst, also man ist da einfach nur so nebeneinandergestalt angelaufen und dann, ja, mussten die Inverteidiger mit Schlotterbeck, der recht viele Pässe dann auf Stöger durchstecken konnte oder auf Lucia, die mussten da gar nicht so viel jetzt machen, also dann wurde sich ja aufgedreht und nach vorne gespielt über, meistens über die linke Seite, fand ich auch ganz interessant, dass Wittek eben diesen linken Mittelfeldspieler da gegeben hat, vor Bernardo, fand mir auch sehr gut gefallen, ja, und dann hat man eben ein bisschen, also ich fand das in der zweiten Halbzeit eben recht auffällig, dass man da deutlich kompakter gepresst hat, also vor allem in der ersten Reihe mit Baumgart Francesco, hat dann ja eh gewechselt und spätestens ab dem Wechsel dann auch mit Openda, der dann auch deutlich besser in diese Räume dahinter kam, hat es einfach deutlich besser geklappt, wie ich finde, diese Umschaltmomente zu nutzen dann auch. Ja, und Bochum hat es nicht mehr so oft geschafft, Überzahl im Zentrum herzustellen, also du hast Wittek schon angesprochen, auf der anderen Seite war sein Gegenpart quasi Asano und beide hatten ganz offensichtlich den Auftrag, sich immer wieder zurückfallen zu lassen im Spielaufbau und dann hattest du ein 3 gegen 2 gegen Haidara und Seywald und das haben sie gut gemacht und das 3 gegen 2 war auch gar nicht immer jetzt Wittek, Stöger und Asano, sondern eigentlich viel häufiger war das dann entweder Bero auf der rechten Seite mit Asano und Stöger 3 gegen 2 oder auf der anderen Seite war es manchmal Bernardo, der so nach innen gezogen ist, Schlotterbeck stand dann sehr breit, also da war man auch noch relativ variabel, aber vor allem war man eben sehr giftig gegen den Ball, sehr gut im Gegenpressing, da hat Leipzig ganz viele Bälle dann nochmal verloren, letztlich nachdem man sie schon gewonnen hatte und dann kommt eben die zweite Hälfte und dann kommt eben Openda, der ein bisschen überspielt gewirkt hat, hat Rose danach gesagt, hat es ihm wohl erst bei der Aktivierung, beim Spaziergang erst gesagt, dass er nicht von Beginn an spielen wird und Leipzig hatte aber am Ende vier Schüsse aufs Tor, davon waren dann vier drin, gut, ein Eigentor, also sprich ein Ball wurde noch gehalten von Lute, wir alle wissen welcher, nämlich der in der dritten Minute von Xavi Simmonds, insgesamt nur zwölf Schüsse, Bochum hat jetzt auch nicht, wir werden es jetzt schon die ganze Zeit verwenden, auch hier keine Sterne wurden vom Himmel gespielt, es tut uns leid, liebe Nasa, auch in diesem Fall ist das nicht passiert, aber findest du, man kann auch kritisch darüber sprechen, wie Leipzig diesen Sieg herausgespielt hat? Wenn man sich jedem anschaut, aus welcher Situation Leipzig kommt, die Rückrunde war jetzt auch wirklich einfach nicht gut bisher, glaube ich auch auswärts, seit vier Spielen oder sowas, nicht mehr gewonnen in der Bundesliga, also da könnte man jetzt auch sagen, bei einem Gegner, der jetzt seit acht Spielen zu Hause nicht mehr verloren hat, bis dahin Bayern geschlagen hat, also das ist ja trotzdem erstmal okay, wenn du dann natürlich diese fünf Minuten halt nur hast, könnte man jetzt auch darüber sprechen, dass jetzt ein gutes Pferd oder eine gute Kuh oder ein Bulle in dem Fall nur so hoch springt, wie es muss, wie er muss, ich glaube, das wird jetzt auch kein Sieg sein, den man sich da jetzt irgendwie groß einrahmt, aber das ist halt so ein Sieg, den man halt irgendwie so holen muss und sich darüber freut, dass man jetzt den geholt hat und dann ist das auch okay, im Vergleich zu Borum eben, die zwar auch recht, die hatten ja trotzdem ihre Offensivaktion, aber ich finde halt viel zu oft einfach zu schnell einfach hergegeben, also fast zwei Drittel der Schüsse außerhalb des Sechzehners und der gefährlichste war dann irgendwie der an der ersten Halbzeit von Lucia, den er dort über die Latte schießt, wo, glaube ich, Gulachin noch ganz knapp dran war, also da hat man, glaube ich, auch recht viel liegen lassen aus Borumer Sicht, wo man da vielleicht hätte nochmal den Pass zum Mitspieler wählen können, anstatt dann direkt irgendwie den Fernschuss zu suchen. Ja, andererseits zündest du damit aber auch das Stadion so richtig an, also am Anfang war es so, jeder Angriff hat in einem Abschluss gemündet und mit jedem Abschluss haben sich alle aneinander berauschen, haben gesagt, geil, 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 weiter, 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 weiter. Till wollte noch was ergänzen, aber ich glaube aber eher zu Leipzig. Ja, genau, ich wollte sagen, dass es, glaube ich, schon so ein Sieg war, der auch auf die innige Klasse, die Leipzig halt im Kader hat, zurückzuführen ist, also wenn man sich anguckt, wie so Pausen und Opender nach der Einwechslung gespielt haben und dann quasi auch in jeder Aktion irgendwie beteiligt waren, spricht es ja dafür, dass er ordentlich nachlehnen kann, das weiß jeder, aber vielleicht wissen es die Spieler manchmal nicht so richtig, wenn sie gerade aus einer weniger erfolgreichen Phase kommen und vielleicht das Spiel Selbstvertrauen der Mannschaft doch einfach gut zu sehen, oh, ja, wenn wir wollen, dann können wir in der Bundesliga auch mit einer nicht so guten Leistung gewinnen, wenn wir halt aufdrehen und wenn ich Marco Rose wäre, würde ich der Mannschaft das jetzt die Woche erzählen und sagen, guck mal, so gut seid ihr, wenn ihr wollt. Jetzt macht es gegen ihre Amateur. Ja, also da muss man die wahrscheinlich gar nicht motivieren und da ist es ja auch eine ganz andere Ausgangsposition, die du jetzt verteidigst quasi, aber ich glaube, für die nächsten Bundesligaspiele ist so ein Sieg gegen Bochum ein dreckiger Sieg, ich weiß nicht, ob der dreckig war, aber so ein Sieg, der jetzt nicht so ist, weil du das ganze Spiel dominierst, sondern weil du halt dann gegen einen Widerstand überwindest, so formuliert, ist vielleicht psychologisch und für den Trainer gar nicht so schlecht, weil dann kann er seinen Spielern glaube ich mehr erzählen, als wenn die wirklich alles perfekt einfach machen, weil dann sind es ja sowieso schon so, dann ist es vielleicht schwieriger, die wieder runterzuholen und sagen so, ihr müsst euch jetzt aber auch gegen Bochum konzentrieren oder auch gegen nächste Gegner, die nicht Leipzig's Kragenweite eigentlich sind, sondern kann sagen, guckt mal, wenn ihr euch gegen Bochum nicht konzentriert, dann wird es schwierig, aber wir haben die Klasse, um dann trotzdem zu gewinnen und ich glaube, das ist für Leipzig eine Sache, die auch noch die weiteren Spiele bis zum Saisonende bei der Sicherung des vierten Platzes, das ist glaube ich nicht so schwierig, den zu sichern oder die Champions League zu sichern quasi, aber auch eine Rolle spielen kann, dass sie dann ihre Ziele auch erreichen und auch nächste Saison wieder Champions League spielen werden. Also erstmal müssen sie diesen vierten Platz noch erobern, warum sie immer noch einen Punkt hinter Dortmund sind, das werden wir ja gleich noch besprechen, aber ich sehe schon, ich sehe Dortmund-Kritik voraus, die ganz vergleichbar ist werden. Da habe ich einiges. Ich ehrlicherweise auch. Na, dann schauen wir mal, dann spiel vielleicht den Counterpart und betone alle positiven Dinge, aber egal, jetzt erstmal, wie geht es für Leipzig weiter, ein Punkt Rückstand aktuell noch auf Dortmund, man spielt jetzt dann bei Real Madrid, muss das 0 zu 1 aus dem Hinspiel versuchen, umzubiegen, dann zu Hause gegen Darmstadt 98 und für Bochum, die eben wie gesagt acht Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln haben, geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen den SC Freiburg, bevor man dann gegen Mainz 05 spielt. Und damit kommen wir eben zu Borussia Dortmund und wir kommen auch zum 1. FC Union, das passt ganz gut, dass hier quasi die Tabellennachbarn von Bochum und Leipzig gegeneinander gespielt haben und das war ein enges Spiel, was man vielleicht gar nicht so glauben mag, wenn man nur das Ergebnis sieht, denn da steht ein 2 zu 0 durch ein Tor von Karim Adijemi, sehr, sehr schöner Schuss an die Unterkante der Latte in der 41. Minute, aber wenn man dann schon sieht, Ian Marzen konnte das 2 zu 0 erst in der 90. Minute erziehen, dann weiß man schon, na, das war aber sehr lange eine enge Nummer und wie ich vermute, du mir jetzt gleich mitteilen wirst, Till, vielleicht gar kein verdienter Sieg für den BVB? Also ich würde mal sagen, ein Unentschieden wäre, hätte den Spielverlauf vielleicht mehr entsprochen, aber ich bin gar nicht so ein großer Fan davon, so von verdient oder unverdient, weil wenn ich mir die Gegentore von Union angucke, kann man dann auch sagen, ja, die sind verdient gefallen, wenn man jeweils in zwei Situationen total gepennt hat und dann hat man es vielleicht auch einfach nicht verdient, das Spiel halt, Unentschieden zu spielen, wenn man gerade in der entscheidenden Situation nicht da ist, das ist irgendwie mal so meine Sicht auf dieses Wort verdient, aber also ich würde mal mit Dortmund anfangen und dann noch was zu Union sagen, mich hat wieder wirklich vollkommen schockiert, wie nach dem Spiel über dieses Spiel geredet wurde, seitens Edin Terzic zum Beispiel, der das Tor von Adeyemi, also wer es nicht gesehen hat, Dortmund spielt halt Adeyemi auf der rechten Seite frei und der hat dann halt am Strafraum-Eck relativ viel Platz, weil zwei Unioner halt nicht ordentlich rausschieben, kann dann sich den Ball in aller Ruhe auf seinen linken Fuß legen und dreht ihn ins lange Eck und dann von der Unterkantilette geht er rein, 1-0, schönes Tor und Terzic hat es aber als Beispiel dafür genommen, dass sein Matchplan so toll funktioniert habe und hat erklärt, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen von Seite zu Seite durchspielen, um Unions 5-3-2-System breit zu ziehen und damit wir dann einen Platz haben auf außen und die Spieler überhaupt erst in die Position kriegen, wo sie ihre individuelle Klasse ausspielen können. Da muss ich aber sagen, erstens ist es wirklich nicht Unionsflächel nicht breit genug zu stehen, das macht man eigentlich ganz vernünftig mit dem System, das heißt, ich frage mich, warum er gerade das als Fläche identifiziert hat und zweitens fällt dieses Tor vor allem deshalb eben, weil Adeyemi ein sehr guter Fußballer ist und eine gute Idee hat, aber auch, weil die zwei Unioner an dieser Ecke ihn nicht richtig verteidigen und dann, also wenn das quasi das Positivbeispiel für meinen Fußball ist, dann weiß ich nicht. Hey, er hat seinen Spielern ein Eins gegen Zwei gekriegt, das sei doch nicht so kritisch. Ja, ob es das dann in den nächsten Wochen besser macht. Ja, aber hat er nicht vielleicht eher die Sechser gemeint? Also, dass er eben gesagt hat, du willst sie in die Bewegung kriegen, du willst sie breitziehen und dass er damit eben Schäfer und Hussar gemeint hat, die ja dann immer wieder rausschieben müssen. Ja, definitiv, aber das war nicht ein gutes Tor, dass die beiden sich da mehr bewegen mussten und deswegen habe ich nicht gefragt, Edwin, du sehst du mir da gerade und ich finde es halt so ein bisschen symptomatisch bei Dortmund irgendwie, also immer, wenn da irgendwie sich öffentlich geäußert wird über irgendwas, habe ich das Gefühl, die streuen sich vorher zwei Kilo Sand in die Augen, weil entweder das ist eine andere Schuld oder man hat eigentlich alles richtig gemacht, aber man hat gegen Union wirklich nicht alles richtig gemacht. Das lasse ich aber gleich dir noch, die paar negativen Punkte anzusprechen, die ich dann auch noch habe, weil ich will noch was zu Union sagen. Ich finde Union hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Dortmund zu Hause und man sieht, dass die Mannschaft in so einer Übergangszeit noch ist, dass man nicht mehr im Zweifelsfall halt so einen langen Stürmer vorne drin hat, den man hoch anspielen kann wie Kevin Behrens und dass man auf dem Weg dazu ist, sich zu einer Mannschaft zu entwickeln, die Sachen eher flach spielt. Das sieht man auch, wenn man sich anguckt, wie die Tore unter Fischer gefallen sind und die Tore seit Bielitz da, nämlich deutlich weniger Kopfballtore als vorher. Was aber auch daran liegt, dass halt mit Hollerbach und Volland vorne drin zwei Spieler gespielt haben und später dann auch mit Stadthessen und die ja eher nicht hoch angespielt werden sollten, weil das aber nichts bringt. Ansonsten finde ich aber, dass Union ein paar Sachen einfach ganz gut gemacht hat. Das Problem war, es hat Pielitzer auch nach dem Spiel gesagt, waren falsche Entscheidungen im letzten Drittel einfach, weil man häufig sich da reingespielt hat, häufig auf die Kette von Dortmund auch zugelaufen ist und dann aber zu häufig halt entweder zu kompliziert wurde oder nicht den freilaufenden Mann, der noch den nächsten tiefen Lauf gemacht hat, geschickt hat und so halt ganz viele gute Gelegenheiten oder gute Situationen nicht zu guten Chancen ausgenutzt hat, weshalb es dann vielleicht auch nicht unverdient war, dass man am Ende keinen Punkt geholt hat, weil man dann noch viel hat, wo man daran arbeiten muss. Aber ich finde, man sieht bei Union nach und nach, dass die Mannschaft dabei ist, sich zu entwickeln und hat jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Luft dafür, denn auch trotz der Ierlage sind ja weiter acht Punkte Vorsprung. Das heißt, ja, also der Trainer, Männer, Prädizzer, wird mit der Mannschaft noch in Ruhe dabei arbeiten können und ich habe noch ein paar Sachen mehr, aber ich gebe das erstmal ab, weil sonst geht ich fünf Minuten am Stück. Okay, dann mache ich jetzt erstmal BVB und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal, ich meine, mit dir habe ich ja auch den Experten hier, dann nochmal über Union sprechen. Da fand ich nämlich auch viele Dinge interessant. Also der BVB. Es gibt natürlich sehr viele Dinge zu kritisieren und ich finde auch, dass gerade das Erwartungsmanagement nach außen, würde ich jetzt mal sagen, das ist einfach suboptimal beim BVB. Andererseits muss man aber auch sagen, es gab eine richtig starke Phase und die hatte wesentlich mit einem taktischen, ich weiß jetzt nicht, ob man Kniff sagen kann, zu tun, aber Adeyemi und Sensu haben die Seite getauscht und dann gibt es die Chancen. Es gibt eine Riesenchance für Schlotterbeck nach einer Ecke, das hatte jetzt noch nichts damit zu tun, aber die nächste Chance, das war dann ein Schuss von Marzen, das war tatsächlich Adeyemi, der nach innen dribbelt. Da gab es nämlich quasi schon mal die Situation, die dann später zum Tor führt, also sprich, da hat Union auch nicht gut gelernt aus dieser Chance, muss man sagen und Marzen, der eingerückt dann zum Schuss kommt und zweimal pariert Rönneau, klasse, auch Teil der Stärke aktuell von Union, dass eben Rönneau einfach wieder der letztjährige Rönneau ist und nicht mehr der hinrunden Rönneau, in der er manchmal dann doch ein bisschen gewackelt hat. Also das, finde ich, hat gut geklappt. Was aber halt wieder ein Riesenproblem war, war der Spielaufbau, diesmal im 2-1 mit Marzen als Linksverteidiger, nicht im 3-2 mit ihm als eingerückten Sechser. Kann man so machen, weil du ja gar nicht so oft so hoch gepresst wirst von Union. Ich hatte aber das Gefühl, dass dadurch, dass Dortmund auch in dieser Situation sehr oft Fehler gemacht hat, in der ersten halben Stunde, dass das Union, das war wie so der Hai im Wasser, der das Blut schon schmeckt, weil sich jemand in den Finger geschnitten hat. Da wurde Union richtig griftig und dann sind die in ein viel höheres Pressing gegangen, als sie, glaube ich, eigentlich vorgehabt hätten. Das ist ja eher oft ein Mittelfeldpressing, was Union spielt. Da hat Dortmund Union stark gemacht und deswegen war es aus Dortmunder Sicht eine absolut fürchterlich langweilige erste Hälfte, oder erste halbe Stunde, so meine ich es, weil es nämlich bis zur 30. Minute, glaube ich, gar keinen Schuss gab. Und das war ein großes Problem und in der zweiten Hälfte wiederum hat man es überhaupt nicht geschafft, darauf zu reagieren, dass Union dann eben manchmal auch ein bisschen wild geworden ist. Also Kevin Vogt hatte wieder so einzelne Situationen, in denen er nicht ganz perfekt aussah. Leit und Duki haben das zwar gut gemacht, aber hinter Roussillon zum Beispiel hattest du sehr viel Platz, den du nutzen könntest. Und eben auch Schäfer und Toussaint. Also Schäfer spielt eine sehr, sehr gute Rolle im Offensivspiel von Union. Dafür muss aber hinter ihm auch abgesichert werden, was Khedira natürlich macht. Das ist ja seine große Stärke. Aber da ist auch ein Raum, in den du rein könntest und in den zum Beispiel auch mal ein Füllkrug rein könnte. Und das ist das, was finde ich bei allen Problemen, die man bei Dortmund gerade bespricht, noch fast ein bisschen untergeht, wie schlecht Füllkrug aktuell spielt. Der wird überhaupt nicht mehr im Spielaufbau gefunden. Dann wurde er in diesem Spiel von der Dreierkette Vogt, Leit, Duki komplett abgemeldet, von Füllkrug fast nicht zu sehen. Ja, er hat einen Assist auf dem Papier beim Tor von Adeyemi. Und das war auch eine gute Situation von ihm. Aber offensiv ist es sehr, sehr wenig vom BVB. Und da würde ich mir wirkliche Sorgen machen. Ich habe aber auch das Gefühl, alle, die nicht zum Trainerteam gehören beim BVB oder zur sportlichen Führung, die sehen das eigentlich auch. Und nur die sportliche Leitung ist aktuell so, dass sie aus auch nachvollziehbaren Gründen sagt, Mensch, schaut doch mal, unsere Ergebnisse sind doch gut. Sind sie ja auch, mit Ausnahme des Offenheim-Spiels jetzt letztes Wochenende. Aber über den ganzen Platz hinweg gibt es ja echt Baustellen. Doppel-Sechs habe ich jetzt schon gar nicht angesprochen. Da könnte ich jetzt nur mal eine Viertelstunde drüber sprechen. Aber das ist auch eine alte Diskussion. Die war wieder nicht gut. Magst du da noch was ergänzen? Ja, nee. Also ich glaube, alle Sachen, die man jetzt noch irgendwie, also du hast eigentlich alles gesagt. Ich könnte auch wieder ein paar Sachen zu Emirates sagen, aber zu dem wird auch so viel gesagt. Lass mir meine Uhr jetzt. Lass mir. Würde ich auch sagen. Reden wir lieber über Union. Denn bei Union, bei Union, auf der einen Seite könnte man sagen, alles ist wie früher, zumindest was mein Verhältnis zur Union angeht. Ich habe mich nämlich gefragt, meine Güte, warum spielt ihr denn nicht Fußball? Spielt doch mal Fußball, ihr könnt das doch rein theoretisch. Das heißt, aber genau so hat Union ja die ganzen letzten vier Jahre gespielt. Das heißt, es sieht fantastisch aus für Union. Sie werden bald wieder gewinnen und ich werde nicht erklären können, warum. Man hatte eine Passquote in der gegnerischen Hälfte von 57 Prozent, im Angriffstitel von 50 Prozent. Also man kann natürlich sagen, schlechte Entscheidungsfindung. Vielleicht ist es aber auch einfach Qualität. Also das Hollerbach zum Beispiel verliert einfach sehr häufig den Ball. Und wenn eben nicht anderer Schäfer den Fuß am Ball hat, dann hat Union Berlin meiner Meinung nach im Angriffsdrittel echt Probleme. Ich kann total verstehen, dass man sich um jemanden wie Kevin Stöger von Bochum bemüht hat. Der hätte da sehr, sehr gut, würde der reinpassen. Aber der Rest ist eigentlich jetzt wieder alles sehr stabil. Man hat im Grunde seine Elf gefunden. Außenverteidiger wechseln hin und wieder noch so ein bisschen durch. Und vorne im Sturm, ob Volland-Hollerbach wirklich so die beste Kombination ist, weiß ich nicht. Muss man mal rausfinden. Ich sehe ja Vertessen auch nicht im Training. Aber ansonsten, es gibt noch so einzelne Momente, wo im Zentrum man eben zu leicht dann aus der Position gezogen wird. Vielleicht war das das, was Terzic meinte. Aber sehr stabil und klar, jetzt sind acht Punkte Vorsprung. Man ist rechnerisch noch nicht raus. Aber Bielice hat es wirklich geschafft zu stabilisieren. Ja, und ich würde wie gesagt sagen, ich glaube, der ist auch noch in der Entwicklung. Also ich glaube, der will noch mehr von der Mannschaft sehen. Der hat nach dem Spiel auch gesagt, als er gefragt wurde, was denn der Grund dafür gewesen ist, dass Union aus der Feldüberlegenheit gerade in der ersten halben Stunde auch kein Tor gemacht hat. Was der Grund dafür gewesen ist, dass diese falschen Entscheidungen getroffen wurden oder wie die genau aussahen, hat er gesagt, naja, wir sind halt viel zu viel mit dem Ball gelaufen, anstatt einfach zu spielen. Also anstatt einfach steil klatschen zum Beispiel, anstatt die Wege, die hinter die Kette gegangen wurden, auszunutzen. Ich glaube nicht, dass Union unter ihm ein Team wird, weil er gerne auch sehr vertikal spielen lassen will, was in der gegnerischen Hälfte 800 Pässe spielt oder halt eine 500-spitzende Passquote dann hat, aber ein Team, was viele Bälle als der Dritte spielt oder ein Team, was in der Offensive der Idee folgt, quasi sich flach hinter die gegnerische Kette irgendwie zu kombinieren mit tiefen Läufen, mit steilen Bällen und so weiter und so fort. Genau das, glaube ich, könnte es schon werden. Deswegen würde ich sagen, dass er nicht die Vision hat, Union wieder genau zu dem zu machen, was die unter Oswischer gespielt haben. Also ich glaube, es wird nicht mehr so sein, dass man viel mit hohen Flanken operiert, wenn man auch einfach die Spieler dafür nicht mehr hat in der Mannschaft. Chris Bedia wäre so jemand, der nochmal hoch anspielen könnte, aber der Winter-Neuzugang von Servet Genf, der war in der Hinrunde in der Schweiz der beste Torschütze. Jetzt ist er seit ein paar Wochen bei Union, hat jetzt noch ein paar Kurzeinsätze bekommen. Was daran liegt, dass er halt mit der, ja, dass er noch nicht im Training noch nicht quasi auf der Höhe ist. Also sie sagen, es wird jeden Tag besser, aber er hat wohl gerade gegen den Ball und bei Sachen, die halt für Union gerade auch sehr wichtig sind, nämlich, dass diese Stabilität erstmal da ist. Da ist er noch nicht so der Spieler, der da zum Beispiel die Rolle, die Kevin Behrens gegen den Ball spielt, gespielt hat, übernehmen könnte, weshalb er halt nur kommt, wenn es dann, ja, wenn man dann quasi auf Viererkette nochmal umstellt und wirklich alles vorne reinwirft. Das heißt, man ist glaube ich auch für Tessen, weil du meintest, Hollerbach verliert viele Bälle, genau, der hat halt, glaube ich, gerade noch etwas die Nase vorne, weil er unter Bialica so oft getroffen hat und auch eines der Gesichter dieses Aufschwungs gewesen ist und auch wirklich wichtige Tore geschossen hat und ich glaube, deswegen ist er gerade noch vor Viertessen, ich glaube, das wird nicht mehr lange so bleiben, denn alles, was Hollerbach kann, kann Viertessen eigentlich auch und dann kann er einige Sachen noch besser, gerade im Kombinationsspiel, gerade aber auch im Dribbling, im 1 gegen 1, weil Hollerbachs Move ist ja auch immer relativ ähnlich, irgendwie so zu versuchen, den Ball vorbeizulegen und dann mit einer kurzen Bewegung auf seinen Fuß zu ziehen, um zu schießen, da hat Viertessen ein bisschen Wärmpetto, das hat man kurz gesehen bei dem Tor in Hoffenheim, bei dem Siegtor in Hoffenheim vor Aronsen, da wurde Viertessen steig gefückt und dann eigentlich nur durch so eine ganz kleine Bewegung mit seinem Hintern den gegnerischen Verteidiger komplett eingedreht und war dann vorbei und ich glaube, da ist schon noch Qualität im Kader, die auch in den nächsten Wochen noch mehr zu Geltung kommen wird und genau, also ich würde sagen, Union ist auf dem Weg dazu, sich offensiv zumindest auch zu entwickeln, aber das ist Stückwerk, also man stürzt sich dann auch immer so auf so Kleinigkeiten, die man dann sieht und über die man sich freut, weil die anders sind, als das, was man lange gesehen hat, was lange erfolgreich war, aber es ist ja auch schön, mal ein bisschen andere Sachen sagen zu können darüber und ja, was Andras Schäfer betrifft, würde ich dir recht geben, dass er für die Offensive extrem wichtig ist, ich finde ihm halt Defensive eigentlich auch gar nicht so schlecht, also er kommt schon eigentlich ganz gut in die Zweikämpfe, nur er muss halt bei Union aktuell einen riesen Radius auf dem Feld abdecken, also man sieht ihn halt ständig in allen möglichen Positionen einfach, weil er halt glaube ich, ja, besser ist als seine Mitspieler in vielen Sachen und dann in vielen Hinsichten und vielleicht müssen sie dann auch einen Weg finden, den Khedira, der jetzt ja auch viel verletzt war, jetzt gerade erst wieder gespielt hat und viel gesperrt war und Toussaint, der sich festgespielt hat, noch ein bisschen mehr Disziplin einzuimpfen, um dann das ein bisschen besser abzusichern, aber ich glaube, bei Union gibt es schon viel, was besser funktioniert als in der Hinrunde und es gibt noch ein paar Sachen, die man noch auswirfen muss, also wie diese Doppelspitze dann da genau aussehen soll, ob es Vorland und Fertessen sind, ob es vielleicht auch Fertessen und Bedia sind, ob es Fertessen und Hollerbach sind, könnte man eigentlich auch machen, wenn man Fertessen zutraut, auch im Übergang auf Hollerbach mitspielen zu können und ich glaube, was man auch noch klären muss, das wird aber erst in der Sommerpause passieren, ist, ob man tatsächlich bei der Fünferkette bleiben will oder doch wieder Richtung Fünferkette geht, damit man einfach auf dem Feld auch Räume, die du auch angesprochen hast, die teilweise nicht gut besetzt sind, einfach besser abdecken kann, weil man noch einen Spieler in der, ja, weiter vorne hat Richtung letztes Drittel ein Spieler mehr, der da anspielbar ist, der da auch Breite, Tiefe schaffen kann und der vielleicht das erleichtert, zu Torchancen zu kommen oder erleichtert, die richtige Entscheidung zu treffen, weil es ist ja nicht mehr so, dass Union irgendwie gar keine Torchancen hätte oder gar keine Gelegenheiten kommt, sondern sie sind ja wieder so, dass sie regelmäßig zumindest bei 30, 40 Meter vom Dortmunder Tor auftauchen und nicht nur zufällig, sondern auch, weil sie versucht haben, sich da irgendwie hinzuspielen und das ist so, gerade im Vergleich zur Hinrunde wirklich ein absoluter Fortschritt. Ja, das stimmt. Aber kannst du verstehen, warum Rani Khedira im Grunde so gar keine Rolle spielt im Aufbauspiel? Also jetzt, diesmal hatte er 35 Ballkontakte und es kommt eigentlich alles von Leit und Duki und manchmal auch noch direkt von Kevin Vogt. Ja, ich glaube, weil du, also drei Innenverteidiger hast sie gerne und gerne aufbauen quasi, also Vogt hat auch eine seiner großen Stärken in seinen Passspielen, das hat Union auch ganz gut getan, als er kam in den ersten Spielen, da sah das gleich deutlich besser aus, als man ihn dann in der Mitte von dieser Dreierkette hatte. Jürgen Leit hat seine Stärken vor allem mit bei, würde ich sagen, also finden im Verteidig, im Abwehrverhalten häufig etwas fragwürdig und gerade sein Tempo ist auch eigentlich nicht genug. Also ihn kann man eigentlich, also gerade, wenn man mit Leit spielen, muss man eigentlich schon fast eine Fünferkette spielen, weil sonst kriegst du ihn halt nicht richtig abgesichert, wenn Bälle hinter ihm kommen. Das wird auch Knoche gerade zum Verhängnis, weil Defensiv ist ja eigentlich gar nicht schlechter als alle anderen drei, aber auch er hat halt Tempoprobleme und wenn du dann Leit und Knoche zusammen spielen lässt, dann, ja, musst du schon sehr tief stehen, um nicht ständig überspielt zu werden. Und Vogt ist aber so viel schneller als die beiden, ehrlich? Ja, der ist tatsächlich von, also wenn man jetzt rein nach diesen Tempomessungen guckt, ist er einer der schnellsten Innenverteidiger in der Bundesliga. Okay, dann ist das das Jonathan-Tar-Phänomen, dass ich es nicht sehe, wenn ich es sehe. Ja, also aber er ist tatsächlich gar nicht so langsam und kriegt es auch, also es gab auch schon so zwei Situationen, wo er auf jeden Fall Gegner noch eher abgelaufen hat, als das andere Verteidiger, in der Kette tun will. Und ja, und auch Duki ist ja einer, der auch ganz gerne mal den Ball hat, der schiebt ja auch sehr, sehr weit vor, wenn er kann und spielt auch gerne mal eine Flanke aus dem Halbwert im Strafraum, zumindest hat er das unter Fischer häufig gemacht. Das heißt, ich glaube, man hat einfach auch drei relativ dominante Spieler, die gerne den Ball haben und auch gerne was damit versuchen im Aufbau. und Kedira wurde dann wahrscheinlich gesagt, er soll sich auf die Aktion gegen den Ball konzentrieren. Aber auch da sieht man, dass es einfach noch in, ich glaube, im Entstehen begriffen ist, was Bielikla mit Union darüber hinaus vorhat, als die Mannschaft zu stabilisieren und genug Punkte zu holen, um nicht abzusteigen. Und da sieht es ja jetzt wirklich sehr gut aus. 25 Punkte sind es jetzt, trotz dieses 0 zu 2. Man spielt jetzt dann beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen Werder Bremen und für Borussia Dortmund, das durch den Sieg eben den Punktvorsprung auf Leipzig sichern konnte. Für Dortmund geht es jetzt direkt nach Bremen zu Werder, bevor man dann gegen PSV Eindhoven das Rückspiel in der Champions League hat. Champions League, davon kann Eintracht Frankfurt aktuell nur träumen, auch und trotz eines Siegs, den man jetzt eingefahren hat und das nach dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim und zwar in Heidenheim. Nach dem Spiel haben alle über den Maulwurf gesprochen, diesmal geht es aber nicht um Kabineninterner, sondern um eine Unebenheit im Rasen, die dazu geführt hat, dass Kevin Müller bei einem harmlosen Rückpass von Gimber unter dem Ball durchschlägt und der Ball hinter ihm ins Tor hoppelt. Ich habe das Spiel mit internationalem Kommentar gehört. Das war sehr lustig zu verfolgen, wie der Kommentator erst Müller richtig unter den Bus geworfen hat und gesagt hat, das ist einer der größten Fehler, den ich jemals gesehen habe, um dann bei der dritten Wiederholung zu sagen, ja gut, ein bisschen Pech hatte er ja auch durch diesen Platz und demweit. Das war sehr lustig. Kunku trifft dann noch nach der Pause in der 49. Minute zum 2 zu 0, aber Heidenheim kommt wieder ran, Marvin Pieringer verkürzt auf 1 zu 2 und hinten raus muss Kevin Trapp mehrfach parieren. Es gibt mehrere Chancen aufs 2 zu 2, aber keine davon wird genutzt. Was die Frage stellt, Sascha, was fangen wir jetzt an mit diesem Spiel? Man kann bei beiden Teams irgendwie verschiedene Faktoren anbringen, Spieler, die nicht gespielt haben, Formkrisen, Ergebniskrisen. Man könnte bei Frankfurt jetzt auch sagen, hey, immerhin haben wir mal wieder gewonnen, jetzt seid doch nicht alle so kritisch. Ja, wie willst du über dieses Spiel sprechen? Ich überlasse es komplett dir. Ja, also erstmal dieser englische Kommentar, den habe ich mir auch reingezogen. Ich fand es krass, dass der Kommentator sich extrem auf Martin Piekenhaken anscheinend fokussiert hat, der ja Onkel ist von Kevin Müller und dann hat er nach diesem Tor dann gesagt, ja, sein Onkel Martin Piekenhaken wird dieses Tor nicht gerne sehen, also das hat mir tatsächlich auch diesen Samstag dann nochmal versüßt, dass ich dann doch recht oft diesen Namen Martin Piekenhaken hörte. Ja, für beide manche, also für Frankfurt ist es natürlich auch so ein Spiel gewesen, was man verlieren kann, auch wenn es die Chancen nicht ganz so hergegeben haben, aber es trotzdem ist auch nicht komplett unverdienbar, dass man da gewonnen hat. Also man hat jetzt auch nicht Chancen wie am Fließband zugelassen, auch wenn man, finde ich, die erste halbe Stunde, 45 Minuten eigentlich kein Stich, wie es man wirklich gesehen hat, also es war schon mit Ball recht ideenlos, also man hat ja wieder mit Tutor auf der Sechs gespielt, was mir auch nicht so gut gefallen hat, weil er ja fast, also war eigentlich fast immer ohne große, ohne großen Nutzen so im Spiellauf war, weil er sich fast immer hinter den beiden Heidenheimer Stürmer dort versteckt hat, eigentlich selten eine Anschlusspätzung geboten hat und dann blieb Frankfurt eigentlich selten mehr als irgendwie langer Ball auf. Ja, Mamouche, schönen Dank. Das war, finde ich, schon schwierig, als dann Skiri dann kam und dann ein Tick früher auch nach Larsson, war es dann deutlich besser im Mittelfeld, hat es dann ein bisschen besser geschafft, dann auch nach vorne zu spielen, aber wenn es wirklich irgendwas Gefährliches war, was man irgendwie erzeugen wollte, ging es dann gerade in der zweiten, da ist er am ehesten noch über einen Kunku, der halt irgendwas Wildes gemacht hat, auch das Tor, erzielte dann ja auch, das war, finde ich, auch schon so der X-Faktor so für Frankfurt in dem Spiel, aber ansonsten war es nach vorne jetzt nicht sonderlich ideenreich, also 68% Passquote gegen einen natürlich schwierigen Gegner, der auch sehr über das Körperliche kommt, ist alles richtig, aber für ein Team, was jetzt sich anschweckt, um die vorderen Plätze da mitzuspielen, war es dann doch recht wenig und uninspiriert irgendwie. Ja, vor allem, finde ich, hatte man das Gefühl bei Eintracht Frankfurt, sie sind immer wieder im Angriffsdrittel aufgetaucht, jetzt gar nicht so häufig, waren auch nur 83 Pässe ins Angriffsdrittel, 81 waren es sogar nur, also zwei weniger noch als Leipzig gegen Bochum und die haben immerhin vier Tore erzielt, also Frankfurt muss da dringend dran arbeiten. Nein, aber man ist immer mal wieder ins Angriffsdrittel gekommen und dann aber war es halt in sich gar nicht schlüssig, was man da probiert hat. also du, dann gab es wieder Flanken auf Mahmoud und Shaibi, okay, kannst du machen, wenn der Außenverteidiger oder der Außenspieler noch mit eingerückt ist, meinetwegen, oder du eine super Strafvon-Besetzung hattest, aber die hatten sie nicht, also es war einfach, hat keinen Sinn ergeben, manchmal haben sie es versucht, es auszuzocken, dann wurde aber nicht richtig nachgerückt, weil sie doch auch Respekt hatten vor Heidenheim, was ja richtig ist, vor Heidenheim solltest du Respekt haben, gerade auswärts, aber nach dem Spiel, das hat Rob Chang bei uns nochmal im Forum gut aufgearbeitet, wir alle wissen ja, dass das ein Prozess ist bei Eintracht von Kutten, wir haben das ja auch erst vorletzte Woche besprochen mit Stefan Reich, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schwierig es ist, das jetzt zu bewerten, weil es natürlich eine große Missstimmung im Umfeld gibt und da war man noch gar nicht ausgeschieden aus der Conference League, jetzt ist man ja sogar noch ausgeschieden und auf der anderen Seite ist es aber auch genauso logisch, dass sich dieses junge Team so schwer tut und zur Wahrheit gehört auch, nur zweimal in seiner Geschichte war Frankfurt besser in der Tabelle am Ende der Saison als Platz 6 gestanden, nee, nicht in den letzten 20 Jahren, so war es genau, war man zweimal 6er, so ist es richtig, seine Geschichte, das ist natürlich Quatsch, habe ich 92 einfach mal vergessen und die ganzen guten Zeiten noch in den 80ern anfangen, aber egal. Und deswegen weiß man, es ist ein Prozess, da muss sich was entwickeln und man weiß auch, das Team braucht auch den Support von außen, weil es ist aus sich selbst heraus noch nicht stark genug, Spiele zu gewinnen, regelmäßig als, jetzt nicht nur dieses Spiel gegen Heidenheim und auf der anderen Seite siehst du aber halt auch, dass es so wenig ist, dass es spielerisch so wenig ist, dass dann irgendwann Mario Götze reinkommt, so wirklich macht es aber gar keinen Unterschied, dann gut, ich meine Koch musste dann verletzt raus, dann kam Skiri, Tutor ist dann die Innenverteidigung, also Verletzungen spielen auch noch eine Rolle, aber wo stehst du denn bei diesem ganzen Prozessthema, was wir so ähnlich, wie wir es bei Gladbach schon ganz häufig hatten, dass man sagt, naja, es ist ja leicht erklärbar, warum das jetzt nicht von jetzt auf gleich geht, auf der anderen Seite versteht man aber natürlich auch jeden Fan, der sich darüber ärgert, wenn man schlecht spielt oder so ein Spiel wird es wie gegen Heidenheim dann doch eher glücklich gewinnt. Dass man jetzt gegen Heidenheim glücklich gewinnt, ist jetzt gar nicht so das große Problem, also die haben die letzten zehn Spiele nur gegen Leverkusen verloren, also die waren auch schon gut mit drauf, also das Problem ist, glaube ich, eigentlich diese Aufbauphase oder die Aufbauphase, die man halt immer hat, dass man es wirklich einfach nicht schafft, konstruktiv, also ich habe einfach beim Schauen nicht gesehen, welchen Plan verfolgt Frankfurt im Aufbauspiel und das war jetzt, also natürlich auch sind jetzt irgendwie lange Bälle so, also Kevin Trapp hat ja wirklich gefühlt jeden Abstoß lang ausgeführt oder gefühlt jeden zweiten, da waren sehr, sehr viele lange Bälle dabei und das sollte ja schon irgendwie zu denken geben, jetzt, wo man ja mit, oder ohne Kalajdzic einfach nicht mehr diese langen Einspielsituationen hat, die man da im Zentrum irgendwie finden kann, Etikette kam dann noch, aber eher auch so dieser Halbrauen, Stürmer so ein bisschen, also auch keiner, der jetzt sich zentral immer einspielen lässt im Zentrum, den Rücken zum Tor und dann irgendwie ablegt oder so, das ist ja, finde ich, immer noch das größte Problem, dass man zwar defensiv eigentlich ganz gut immer steht, also man hat ja trotz alledem recht wenig Gegentore kassiert, aber das halt alles zulasten dieser offensiven Durchschlagskraftheit läuft, das würde mich eher nerven, als dass man vielleicht hier und da mal irgendwie Punkte liegen lässt oder gegen Heidenheim vielleicht nur 2 zu 1 gewinnt, also das Spielrecht ist, glaube ich, eher das, was Sorgen breitet und solange halt trotzdem jetzt solche Siege dabei rausspringen, finde ich, ist das ja eigentlich erst mal okay. Weißt du, was mich geärgert hat, also das mit den langen Abstößen, das war ja lustig, also Trapp hat sich es jedes Mal angeguckt, jedes Mal erst mal den Abstoß ist sich so aufgestellt, dass man ihn kurz ausführt und dann hat er sich es kurz angeguckt und dann hat er gesagt, ah, nee, ich fühle es nicht, Leute, schieb mal bitte alle raus, deswegen hat Heidenheim auch, glaube ich, schon, also das Publikum hat schon ab der 15. Minute die gelbe Karte für ihn gefordert, die er dann auch völlig zu Recht irgendwann für Zeitspiel bekommen hat, aber das war das, was mich am 0 zu 1 so geärgert hat, einfach nur aus neutraler, analytischer Perspektive, diese langen Abschläge, die haben ja nie zu was geführt, dass Väter Zielspieler und so weiter und dafür ist Heidenheim viel zu gut gegen hohe Bälle und wie fällt das 0 zu 1, also dieses Maulwurf 0 zu 1 nach einem langen Abschlag, sie wurden auch noch belohnt dafür, dass sie diesen, und der Ball war weg, Heidenheim hatte ja einen absolut sicheren Ballbesitz und dann kommt halt einfach diese doofe Unebenheit und aus analytischer Sicht dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt sind die auch noch belohnt worden für ihre dummen, langen Abschläge, also ist jetzt ein bisschen übertrieben und so weiter, aber ihr versteht mich schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das war für mich die Pointe dieses Spiels und auf Heidenheimer Seite muss man ja sagen, ohne Maloney und Beste musst du erstmal so ein Spiel hinbekommen, so wichtig wie sie sind. Ich fand auch die Standards gar nicht so viel schlechter als jetzt ohne Beste, also ich kann mich an zwei gute Chancen nach Standards erinnern und vor allem hatte ich das Gefühl, das könnte jetzt das, das Breakout-Game von Marvin Pieringer gewesen sein, weil nicht nur beim Tor, sondern er hatte danach auch noch eine super Chance, Kleindienst auch noch, das waren die beiden großen Chancen aufs 2 zu 2, aber ich fand, der hat richtig gut gespielt, der war sehr gut eingebunden, kam ja in der 54. Minute nach dem 0 zu 2, das war quasi die Reaktion darauf. Also Heidenheim, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Wie haben sie dir gefallen? Ja, auch sehr gut, also dieses 4-1-3-2, was man da in der ersten Halbzeit hatte mit Traurie als Rechtsverteidiger, später dann diesen Doppelwechsel mit Piering ist dann Traurie eins weiter nach hinten gerutscht und da hat man eher klarer noch die Rauter gespielt mit Pick, glaube ich, als Zehner. Das war auch besser, Traurie eins weiter hinten, weil Manu Busch hatte so leicht seine Probleme mit dem Kuckuck, fand ich. Ja, genau, also hätten wir wahrscheinlich alle gehabt, aber selbstredend. Selbstredend, genau. Ja, Pieringer hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, das hat sehr, sehr viel Schwung mitgebracht, das Tor macht er sehr gut, hat dann, wie du schon angesprochen hast, auch noch die Chance auf das Zweite und hat ja dann trotzdem mit seinem Tempo und das war ja wirklich auch einer dieser, also Tim Kleindienst legt ja eher die Bälle ab oder versucht sich irgendwie ein bisschen so durchzukombinieren im Rahmen seiner Möglichkeiten und dieses Asset, was dann einfach Pieringer mitgebracht hat, nämlich auch mal den Ball zu schleppen, ein Stück auch mal zu trippeln, fand ich, war es auch so eine neue Komponente, die jetzt vor allem in der ersten Halbzeit bei Heidenheim oft gefehlt hat und damit hatte Frankfurt auch extreme Probleme, obwohl man halt lange noch irgendwie Tutor da noch im Mittelfeld hatte, der das auch gar nicht so richtig hinbekommen hat, da den Ziernerraum auch gut zu schließen oder den Raum vor der Kette zu schließen und wie du sagst, das könnte schon so ein Breakout-Game gewesen sein, also würde mich jetzt, ich habe jetzt auch nicht so viele Heidenheim-Spiele gesehen diese Saison, aber es würde mich wundern, wenn der jetzt die nächste Woche nicht direkt mal von Beginn an spielt, also. Ja, ich meine, die Problematik ist natürlich, dass sie halt in ihrem normalen System die Flügel so wichtig sind, also dann muss eben Beste und der muss auch quasi mit Anlauf von außen kommen, ob du den in der Raute auf der Acht spielen lassen möchtest, weiß ich gar nicht. Kannst du rein theoretisch machen und dann könntest du quasi Kleindienst neben Piringer stellen. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen so das Problem von Piringer, ein Kleindienst kommt ja nicht vorbei und die Systematik, dass er neben Kleindienst spielen kann, die spielt man eben zu selten. Dann vielleicht bei Heidenheim ist so zumindest jetzt, wäre jetzt so meine schnelle Analyse, aber du hast halt gesehen, was es dem Spiel bringen kann und es gab einen Bereich des Spiels, in dem Heidenheim deutlich überlegen war und das hätte ich so nicht erwartet bei einer Innenverteidigung aus Koch und Pacho und zwar bei den gewonnenen Kopfballduellen. Also generell 27 zu 19 pro Heidenheim, aber 8 zu 5 im gegnerischen Strafraum. Die haben 8 Kopfballduelle im Strafraum von Eintracht Frankfurt gewonnen. Da kamen ja auch die großen Chancen her, wenn man sich das nochmal anguckt. Also das, da war man schon deutlich überlegen. Ich glaube, Till hat es aber nicht ganz so überrascht wie mich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, also wenn ich mir angucke, wer in der Spiel bei Heidenheim MeinKar, Kleindienst und noch weitere, sind das ja auch einfach einige der besten Kopfballspieler in der Liga. Also, dass Heidenheim gerade in der Luft gut ist, ist glaube ich, also ich finde, es hat mich jetzt persönlich nicht überrascht und ich finde genau da müsste es auch gut sein, weil sonst würde es ja auch nicht funktionieren, was die machen in dieser Saison. Ja, das stimmt, aber ich fand Koch und Pacho jetzt auch nicht so schlecht eigentlich bei... Ja, nee, das sind gute Kopfballspieler auf jeden Fall, aber ich finde halt Heidenheim ist, also Heidenheim ist ein bisschen was Union die letzten Jahre gewesen ist, einfach eine der besten Kopfballmannschaften in der Liga, weil die auch, gerade diese Standards, mit denen die viele Tore machen, sind ja auch immer gut vorbereitet. Wahrscheinlich man deshalb jetzt auch ohne Weste, die gefährlich, wenn Sessari tritt, der hat ja auch einen ganz guten Fuß, aber auch einfach, weil die Abläufe und diese Laufwege so gut eintrainiert sind, eingeübt sind, schön freigeblockt wird und die Leute einfach immer in die richtigen Räume reinlaufen, dass ja auch wenn nicht Weste mit seinem sehr feinen Fuß zieht, sondern Sessar mit seinem ähnlich, oder nicht ganz so feinen Fuß, wer weiß, auch trotzdem Gefahr entsteht. Also gerade auch eine große Qualität von Heidenheim einfach und deswegen finde ich, sollte man das auch loben, wenn sie nicht gewinnen, weil das ja einfach sehr gewinnbringend ist und auch wahrscheinlich jedem anderen Team, was im nächsten Jahr mal aufsteigt und so einen Kader hat für Heidenheim und so Möglichkeiten zeigt, dass das so gehen kann in der Bundesliga. Also es hat bei Union funktioniert, es funktioniert jetzt bei Heidenheim und es wird wahrscheinlich auch nochmal funktionieren, wenn sich ein Team, ja also wenn man sich sagt, wir brauchen einfach viele gute Kopfballspieler und wir trainieren gute Standards und wir konzentrieren uns darauf, gerade die Luft zu beherrschen, dann kann man immer Erfolg haben in der Liga. Ja, okay, gut. Also zumindest genug Erfolg, um halt nicht abzusteigen und das ist ja ein großer Erfolg für Heidenheim. Genau und was halt Heidenheim kennzeichnet dann gegenüber Frankfurt, stellst du direkt die Spieler gegenüber, dann können Koch und Paco da auch 50 Prozent der Kopfballduelle gewinnen, aber es sind halt vor allem Koch und Paco und dann vielleicht noch Tuta, sprich Heidenheim hat einfach mehr Kopfballstarke Spieler, weil da war eben dann noch ein Pieringer auf dem Feld neben Kleindienst, Meinker kommt mit nach vorne, Schöpner finde ich halt auch einen guten Kopfball, das sind halt einfach vier und nicht jedes Team hat vier gute Spieler, die man da gegenstellen kann, plus dann wird nochmal jemand freigeblockt bei Standard, das kommt dann noch mit dazu. Ja und auch so Meloni, der hat jetzt vielleicht nicht die beste Kopfballtechnik, aber der hat halt den Körper, wenn der anläuft von der Straubbaumgrenze und auf dich zuspringt, dann gewinnt er trotzdem die meiste Kopfballduelle, einfach weil das auch eine sehr fitte und sehr robuste Mannschaft ist. Ja Meloni ist eigentlich eher, also den kannst du zwischen Heidenheim und Jone austauschen, der spielt bei beiden Stamm, also der ist, von diesem Profil gibt es auch gar nicht so viele in der Bundesliga, der ist richtig gut. Sascha, du wolltest noch was sagen. Genau, was mir jetzt bei Heidenheim nicht so gut gefallen hat, zumindest dann in der Schlussphase, dass man sich so ein bisschen mit Nebensächlichkeiten dann aufgehalten hat, also hier mal irgendwie einen Einwurf nicht bekommen, da mal einen Freistoß nicht bekommen, also hat man sich dann irgendwie zu sehr davon noch so ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen und hat vielleicht auch noch so einen kleinen Faktor gespielt, warum er dann irgendwie am Ende nicht nur noch diesen Lucky Punch hat setzen können. Gut, Tim Kleindienst vergibt jetzt, glaube ich, zum wiederholten Mal wieder so eine gute Chance am Ende. Ist halt bitter, dass ausgerechnet so ein Gesicht dieser Heidenheimer Mannschaft da in der letzten, oder dieser Saison halt nicht immer die glücklichste Figur gemacht hat, so direkt vom Tor und den Schlussphasen, aber das war noch so ein Faktor, den ich aufgeschrieben habe, dass man da eben hier und da so den Fokus da verloren hat am Ende. Ja, interessanter Punkt, weil es nämlich gleichzeitig so war, Sören Storx hat eigentlich ein super Spiel gemacht, also es lag nicht irgendwie so, dass da... War ja auch ein faires Spiel, Also es war jetzt nicht so, dass du jetzt... Genau, aber es gab natürlich halt die, klar, das Zeitspiel von Trapp und so weiter, ich verstehe das total, aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie quasi auch die Spiele sich davon manchmal haben so ein bisschen mitreißen lassen, denen ging dann alles nicht schnell genug, was man verstehen kann, aber auch da. Andererseits hätten das 2 zu 2 gut machen können und dann hätten wir es wahrscheinlich nicht thematisiert. Es war Pech für Heidenheim, aber habe ich in der Saison auch schon 5 Mal gesagt, Minimum im Rasenfunk, man hat sich ja das Punktepolster erarbeitet, dass es ehrlich gesagt komplett egal ist, ob man dieses Spiel gegen Frankfurt gewinnt oder nicht, dürfen die natürlich so nicht sagen, aber 11 Punkte Vorsprung auf dem 1. FC Köln ist ja absolut fantastisch, oder Till? Ja, ich fand das hat man, also ich habe nur die Highlights gesehen, aber ich fand, das haben die da auch angesprochen, die Highlights, dass Müller quasi lachend aus der Kabine wieder rauskam und so darüber lachen konnte, was da passiert ist mit diesem Maureshügel oder mit diesem Platzfehler, was auch immer. Das zeigt ja so ein bisschen die Entspanntheit, die die auch haben, dass er sagt, komm, scheiß raus. Selbst wenn wir heute deshalb verlieren und hat daran gelegen, dann ist es uns auch egal, dann haben wir trotzdem noch eine tolle Saison und es freut mich sehr für die Mannschaft zumindest, die ich sehr sympathisch finde. Diese beiden habe ich jetzt keinen großen Bezug, aber dass die Spieler, die auch lange in der zweiten Liga schon zusammengespielt haben, diese Bundesliga-Saison so erleben dürfen und halt nicht so erleben müssen, wie Darmstadt die gerade erlebt, ja, gönne ich denen auf jeden Fall. Aber schön, dass Müller dort noch gelacht hat. Er hat in der zweiten Halbzeit so eine Szene, wo er dort irgendwie so einen Kopfball von, wie immer, irgendwie so klärt und dann geht er bald gegen den Rücken von Mamouche oder sowas und der Schiri wollte, glaube ich, das Ecke geben oder so und dieser Blick von Müller, könnt ihr euch gerne mal in den Highlights anschauen, also da wurde mir auch ganz anders und ich sah es noch vor dem Fernseher. Aber wirklich. Und, aber man muss noch dazu sagen, dieses 0 zu 1 so ärgerlich ist natürlich für Heidenheim ist, aber was aus neutraler Sicht noch so wunderbar ist, dass da noch so Nebengeschichten dranhängen und zwar zwei Stück. Einmal der Platzwart von Heidenheim, der musste gehen nach dem Aufstieg in die Bundesliga, der natürlich altgediente Platzwart. Danke an Petra für die Info, die sie im Vorum gegeben hat und dann das andere, das hat Eintracht Frankfurt vertwittert. Dino Topmöller hat irgendwann vor der Saison einen Maulwurf aus den Geschäftsräumen von Eintracht Frankfurt befreit und außen im Freien dann wieder ausgesetzt. Das haben sie alles auf Video gebannt und haben gesagt, ja danke lieber Maulwurf, hast eine Zeit gebraucht, bis du dich nach Heidenheim durchgegraben hast. Also, solche Geschichten, meine lieben Freunde. Also, unglaublich. Schreibt nur und ausschließlich der Fußball. Heidenheim, elf Punkte Vorsprung auf Köln, es geht jetzt dann zum FC Augsburg, danach empfingt man zu Hause. Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Europa-Platz auf Hoffenheim. Es sind sechs Punkte Rückstand weiterhin auf Leipzig auf Rang fünf. Eintracht Frankfurt wird jetzt dann zu Hause eben genau gegen jenes Hoffenheim-Spiel. Das heißt, das könnte ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden. Zitat für die Gesamtkonstellation. Sagt man auch nur im Sportjournalismus so schön. Schön war auch das Samstagabend-Topspiel. VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Fünf Tore konnten wir da sehen und zum Teil sehr schön Fußball und zum Teil auch einfach nur Fußball. Was aber unter dem Strich zu sagen ist, ist, dass der VfB dem Druck der Verfolger rund um die Champions League standhält und eben auch gewinnen kann. Girassi trifft zweimal, einmal in der 14. Minute zum 1 zu 0 per Kopfball und dann in der 54. Minute per Strafstoß und das unmittelbar, nachdem Mehle den Ausgleich geschossen hatte. Mehle erzieht das 1 zu 1, verursacht den Strafstoß zum 1 zu 2. So kann es gehen. Dann erhöht Stuttgart, das erste Tor zählt noch nicht wegen Abseits, aber das zweite von Wagnermann in der 77. Minute stellt dann auf 3 zu 1 und wer aber glaubt, dieses Spiel ist dann vorbei, der hat mich mit Lukas Metscher gerechnet, der nach Comeback treffen konnte, verkürzen konnte auf 2 zu 3. Es sollte allerdings der letzte Treffer gewesen sein. Das heißt, Wolfsburg gelingt nicht der Ausgleich und Stuttgart gewinnt. Und die Frage, die einfache Frage ist, wie haben dir beide Teams gefallen, Till? Also das Spiel hat mir auf jeden Fall, war mein Lieblingsspiel von dem Spieltag, würde ich sagen. Aber weil so viel passiert ist, aber auch weil teilweise, ja weil es einfach diese Saison auch viel Spaß macht, Stuttgart zuzuschauen. in jeder Phase, da kann man recht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber auch Wolfsburg durch Mehle ein Tor gemacht hat, was irgendwie gezeigt hat, was geht eigentlich mit der Mannschaft oder was da noch rauskommen könnte, wenn man da entweder den Trainer tauscht oder wenn man mit dem Trainer dazu findet, dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, die spielerische Klasse dieses Skalas ein bisschen mehr auszuspielen. Und deswegen, gerade ich, sehr netten Abend, ich habe es erst gestern Abend geguckt, aber auch wenn ich schon wusste, wie es ausgeht, war es zu keinem Zeitpunkt langweilig und das sagt dann doch schon einiges aus über so ein Spiel. Und ja, das ist so viel dazu und ich musste gerade schon im Heidenheim-Segment an das Spiel denken, weil Sascha meinte, mit Nebensächlichkeiten habe sich Heidenheim aufgehalten und ich finde, das ist so, das was mich bei Wolfsburg wieder stört, weil es nach dem Spiel dann wieder nur um den Schiedsrichter ging, also bei Kovac, bei Schäfer, die ja auch schon in anderen Spielen die Saison damit aufgefallen sind, sich da sehr drauf zu versteifen und ich finde, Maxi Arnold hat dafür so das Richtige gefunden, weil der hat gesagt, dass viele erzählen bringt gar nichts, als er nach dem Spiel gefragt wurde, wie man das jetzt erklären will, weil tatsächlich irgendwie, ja, also höchstens in Dortmund wird noch so viel erzählt wie in Wolfsburg, in keinem Bundesliga-Standort glaube ich, wird in dieser Saison so viel über das war nicht und das hat nicht gepasst und das und das und das, anstatt dass man sich einfach mal auf sich konzentriert und vielleicht die Probleme angeht, die da sind, weil eigentlich hat man ja auch noch die Chance oder hätte man auch noch lange die Chance gehabt oder hat sie immer noch, je nachdem, wie die Teams davor spielen, sich vielleicht doch noch um Europa zu bewerben, wahrscheinlich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber... Du hast so wenig Wolfsburg-Spiele gesehen dieses Jahr, die sollen froh sein, wenn 34. Spieltag abgepfiffen ist. Ja, aber ich meine, also wenn ich mir dieses Tor von Meda angucke, so viele sich da auf dem linken Flügel durchkombinieren und... Ja, das stimmt, das war gut. Also, und ich meine, das ist ja nicht nur Mehle in dem Kader, der sowas kann, auch ein Maillère und auch andere Spieler oder Maillère, ich weiß nicht mehr, wie man es genau ausspricht, da gibt es ja zahlreiche wirklich überragende Fußballer, aus denen man vielleicht auch sowas machen könnte, was man auch Stuttgarts Kader gemacht hat, wenn man da mit einem anderen Ansatz rangehen würde und anders Fußball spielen lassen würde, als Kovac tut. Ja, ich meine, ich habe schon so viel geruntet über Wolfsburg in dieser Saison und das gibt ja auch noch den Wolfsburg-Schwerpunkt. Ich meine, offenbar will man das mit Kovac durchziehen. Ich muss aber auch sagen, also seitdem ich da mal so richtig wütend geworden bin, weil einfach mich das alles so genervt hat, auch eben genau das, was du sagst, immer dieses viele Gerede und dann, ach, die Mannschaft hat sich nicht belohnt, ja, mach es ihnen halt mal ein bisschen einfacher, dass sie sich belohnen, verdammt nochmal. Aber ich finde, seitdem spielt Wolfsburg eigentlich besser und ich finde auch dieses Spiel gegen Stuttgart war ganz gut und klar hatte Stuttgart die Kontrolle und klar hatte Stuttgart auch spielerisch die Dominanz und da kannst du natürlich, wenn du guckst, woher kommen diese Teams und welche Umstände haben die, dann ist das natürlich irre und dann verstehe ich auch jeden Stuttgart-Fan, der da total begeistert von ist und ich meine, die beiden haben ja auch eine Relegationsgeschichte hinter sich, aber wenn ich mir angucke, was ist eigentlich dann an Torchancen entstanden aus dieser Dominanz, aus dieser Kontrolle, dann finde ich, war Wolfsburg da ebenbürtig. Man hatte zwölf zu sieben Schüsse, allerdings nur zwei dieser Torschüsse waren aufs Tor, die waren dann auch beide drin, also da haben wir eine Problematik, aber ich finde, dass man eigentlich relativ stabil war, es gibt halt so viele ungelöste Probleme, also warum darf Gerhard am Spiel nach vorne so wenig teilnehmen, warum muss Paradis oder Paredes, ich weiß immer noch nicht, wie es korrekt ist, defensiv so viel machen, zum Teil in letzter Linie, also klar, ich weiß natürlich, weil es eine Fünferkette gegen eine Viererkette ist, deswegen muss er reinfallen, aber der war ja am aller, aller dankbarsten, dass dieses 1 zu 3 nicht zählt, weil da hat er einfach richtig schwach verteidigt gegen Wagnermann, muss man sagen, das war nicht gut, also es gibt noch offene Felder und die Frage, also eigentlich, wir haben schon mal drüber gesprochen, im Rasenfunk, dass es gar nicht so viel Sinn ergeben hat, sich Kevin Behrens zu kaufen, wenn du Jonas Wind schon im Kader hast und immer nur mit einer Spitze spielst, dann denkt man sich so, ja naja gut, man könnte sich ja ein Zweispitzensystem überlegen, haben sie ja zum Teil auch gespielt, in dem Spiel hast du es wieder genau gesehen, Kevin Behrens beginnt und Jonas Wind, der Einzige, der manchmal so was wie Spielkultur und Torgefahr ausstrahlt, der wird dann erst eingewechselt und das auch noch sehr spät, in der 65. Minute, der muss immer auf dem Feld stehen, das ist doch der einzige Wolfsburger, der gerade eine richtig gute Phase hat, wobei Till es ein bisschen anders sieht, aber du bist natürlich auch Kevin Behrens-Fan der ersten Stunde. Ja, auf jeden Fall, ich würde aber sagen, das Problem ist, was Behrens und Wind Ball gehabt hätten, ist, dass Wolfsburg 85 Prozent der Angriffe über Außen spielt in der ersten Hälfte, aber nicht flankt. Also wenn ich den Fokus habe, über die Fügel zu spielen und Behrens in der Mitte steht und da muss ich doch die Flanken reingeben, machen sie aber nicht, sie drehen sich immer wieder ein, Fernie ist deswegen glaube ich auch zur Pause ausgewechselt worden und Thomas kam rein, weil Kovac das glaube ich nicht gefallen hat, dass Fernie nicht geflankt hat, weil immer wieder geht er den Ball, hat ihn auf dem rechten Fuß, könnte ihn reinbringen, dreht aber lieber nochmal ein und versucht dann durch Drübing zu kommen, was ja auch eine seiner Stärken ist. Vielleicht hat Kovac dann auch den Feitsch dahingestellt, vielleicht ist es auch so, aber wenn ich 85 Prozent der Angriffe über Außen spielt und Kevin Behrens in der Mitte habe, dann muss ich wohl auch mal flanken und das haben sie eigentlich gemacht bis zur Pause und das hätte glaube ich auch Wind, dem Fügel wäre auch Wind erlegen, also auch er wäre glaube ich, also der macht vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Läufen, lässt sich vielleicht nochmal ein bisschen tiefer fallen, holt sich den Ball vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter vorne oder weiter hinten im Spiel und zieht dann vielleicht auch einen der Stuttgarter Verteidiger raus, wahrscheinlich, aber auch er hätte glaube ich Schwierigkeiten gehabt, zu guten Torchancen zu kommen, so wie seine Mitspieler quasi das Ganze aufgezogen haben und deswegen würde ich da sagen, da war man als Stürmer vielleicht auch so ein bisschen die ärmste Sauer in der ersten Hälfte, andererseits gebe ich dir natürlich auch recht, Jonas Wind ist natürlich insgesamt ein Spieler, der mehr mitbringt als Kevin Behrens oder auch der Wolfskoermannschaft im Angriffsspiel mehr geben kann, Behrens kann der Mannschaft glaube ich viel geben, wenn er zusammen mit Wind spielen darf, weil er dann halt mit seinen kurzen Ablagen und das hat er auch in seinem ersten Spiel glaube ich gleich geklappt, da hat er gleich so eine Vorlage gehabt auf die Art und Weise, ja einfach, ja als Wandspieler, der die Bälle abprallen lässt, ganz gut ist, aber ja das ist halt nicht gefragt, wenn Wolfskoermann nicht mit zwei Stürmern spielt und deswegen würde ich auch nichts von Wind einsetzen, aber ich würde dann auch dafür plädieren, dass man vielleicht den Flügelfokus dann auch so ausspielt, dass der Stürmer irgendwie zu Chancen kommen kann und nicht dann die ganze Zeit abgemeldet, weil Waldemar Anton hinterherläuft oder so, ja also die haben schon viel Zeit zusammen verbracht in dem Spiel, genau das hat mich bei Wolfskoermann frustriert in der ersten Hälfte, was mich bei Stuttgart nicht frustriert hat, sondern was ich schön fand, ist, dass man irgendwie in jedem Spiel dann sieht, also dass sie immer genau wissen, in welche Räume welche Spieler gehen, wo gehör ich hin, wo gehör ich hin, wo gehör ich hin, und auch wieder das Tor über den Halbraum und den Hinterlauf von Außenverteidiger Mittelstädt dann herausgespielt haben, das hat mir gut gefallen und ich finde, das kann man nicht oft genug sagen, das ist wirklich einfach eine starke Leistung von Högls, dass er der Mannschaft so genau erklärt hat oder zusammen mit der Mannschaft so ein System entwickelt hat, in dem die Räume so gut aufgeteilt sind und in dem halt auch Spieler wie Führig, die ja teilweise auch ein bisschen frustrierend sein können, weil er ja auch oft gerne selber nochmal dribbelt oder den Schuss sucht oder so, aber halt einfach gut funktionieren können, weil sie genau da spielen, wo halt ihre Stärken zum Vorstand kommen und ihre Schwächen eben weniger und das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum es wirklich einfach immer Spaß macht, in der Saison Spiele mit Stuttgart-Beteiligung zu gucken und was ich bei Stuttgart auch sehr gut fand, ist, dass Wolfsburg ja durchaus versucht hat, sehr hochzupressen und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum man Behrens hat spielen lassen und nicht Wind, weil er gegen den Ball, glaube ich, ein bisschen besser ist als Wind oder zumindest gegen den Ball eine Intensität hat, die ja sein Paket ja auch mit ausmacht, also nicht nur, wenn Wolfsburg die Ball hat, sondern auch, wenn Wolfsburg nicht die Ball hat, ist Behrens ein Spieler, der schon auch was ganz gut kann, aber gegen dieses hohe Pressing haben sich die Stuttgarter immer sehr, sehr sicher und sehr gut rauskombiniert und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ja der Plan von Kovac in der ersten Hälfte nicht ganz so aufgegangen ist, vielleicht hat er auf höhere Ballgewinne gehofft und dann kürzere Weg zum Tor und das geht aber einfach nicht gegen diese Stuttgarter Mannschaft, die mit so viel Selbstvertrauen hinten raus spielt, dass es einfach sehr schwer ist, die ja davor Probleme zu stellen, auch wenn man sie sehr hoch anläuft. Genau und was auch noch eine Zahl war, die haben sie in der Übertragung kurz eingeblendet, die Zeit, die die Mannschaft gebraucht haben, sich den Ball zurück zu erobern, das war glaube ich, am Ende der ersten Hälfte, da hast du sie auch aufgeschrieben, da waren so 22 Sekunden braucht Wolfsburg, um den Ball wieder zu holen, wenn sie ihn verloren haben und sechs Sekunden Stuttgart, das heißt, dass ja das Wurzburger Gegenpressing überhaupt nicht existent war und gar nicht funktioniert hat und ja, ich glaube, da ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht als Kovac ansetzen sollte, könnte, man spielt demnächst wahrscheinlich gegen Mannschaften, die nicht so beisicher sind wie Stuttgart und wenn man dann da vielleicht ein bisschen besser ist, dann kommt man vielleicht auch zu noch mehr Taugelegenheiten, wo man den Ball höher gewinnt, höher im Feld gewinnt und nicht immer ewig braucht, um wieder ranzukommen. Ja, wird nicht passieren. Also ich verstehe total deinen Punkt und du hast recht, aber das sehe ich jetzt schon, ich habe von den 24 Spielen müsste ich 22, vielleicht sogar 23 von Wolfsburg gesehen haben über die ganze Zeit. Auch das Pressing, also klar hat der Stuttgart sehr gut gemacht und da gab es auch so einzelne Szenen, wo sie sich richtig toll durchgespielt haben, aber das Wolfsburger Pressing, das ist auch einfach fünf machen es und der Rest wartet. Also so kannst du halt dann auch und Stuttgart baut ja mit fünf auf, drei plus zwei und dann kommen immer mal wieder noch Wagnermann und Mittelstädt dazu. Also dann ist es sechs gegen fünf im Aufbau. Deswegen klar, da muss ich Stuttgart durchspielen, aber findest du denn, dass Stuttgart aus dem, was man hatte, genügend gemacht hat? Man hatte den Ball, 59 Prozent Ballbesitz, man hat es eben geschafft, immer wieder ins Angriffsdrittel zu kommen, aber man war zum Beispiel nur 14 Mal im gegnerischen Strafraum. Hat dir das genügt, was du gesehen hast vom VfB? Nee, also das war jetzt nicht das beste Spiel von Stuttgart in der Saison, auf keinen Fall. Wobei man sagen muss, sie waren ja schon in der ganzen Saison auch, das hat man ja auch, sie waren schon in der ganzen Saison eine Mannschaft, die nicht so viele Chancen gebraucht hat, um Tore zu schießen. Also vielleicht drehen wir es mal um, das ist schon eine ganze Qualität der Stuttgarter gewesen und auf die konnten sie sich jetzt dann in dem Spiel auch verlassen, dass sie trotzdem wieder drei Tore gemacht haben, obwohl sie nicht so oft im Strafraum gewesen sind. Aber wenn man die Mannschaft entwickeln will, dann wäre das sicherlich noch ein Weg, wo es geht und wo dann vielleicht auch zum Beispiel in Führig einfach seltener dribbeln sollte oder ein bisschen seltener dribbeln sollte und aus der Distanz schließen sollte und vielleicht doch nochmal man versuchen sollte, sich nach vorne durchzuspielen. Also ja, ich glaube da kann Stuttgart auch dran arbeiten, muss Stuttgart auch dran arbeiten, aber da es trotzdem für drei Tore gereicht hat, bin ich geneigt, es ihnen zu verzeihen, dass sie es nicht so oft im Stuttgart geschafft haben. Klar, ich verstehe das auch, ich verstehe auch die Euphorie bei Stuttgart-Fans. Ich möchte nur einmal kurz darauf hingewiesen haben, ihr werdet mich hassen dafür, liebe VfBler, aber es häufen sich durchaus die Spiele in den letzten fünf, sechs Wochen, in denen Stuttgart fast so eine Genügsamkeit hat im eigenen Ballbesitz. Und eben, es sind vor allem Auswärtsspiele, finde ich. Also ich fand das in Darmstadt nicht gut, das Heimspiel gegen Mainz war in der ersten halben Stunde nicht gut, Bochum war definitiv nicht gut, wo man eben einfach, man hat die Kontrolle, alles liegt da, dass man eben so wie in der Hinrunde den Gegner auseinanderfiedelt und man macht es nicht. Und in dem Spiel war es für mich Gerasi, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Er macht einen Kopfball wunderbar rein und er verwandelt den Strafstoß, der noch nicht mal gut geschossen war. Also der hätte Castilles noch fast halten können. Aber insgesamt hatte der VfB, Achtung, es kommt die Thomas-Tuchel-Statistik, ein Expected-Ghost-Wert von 1,14 und 0,78 davon kam ja schon durch den Strafstoß. Also so viele große Chancen, sieben Schüsse nur insgesamt, die man sich herausgespielt hat und das trotz all dieser Kontrolle, trotz all der Dinge, die da sind. Also ich finde, der VfB ist sich manchmal derzeit zu genügsam sich selbst gegenüber und das wird nicht bestraft, weil man immer noch viel, viel besser ist als die meisten Gegner und weil die Gegner auch zuletzt nicht gut waren. Ich meine, man hat jetzt gespielt gegen Mainz, Darmstadt, Köln und Wolfsburg. Das sind vier der spielschwächsten Teams dieser Liga. Und da will ich nur einmal darauf hingewiesen haben, das kann sich jetzt auch noch drehen und es gab auch gute Spiele in den letzten Wochen. Leverkusen, DFB-Pokal, fantastisch und so weiter und so fort. Aber das ist mir in dem Spiel nochmal aufgefallen und so ganz konnte ich nicht nachvollziehen, dass danach auch durchaus fand ich auch in der Übertragung von Sky das so klang, als ob Stuttgart hier eine Champions-League-Leistung abgeliefert hätte. Nee, fand ich nicht. Sie haben gegen ein schlechtes Wolfsburg gewonnen. Fertig. Gut, Sie können es jetzt ja besser machen. Zu Hause gegen den 1. FC Union. Das ist der nächste Gegner für Stuttgart. Sieben Punkte Vorsprung hat man auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang und 17 Punkte Vorsprung hat man auf den ersten Nicht-Europa-Pokal-Rang. Also ich verstehe die Euphorie und so, ich will sie euch nicht nehmen, aber es gehört halt schon mit dazu, das dazu zu sagen. Für den VfL Wolfsburg sieht es natürlich anders aus. 25 Punkte hat man über die Rückrundentabelle, sprechen wir glaube ich, im Schwerpunkt mit Dennis dann nochmal. Man wird es dann in Leverkusen spielen, ob das so viel dankbarer wird. Naja, wir können es ja mal anschauen und den Quervergleich ziehen. Jetzt wollen wir blicken auf das Spiel, was auch diesen Spieltag eingeläutet hat und die Berichterstattung ein bisschen dominiert hat. Lag daran, dass ansonsten nicht so arg viel passiert ist und aber natürlich vor allem daran, dass das Meisterschaftsrennen entschieden scheint. Und woran liegt das? Das liegt am Freitagabendspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern. 37 Schüsse und vier Tore gab es zu sehen. Also aus neutraler Sicht ein ganz fantastisches Spiel, muss man wirklich sagen. Es waren auch wunderschöne Tore mit dabei. Eigentlich alle waren wunderschön. Christian Güntner kann in der 12. Minute eröffnen, nachdem erst Neuer richtig klasse pariert und dann noch ein Fallrückzieher an die Latte klatscht. und dann fällt danach das 1 zu 0. Es war alles so, wie wir es vorher gesehen haben. Und Christian Günther kann, nachdem er endlich jetzt zurück ist, kann zum 1 zu 0 treffen. Mathis Tell gleicht diese Führung aus in der 35. Minute mit einem sehr schönen Schuss. Und dann kommt die zweite Hälfte, in der Bayern dann doch deutlicher überlegen ist und Musiala mit einem mit einem dieser Solos, bei dem man wirklich die Zeitlupe braucht, um zu verstehen, was er da gemacht hat und warum es dann so einfach war, den Ball einfach nur ins lange Eck zu schießen. Er schießt das 2 zu 1 und als man glaubt, okay, jetzt haben es die Bayern gedreht und dann vielleicht auch nicht unverdient, denn die zweite Hälfte war gut, ja, dann kommt der SC und er spielt sich Chance um Chance und Lukas Höhler kann nach einem Einwurf wunderbar das 2 zu 2 erzielen und so verliert eben der FC Bayern Punkte auf Leverkusen, denn dass die gegen Köln gewinnen war jetzt nicht so unwahrscheinlich und ist ja dann auch so eingetreten und der SC wiederum hat endlich mal wieder ein positives Erlebnis gehabt. Also ist jetzt zu drastisch formuliert gegen Lanz war es natürlich auch toll, aber in der Liga, da läuft man schon so ein bisschen den Ergebnissen hinterher. Sascha, auf wen magst du zuerst blicken? Freiburg oder Bayern? Ich überlasse es komplett dir. Dann lass erst mal auf Freiburg blicken. Ja, sehr gerne. Also die Anfangsphase von Freiburg fand ich echt sehr, sehr gut. Also man hat ja die erste halbe Stunde gar nichts zugelassen, also eigentlich bis zum Bayern-Tor so richtig eigentlich gar nichts. Hatte eigentlich sogar noch die Chance auf 2 zu 0 zu gehen, als Günther dort gegen Neuer am einzigen Einzelmal war, wo der Neuer glaube ich so ein Stare-of-Battle haben wollte, aber Günther gar nicht hingeguckt hat. Also auch ganz verrückt. War eben auch wieder diese Galligkeit, die Freiburg da finde ich hat. Also gefühlt jeder zweite Ball und so war es auch bei diesem 1 zu 0, war bei Freiburg. Also man war da auf jeden Fall immer bereit, aktiv nachzuschieben. Hat dann ja auch in so einem 4, 1, 3, 2 wieder verteidigt. Höfler ist das? Ja, Höfler ist der Sechser, genau. Höfler auf der Sechs. Übrigens eine Schande, dass Christian Streich, wenn Musiala auf dem Platz stand, nicht Musilia brachte, den Paderborner. Das ist sehr ärgerlich, aber können wir es leider auch nicht mehr ändern. Genau, mit Höfler auf der Sechs eben finde ich ein sehr, sehr gutes Pressing einfach gehabt. Also Bayern kam überhaupt gar nicht in diese Halbräume rein, hat so immer wieder über Kimmich versucht dort auf den Flügel zu spielen, aber von da aus war dann ja meistens Endstation, was finde ich auch oft daran lag, dass Kimmich zu sehr nach vorn geschoben hat. Also hatte so ein bisschen EM 2016, WM 2018 Vibes mit Kimmich als Rechtsverteidiger, der dann wirklich extrem weit immer vorn stand und eigentlich dann sehr, sehr viel Raum hinter sich halt öffnen lassen. Und Freiburg im Spiel mit Ball hat mir einfach gut gefallen, so diese klare Trennung wie der linke Seite mit Günther und Grifo, die Bälle eher an Fuß gespielt und auf der rechten Seite Dohan in die Räume hinter Guerreiro gespielt. Alles immer im Lauf und Dohan ist auch so ein Spiel, der halt irgendwie immer so eine Idee hat. Hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn er jetzt nicht so viele Chancen hat in der ersten Halbzeit. Aber ich fand schon, dass Frankfurt sich da ein bisschen ärgern muss, dass man da nicht auf 2 zu 0 gestellt hat, weil das wäre, glaube ich, möglich gewesen. Mitunter fand ich es schon, man kam ganz gut so ins zweite Drittel, aber dann war man mitunter zu lässig. Also ich glaube, vor dem 1 zu 1 dann verliert Grifo, glaube ich, irgendwo da den Ball im Mittelfeld oder von einer großen Chance und das haben sie manchmal ein bisschen zu lässig irgendwie ausgespielt. Also da war man sich, Stichwort Stuttgart, auch zu sicher sich irgendwie seiner eigenen, oder vielleicht waren sie auch überrascht, dass man zu viel Zeit und Platz gegen Bayern bekommt, aber das fand ich halt schon im Ballbesitz sehr auffällig in der ersten Halbzeit. Ja, ich weiß nicht, ob man zu lässig war. Ich finde, dass die Umschaltbewegung, die defensive Umschaltbewegung bei Freiburg nicht so stark ist wie sonst und da muss man aber wissen, da kommt Freiburg halt auch von einem extrem hohen Niveau, vielleicht sogar die beste Umschaltbewegung ligaweit und das ist aktuell nicht so. Ich finde, da sind andere Teams gerade besser, die quasi bei Ballverlust dann schneller wieder zurücklaufen. Ich glaube, daher kommt das. Also ich würde nicht sagen, dass es Lässigkeit war, aber wo ich definitiv zustimmen würde, die absolute Dominanz in der ersten halben Stunde bis zur 25. Minute 8 zu 1 Schüsse pro Freiburg. Große, große Chancen. Also das 1 zu 0 fällt ja schon in einer Dreifachchance. Vier Minuten später ist es dann, dass eben Günther allein vor Neusteten eigentlich das 2 zu 0 machen muss und dann ist die Grube so tief, da will ich erst mal sehen, wie der FC Bayern sich da rausgräbt, trotz aller hochtalentierter Schaufelbacke, die man da noch im Team hat. Also ich glaube, das war ein Problem und dann aber auch, fand ich schon interessant, wie Freiburg dann unter Druck geraten ist. Also, dass man das nicht durchziehen kann mit dem hohen Anlaufen, das verstehe ich. Bayern hat ja dann auch wieder seine individuelle Klasse ausgespielt. Gerade Pavlovic hatte immer wieder Szenen, wo er einfach aus dem Pressing heraus super vertikale Bälle gespielt hat und das hat in der zweiten Hälfte viel besser funktioniert als in der ersten und dann wirst du natürlich auch für das hohe Anlaufen bestraft und fällst instinktiv eher ein bisschen zurück. Streich hat dann auch umgestellt auf 4-2-3-1, war ja eher so ein 4-4-2 gegen den Ball. Das hat, ehrlich gesagt, finde ich kaum besser gemacht. Aber, und das ist ja jetzt der entscheidende Punkt, Bayern schießt es 2 zu 1 und du hättest eben das Gefühl, jetzt ist das Ding vorbei, denn Bayern war auch deutlich besser in der zweiten Hälfte, aber Freiburg kommt nochmal zurück. Freiburg spielt sich mehrere Chancen heraus, nicht nur dieses 2 zu 2 und da sind wir jetzt bei einem Henne-Ei-Problem. War vielleicht da auch ein Problem der Bayern, was es dann Freiburg einfacher gemacht hat, dass Thomas Tuchel ab der 83. Minute mit Einwechslung von Upamecano für Missiala im Grunde drauf gesetzt hat, okay, hinten jetzt alle hinten rein und wir haben nicht mehr so wirklich die Entlastungsangriffe nach vorne und deswegen konnte Freiburg auch so eine Druckphase aufbauen. Ja, es hat mich auch gewundert, dass Tuchel dann so defensiv gewechselt hat. Also Freiburg wirkt ja, finde ich schon nach einer Stunde schon irgendwie recht platt. Also man hat ja dann auch nicht mehr so diese, also es hat sich dann so ein bisschen geändert, als dann vor allem Röhl halt kam, der nach vorne, finde ich, gute Momente auch hatte, aber so ein bisschen wirkt es schon, dass Freiburg da so die Luft aktuell ausgeht. Ja, schwierig, gebe ich dir recht, aber was Bayern, finde ich, in der zweiten Halbzeit trotzdem besser gemacht hat, dass man ja, also in der ersten Halbzeit war es eher so, dass dann Pavlovich eher tiefer war und dann Goretzka eher der höhere Part war, zweite Halbzeit dann ein bisschen getauscht, dass dann Goretzka eher mal die Bälle nach vorne getragen hat. Das hat dann schon ein bisschen besser geklappt im Spiel mit Ball. Aber auch da hat man ja trotzdem auch nie das Gefühl gehabt, okay, Bayern dominiert jetzt irgendwie die Partie oder liege ich da komplett falsch? Nee, nee, das stimmt schon. Die Chancen waren halt eher dann pro Bayern verteilt. Aber da sind wir ja eh beim Problem, wenn man auf Bayern blickt. Ja. Spiel zu selten als Team, kann man das so einfach sagen? Wenn man mal nur darauf achtet, wie viele Passoptionen hat jemand, der am Flügel den Ball hat, was ja das ist, was Freiburg wollte. Also sie haben sie auf den Flügel gelassen und da dann versucht zuzugreifen im Pressing. Ist schon einigermaßen ernüchternd gewesen, was er gesehen hat. Ja, das Offensivkonzept wirkt halt, gibt Musiala den Ball, er wird schon irgendwas machen. Oder halt Tell, der auch, finde ich, gute Momente hatte, aber auch nicht so, also hat mir nicht so gut gefallen wie oft als Einwechselspieler, weil da finde ich trotzdem so diese Debatte, die dann teilweise aufgemacht wird, finde ich dann auch aus Trainersicht, kann ich Tuchel irgendwie verstehen, wenn er sagt, okay, ich versuche jetzt erst mit meinem Matchplan A da reinzugehen und im Zweifel habe ich immer noch mit Mattes Tell einen, der immer, wenn ich ihn reingebracht habe, immer irgendeine Idee hatte oder zumindest irgendwelche kreativen Aktionen irgendwie hatte. Dadurch kann ich es irgendwie schon verstehen, dass Tuchel da die letzten Wochen gesagt hat, okay, ich bring den Jungen eher von der Bank, falls es eng wird, habe ich sowieso auf jeden Fall noch einen, der da einen Impact hat. Aber ansonsten gab es jetzt auch Müller, hat sich auch, finde ich, viel zu oft auf dem Flügel irgendwie rumgetrieben, hat irgendwie auch nicht so richtig geklappt, also gar keine Bindung gehabt und Kane, wenn wir ehrlich sind, irgendwie auch nicht. Also bei Tell, ich meine, der hat gespielt, weil Sané sich kurzfristig noch verletzt hat und ich finde aber, dass man in diesem Spiel, ich habe sehr viel Positives über Mattes Tell gelesen, weil er ja auch dieses sehr schöne Tor erzieht und weil er ja in der Offensive auch mutig ist und mal was probiert hat. Ich muss aber sagen, defensiv hat man eindeutig gesehen, warum er bisher nicht Startelf gespielt hat. Der hat Kimmich überhaupt nicht geholfen und Kimmich hat dann natürlich auch manchmal Fehler im Positionieren gemacht, aber mindestens drei der großen Chancen von Freiburg aus diesen ersten 25 Minuten hatten auch damit zu tun, dass Tell irgendwo war, aber nicht auf der starken Seite und du weißt ja, was macht Freiburg? Freiburg spielt über den linken Flügel in den Fuß mit Günther und Grifo. Das heißt, wie viele Menschen solltest du auf dem Flügel haben? Bitte zwei. Und ganz oft war da nur Kimmich und klar, der hat auch kein gutes Spiel gemacht, aber das fand ich einigermaßen interessant, dass das zumindest in der Berichterstattung, die ich gesehen habe, dass da so fast so drüber hinweggegangen wurde, dass Tell ja auch Defensivaufgaben hat, was übrigens ja Sané immer vorgeworfen wird, der viel eher diese Defensivaufgaben übernimmt. Und damit habe ich Till in die Diskussion reingehört. Sehr schön. Ja, also ich finde, du hast recht, was Tells defensive Qualitäten angeht. Andererseits, dass es gerade in dem Spiel nicht so gut geklappt hat. Ich meine, Kimmich ist halt auch einfach, also viele sagen ja, der Rechtsverteidiger ist aber einfach kein Rechtsverteidiger. Also auch immer, wenn er Rechtsverteidiger gespielt hat, hat er jetzt sehr offensiv gespielt. Also er ist auf jeden Fall kein defensiver Rechtsverteidiger. Und ich würde auch im Zweifel schon, dass er überhaupt einer ist. Also ich sehe ihn auch eigentlich schon wieder in der Zentrale. Und das liegt auch daran, dass diese Positionierung halt nicht so richtig funktioniert. Und dann ist es natürlich auch schwierig, den 18-jährigen Tell und ihn auf der gleichen Seite aufzustellen. Vielleicht hätte man dann diese Seiten wechseln sollen oder sich was anderes überlegen. Aber dann kriegt man sich, glaube ich, schon so seine eigene Grube. Und ich glaube, definitiv Tell muss noch an seinen defensiven Qualitäten arbeiten. Da muss er noch besser werden. Aber ich glaube, in einer stabilen Bayern-Mannschaft könnte man ihn jetzt schon sofort als Stammspieler spielen lassen. Weil eine stabile Bayern-Mannschaft würde ich erwarten, dass sie schaffen, so einen Tell abzusichern. Die sind halt nur einfach gerade nicht so stabil. Das ist halt vielleicht das Problem an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, und da wurden jetzt ja auch schon von Tells Seite aus irgendwie, oder es gab schon das Gerüchte, dass er überlegt, ob er überhaupt noch bleiben soll, weil er sich nicht wertgeschätzt fühlt. Und da würde Bayern, glaube ich, einen großen Fehler machen, wenn sie nicht irgendwie gucken, dass sie den irgendwie halten können, weil der sich auch sehr mit dem Verein identifiziert und extra zu Bayern gegangen ist, weil er sich gerade da durchsetzen wollte, obwohl auch andere Möglichkeiten da gewesen wären. Und ja, ich hoffe für die Bayern, dass der nächste Trainer, wann immer er auch kommt, ob es jetzt im Sommer ist oder noch früher, dann einen Weg findet, Tell einen mittelfristigen oder kurzfristigen Weg in die Startelf aufzuzeigen, zu sagen, wenn du das und das machst, dann, und ihm das darzulegen, weil ich glaube, da haben die Bayern einen, den sie in den nächsten Jahren noch ganz gut gebrauchen können. Und ja, ich finde auch, ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, aber ich finde, Pavlovic ist tatsächlich irgendwie die große Positivgeschichte, finde ich irgendwie bei Bayern, gerade in dieser Zeit, weil dieses Leidiger Holding Six Thema hat die Mannschaft lange beschäftigt und Tuchel, glaube ich, auch lange beschäftigt und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es einfach nicht funktioniert am Ende des Tages oder nicht so gut wie es sollte. Und jetzt hat man einen, der in München geboren ist und die Position ganz gut spielen kann und auch, ja nicht nur als Holding Six, sondern auch gerade progressiv im Passspiel wirklich gute Ideen hat und die auch gut umsetzt und ja, vielleicht bei all dem, bei all der schlechten Laune, die gerade rund um den Epsen Bayern her ist und das doch vielleicht auch zwei Personalien, die Hoffnung machen, dass es dann dann auch wieder besser wird in Zukunft. Und dass der neue Trainer auch was vorfindet, auf dem er aufbauen kann und bei Bayern geht es ja auch immer darum, irgendwie mal wieder so eine Ära zu finden, wo dann die Mannschaft zum Kern will und so und wenn man dann so ein paar junge Spieler im Kader hat, die das über längere Zeit vielleicht noch können, dann ist es ja ganz schön. Aber gut, ich will jetzt auch nicht in den Paolo-Scheib zu früh verfallen, nachdem ich vorhin Rokko Reitz rasiert habe. Der weiß vielleicht, also auch der wird noch mal Phasen haben, wo er natürlich nicht so übergangspielt wie gerade. Hatte er ja auch schon. Und ich weiß auch gar nicht, ob man immer über Ära und so weiter sprechen muss bei Bayern, weil das, was man jetzt gesehen hat, die letzten elf Jahre, das ist ja die Ausnahme von der Regel. In der Regel ist es nicht so, dass du eben über fünf, sechs Jahre wirklich dominieren kannst. Aber ich finde schon das interessant, also es ist einfach interessant, sich anzugucken, wie Narrative funktionieren. Und eben da hast du eben dieses Matissell-Narrativ. Und was ich auch, worüber ich auch nachgedacht habe während dieses Spiels, war Alfonso Davis. Da wird jetzt völlig akzeptiert, dass der wahrscheinlich zu Real Madrid wechselt. Und ich kenne auch wirklich einige Journalisten, die sagen, Japp hat ja auch nicht gut gespielt. Aber schaut euch noch mal an, was der macht. Das ist das kanadische Jahrhunderttalent. Der hat, erst spielt Rafa Guerreiro, hoch veranlagt. Der kann im Grunde alles, ist halt nur nicht ganz so schnell wie Davis. Hat kaum gute Aktionen und auch defensiv. Wird er manchmal von Dohan wirklich stehen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt Davis und natürlich hat er Stellungsfehler drin, die er aber immer ausgleicht mit seiner Geschwindigkeit. Aber was der gemacht hat, auch im Spiel nach vorne, dass das einfach so akzeptiert wird, so jemanden dann mutmaßlich gehen zu lassen. Während bei anderen es immer heißt, wenn er jetzt nicht Tell von Anfang an spielen lässt, dann muss Tuche sofort weg. Ich verstehe das manchmal nicht. Also klar hat Davis gerade keine gute Phase gehabt in dieser Saison. Aber wir wissen doch, dass der jung ist. Wir wissen doch, dass das auch dazugehört. Also wenn man eine Ära prägen will und dann aber Davis abgeht, also hau ab. Also was für ein Ährchen soll das denn werden? Ja, ich meinte jetzt auch nicht Ära unbedingt mit Elbphilien und Folge. Ich hoffe, das passiert nie wieder in der Bundesliga. Ich meinte eher, dass man halt so einen Stamm herauskristallisiert und man spricht auch viel über Generationen und so. Und so Goretzka, Kimmich und so sind jetzt zumindest, scheinen sie bei Bayern am Ende zu sein. Oder sie sind auf jeden Fall nicht mehr die Spieler, auf denen man so ein Gerüst von so einer Mannschaft für die nächsten Jahre aufbauen möchte. Und also selbst wenn man es möchte, sie hätten es sich nicht verdient mit der Leistung, die sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren irgendwie geboten haben. Und deswegen, da wollte ich darauf hinaus, dass man doch ein paar Spieler schon wieder im Verein hat, die man auch gar nicht teuer einkaufen muss, sondern die man selber sich gebaut hat oder selber entwickelt hat. Hotel hat man relativ teuer eingekauft, aber Pamela will zumindest nicht. Also dass da in dem Kader auch was ist, was noch wachsen kann, das wollte ich ja eigentlich sagen. Das ist keine Trümmer-Truppe, die der neue Trainer übernimmt. Gott sei Dank. Eben. Und Eric Dyer behält man ja jetzt irgendwie noch ein weiteres Jahr. Ja, da hätte ich auch wieder Fragen. Ach ja. Ich habe mir das Spiel am Samstagmorgen angeguckt und dachte, okay, schön. Und dann hat Eric Dyer dort eine Flank, also glaube ich drei Halbraumflanken geschlagen. Ich dachte, ich bin mal BibelTV aufgrund dieser ganzen Crosses. Den habe ich mir jetzt lange zurechtgelegt, den wollte ich unbedingt noch bringen. Anders als Dyer seine Flanken, die sind nämlich oft nicht zurechtgelegt, sondern einfach, ich habe den Ball die Flanken. Nix. Ja, genau. Also man hat halt irgendwie, und dann sagt er glaube ich, Jonas Hummels noch bei der Zone, macht er ja ganz gut, schon die zweite Gute. Also ganz so weird. Und Bayern hat halt 20 Schüsse abgegeben, sechs davon per Kopf und mir fehlt jetzt kein Kopfball ein, der jetzt Noah Atobolo irgendwie und Überdrängnis gebracht hätte. Also das meinte ich vor mit dem Offensivspiel, das ist halt nach wie vor alles nicht ganz so ausgegoren. Man hat zwar mit Kane einen sehr, sehr guten Kopfballspieler, aber bringt das halt irgendwie alles überhaupt gar nicht in irgendeine vorbereitete Situation, dass man da gut flanken könnte mit Dynamik halt und Strafraum, aber Till hat da sicherlich eine bessere Meinung oder nach einer zusätzlichen Meinung dazu. Nee, ich wollte nur überleiten das Spiel den ja und dann auch schon wieder zu dieser Diskussion über Tuchel und ob er jetzt doch wirklich noch bis zum Ende der Saison bleibt und ob jetzt Lazio schon so ein Endspiel ist, da wird ja wieder viel geschrieben und viel geredet. Und ich stimme auch zu, dass es irgendwie gerade im Offensivspiel gerade total auch an Abläufen mangelt, also an Sachen, die man eigentlich schon einüben könnte oder sollte. Allerdings finde ich aber auch, also der wurde ja auch kritisiert von allen Seiten wieder von Chefkritiker Hamann zum Beispiel für die Harakiri-Aussage, dass man Bayern teilweise gespielt habe, aber das ist ja so, es gab zum Beispiel eine Szene, da wird der Ball verlagert, das war glaube ich vor dem Tor von Höhler, also in der frühen Entstehung, aber man sieht Tuchel wieder wild unten rum springen. Ja, das war ein Einwurf. Beim Einwurf haben sie es nicht geschafft, Ballfern irgendwie auch nur einen Spieler da hinzustellen. Und er zeigt ihn noch schieb rüber, schieb rüber, weil ihm wurde ja auch vorgebrochen, er hätte so teilnahmslos gewirkt, das stimmt ja gar nicht, der war total aktiv an der Seite und das ist ihm auch noch wichtig. Aber er hat sich nicht gefreut, Till, über die Tore, Körpersprache schlecht, blüht nicht. Nein, aber ich meine, er rastet da aus wie Ruppel spielt es hier und die Spieler gucken ihn an und die machen es nicht und das, also, auch da kann man viel, viel diskutieren und vielleicht ist es auch gut, dass Tuchel dann jetzt die Chance nicht noch bekommt, mit dem Team was aufzubauen. Wenn man das in einem Jahr bei Bayern nicht schafft, dann hat man die Chance zwar vertan, aber also, die Spieler machen es ihm auch nicht leicht, sage ich mal, ob sie es mit Absicht machen oder wie auch immer, keine Ahnung, aber die Spieler machen es ihm wirklich nicht leicht und also, eigentlich müssen sich alle in der Mannschaft, aber wirklich die allermeisten auch, müssen vom Verein gefragt werden und sich selbst unterfragen, was da teilweise passiert und warum sie dann halt so Kleinigkeiten, die dann zu großen Sachen werden, nämlich zum Gegentor, halt nicht machen, obwohl sie wirklich gute Fußballer allesamt sind und wirklich auch viel Geld verdienen und Nein, aber ich meine eigentlich den Eigenantrieb haben, also auch den Eigenantrieb haben sollten, auch wenn der Trainer doof ist und auch wenn irgendwie das Kutstück nicht geschmeckt hat, darüber zu verschieben, also wie gesagt, ich finde man muss auch, Tuchel hat vieles falsch gemacht oder hat viele Sachen falsch gemacht, aber es wird ihm auch wirklich nicht leicht gemacht von seiner Mannschaft, da Sachen richtig zu machen, wenn dann solche Dinger nicht passieren. Also gerade dieses zweite Gegentor, weil du sagtest, die Spieler machen es im Trainer erst auch nicht leicht, also ich finde, warum sichert Daya dort hinter, Kim war es glaube ich, der gegen Gregoritsch spielt, also die Einwürfe kann man ja trotzdem recht gut verteidigen, indem man quasi sagt, okay Kim, du schiebst quasi zwischen Höhler und Gregoritsch, falls Ablage, oder dass der Ball überhaupt gar nicht in den Fuß von oder auf die Brust von Gregoritsch gelegt oder geworfen werden kann, auch dass man da wieder so überrascht war, dass da irgendwie Freiburg oh Wunder durch Einwürfe irgendwas kreiert. Man hätte das gedacht, dass er hier weiter Einwürfe macht, das hat man ja auch nur 18 Mal gesehen in dieser Saison, pro Spiel. Da trifft den Ball natürlich dann auch gut, deswegen kann ich verstehen, dass Tuchel dann sagt, okay, das war ein Glückstor, aber wie gesagt, nee Till, ist kein Glückstor gewesen, war Können. Nee, aber ich finde, also der trifft den gut und das ist das Glück, dass der reingeht, aber in der Situation stehen acht Münchner Spieler im Strafraum, sieben oder acht und kein einziger bewegt sich zum Ball. Alle stehen und gucken zu. Yes. Alle stehen und gucken zu. Und genau da hört es dann halt auf mit dem Glück, weil also der fällt ja, dass er ja überhaupt in der Höhe den Ball trifft, liegt daran, dass acht Mann passiv zuschauen und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann ansetzen sollte und auch das Tor diskutieren sollte. Das ist der Grund für das Tor. Also es gab in der Stimmung noch andere Gründe, aber das ist dann der Grund, warum dann der Abschluss zustande kommt und das ist schon wirklich nicht gut, um es mal so zu sagen. Das ist das Grundfazit für dieses Spiel des FC Bayern. Nicht gut. Nicht gut fand ich auch, ich habe aus Gründen nach Sven Jablonski gesucht in sozialen Netzwerken nach diesem Spiel, weil ich eine Kleinigkeit nochmal überprüfen wollte und habe sehr, sehr viel Hass gelesen, weil er in der einen Szene, das sah auch ein bisschen doof aus, als Herr Pavlovic nicht aus dem Weg gegangen, aber liebe Leute, er ist nicht auf den Zupfer von, also an den Faller von Müller gegen Günther reingefallen. Der hat ein absolut super Spiel gemacht. Da muss man sich auch mal ein bisschen im Griff haben. An Jablonski lag es nun wirklich nicht, auch wenn ich schlechte Laune bei Bayern-Fans sehr gut nachvollziehen kann. Denn die ist berechtigt und wer weiß, wie gut die jetzt wird, gegen Lazio gibt es das Heimspiel am Dienstagabend, danach das Heimspiel gegen Mainz 05. Zehn Punkte Rückstand sind es auf Leverkusen und elf Punkte Vorsprung sind es auf den ersten, nicht Champions League Platz. Für den SC Freiburg, der steht jetzt bei 30 Punkten, geht es weiter gegen West Ham zu Hause, bevor man dann in Bochum spielen wird, also auch Freiburg jetzt dann im Europapokal noch unterwegs. Und dann haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und die fand statt am Sonntagabend. Und wie schon letzte Woche schießt Maximilian Bayer die TSG Hoffenheim zum Sieg. Er 1 zu 0 in der 8. Minute, 2 zu 0 in der 44. Minute und eigentlich hat er noch einen Strafstoß herausgeholt. Den sieht aber Matthias Jöllnbeck nicht, anders als sein WER, der ihn sogar noch zum Bildschirm gibt. Ist übrigens schon die zweite Situation diese Saison, in der Matthias Jöllnbeck nach Ansicht der Bilder bei seiner Meinung bleibt. Also er ist einer dieser Schiedsrichter, die sich nicht so gerne überstimmen lassen vom VAA. Bülter sieht in der 73. Minute gelb-rot und nicht nur deshalb wird das nochmal spannend. Auch vorher hatte Werder schon Chancen. Als dann endlich Skelly Alvaro allerdings trifft, in der 91. Minute ist es trotz sieben Minuten Nachspielzeit ein bisschen zu spät. Es passiert nicht mehr so viel und tatsächlich kann Hoffenheim Till dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? Also es war natürlich mal wieder die Maxi-Bayern-Fest-Spiele, die ja ganz relativ häufig stattfinden und also ich bin aus verschiedenen Gründen ein großer Fan von dem. Einerseits, weil er aus Brandenburg kommt und ich bin immer Spieler, die auch hier aus dem Berlin-Brandenburger Raum kommen. Die mag ich immer. Und der hat ja auch über Cottbus den Weg nach Hoffenheim gefunden und ich finde auch interessant, wie viele Spieler über mittlerweile spielen. Cottbus ja sonst wo und auch die Jugendmannschaften sind nicht mehr so erfolgreich wie früher, aber Maxi Philipp, mit Kleindienst, mit Bayer sind einige Spieler, die da mal spielten, mittlerweile in der Bundesliga angekommen, also auch ganz gute Arbeit wurde da geleistet und der war glaube ich auch der entscheidende Mann in dem Spiel. Der hat Hoffenheim die Möglichkeit gegeben, in die Tiefe zu spielen, so wie sie es getan haben durch seinen Tempo und durch seine Läufe. Der ist ja auch wirklich sehr unermüdlich und geht immer wieder den Weg, auch wenn er die Ball mal nicht kriegt. und der hat aber auch einfach so einen guten ersten Kontakt, also beim Abschluss, dass er auch so ein Tor machen kann, wie nach der Ecke. Also das war glaube ich für mich so, ja, der Spieler, der dazu geführt hat oder darüber entschieden hat, dass Hoffenheim das Spiel dann gewonnen hat, allerdings aber auch, weil sie gegen eine Bremer Mannschaft gespielt haben, die mir gestern wirklich nicht gefallen hat, irgendwie Schwierigkeiten hatte, in die Zweikämpfe zu kommen, häufig relativ weit wegstanden und auch mit Bay irgendwie die Idee vermissen hat lassen, wie sie denn sich konstant Chancen erspielen möchte und gerade gegen der Hoffenheim war eine Mannschaft, die ja schon wieder ein Gegentor kriegt, obwohl das gar nicht nötig ist, also die defensiv so instabil ist wie Hoffenheim in dieser Saison, ja, fand ich das ein bisschen enttäuschend von Bremen. Ja, aber ob es jetzt so überraschend ist, ist die andere Frage, aber es war, hat mich nicht überzeugt. Aber würdest du auch so über Werder sprechen, wenn Dux seine Kopfballchance verwandelt oder nicht den Pfosten trifft, sondern den Innenpfosten ins Tor oder Agou viel früher das 1 zu 2 macht? Also es gab ja schon eine nennenswerte Zahl von großen Chancen für Werder. Ja, allerdings fand ich, dass die, also die von Dux war in der Phase irgendwie so die einzige Aktion eigentlich von Bremen und die kam auch relativ überraschend oder so aus dem Licht so ein bisschen, macht er auch ganz gut, aber also ich fand nicht, dass das Ergebnis war von einem spielerischen Ansatz, der irgendwie funktioniert hätte oder von der Idee, wie Bremen ein Tor machen will, und ja, in der zweiten Hälfte ist dann bei Agou und ich glaube auch noch ein anderer Spieler von ihm auch noch eine sehr klare Chance, war das Spiel ziemlich offen, aber das lag dann meiner Meinung noch auf mehr an der Heimer Defensivschwäche als an der Bremer Offensivstärke, weshalb ich insgesamt sagen will, das war kein gutes Spiel von Bremen. Sascha, du hast es ja glaube ich auch gesehen, ne? Ja, genau, man hatte schon ganz schön krasse Defensivprobleme, also man läuft ja auf der letzten Rille bei Bremen defensiv, allein dass dann irgendwie Christian Groß dort Innenverteidiger immer noch spielen muss, auch zentral, das hat man schon gesehen, dass man da auch mit Anthony Jung, der jetzt auch nicht der Allerschnellste ist, Malatini muss da schon sehr viel ausgleichen, ist man dann aber, gerade wenn die Angriffe über die rechte Hoffenheimer Seite gegangen sind, zu oft mit rüber geschoben, also genau so entstehen ja oft dann auch die ganzen Chancen, gerade in der zweiten Halbzeit dann von Bayer, wo er dann auch am zweiten Pfosten dann irgendwie noch dort zum Abschluss kommt, weil Malatini zu weit rüber geschoben ist oder musste halt, das war schon echt ein Problem und man hat es ja auch nicht geschafft, so den Wirkungskreis von, wie heißt er, Krillic einzudämmen. Der, finde ich, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, also das, finde ich, sieht man ja trotzdem mal bei Hoffenheim, ich habe mich ja schon nach deinen zahlreichen Rants in dieser Saison auf Hoffenheim oder in den letzten Jahren schon aufs Schlimmste eingestellt, aber ich fand das eigentlich ein recht gefälliges Spiel von denen, also und wenn halt immer Gregoritsch halt gut drauf ist, dann, Gregoritsch ja schon, Grillic natürlich, gut drauf ist, dann ist die ganze Mannschaft auch deutlich besser drauf, finde ich, weil er hat es immer trotzdem geschafft, so von dieser zentralen Innenverteidigerposition und dem Sechser zu pendeln und gerade in der zweiten Halbzeit, wenn er es halt geschafft hat, weiter nach vorne zu schieben, dann war man auch im Ballbesitz deutlich dominanter und hat dann auch wirklich sehr gefährliche Konter gefahren, finde ich. Genau, das ist ja auch das, wo Hoffenheim gut ist. Also ja, Hoffenheim ist definitiv spielerisch am aufsteigenden Ast, jetzt die letzten Spiele, nicht nur, weil man jetzt gewonnen hat, aber das, was Hoffenheim eben gut kann, ist, die Tiefe zu attackieren und wenn dann eben ein Gegner kommt, der so wie Werder in dieser Szene vor dem 0 zu 2 extrem hoch presst, aber keinen Zugriff bekommt und dann Grilic die Möglichkeit gibt, Bebou tief zu schicken, sie können ja zwei Spieler tief schicken, entweder Bayer oder Bebou und das hat Hoffenheim sehr, sehr gut gemacht in diesem Spiel und dann ist natürlich auch die Art und Weise, wie Bayer seine Chancen nutzt, wie Bebou auch flankt, ich finde, Bebou hat gute Flanken geschlagen in diesem Spiel, also es gab ja eine fast identische noch vor dem 2 zu 0, die auch schon so flach und an den zweiten Pfosten, da kam dann nur eben keiner mehr heran, das machen sie sehr gut, aber schaust dir nochmal gegen tiefstehende Gegner an, da hat Hoffenheim immer noch seine Probleme, ich glaube, Werder Bremen hat ganz gut zu dem gepasst, was Hoffenheim gut kann, nämlich eben einen Gegner, der sich locken lässt, weil das eben auch in der ganzen Spielanlage drin steht, eben hochzupressen, den dann einfach tief zu wischen, immer wieder Bälle hinter die Ketten, sie hatten so viele Pässe hinter die Kette, sie hatten auch gute Abschlüsse, Hoffenheim hatte endlich mal eine gute Anfangsphase, es gab so viele Spiele diese Saison, Sascha, in denen die so schlecht waren zu Beginn des Spiels und dann irgendwann besser wurden und deswegen dann noch unentschieden gespielt haben und es war immer in Anführungszeichen verdient, um mal das aufzugreifen, was Till vorhin so gelobt hat, wenn man über das Verdienensein von Punktgewinnen spricht, aber das ist, ja, also das hat auch sehr gut aufeinander gepasst. Till. Ja, gerade diese Grinitsch-Sache ist irgendwie, aber ja auch nichts Neues, also es ist ja nicht unbekannt, dass der mit seinen, gerade in Bremen sollte es nicht unbekannt sein, weil da hat er ja auch seine ersten Schritte im deutschen Probefußball gemacht, dass er gerade aus der Innenverteidigerposition, wenn er sich fallen lässt, aber auch von der Sechse und mit seinen Bällen in Richtung halt von so einem schnellen Bayer und auch so einem schnellen Debu halt für Gefahr sorgen kann, das ist jetzt auch kein besonders ausgeklügeltes, ja, also es ist ja schon irgendwie klar, was da passiert dann und ich finde, da hat Bremen dann den Fehler gemacht, ihn nicht ordentlich anzupressen oder anzulaufen oder zu selten geschafft, diese Bälle zu verhindern, die er da rausgespielt hat und ich habe ja mit dem Ball schon kritisiert, was Bremen da gemacht hat, aber auch gegen den Ball war das dann nicht so ausgegoren oder zumindest nicht der richtige Plan für Hoffenheim dann. Man kritisiert so auf die Chance, diesen Pass zu spielen, weil der ist jetzt auch nicht der allerschnellste Spieler, das heißt, also er braucht schon auch zwei, drei Meter Platz, um diese Bälle zu spielen, so er ist jetzt auch nicht der, der sich dann rausdreht, wenn ihn drei anlaufen und er kriegt sehr, sehr wenig Druck und vielleicht sollte Bremen da für das nächste Spiel gegen Hoffenheim ansetzen. Ja, ich meine, die meiste Zeit ist ja Werder gar nicht so hoch angelaufen und weil du ja auch in Unterzahl bist, sie spielen ja 5-3-2 eher gegen den Ball und um Gleichzahl anzulaufen, müssen sie im 5-2-3 anlaufen, das heißt, irgendjemand muss nach vorne ziehen und dann müssen sie durchschieben, weil ja dann Hoffenheim auch auf Baumann noch mitgibt und dann müssen sie quasi so diagonal anlaufen und das haben sie ja gar nicht so oft gemacht, halt die 0-2-Szene ist halt sehr plakativ. Was ich aber auch nicht verstanden habe, war, warum man sich im Anlaufen nicht committet, wie man heutzutage sagt, also dass einer, also wollte Marder oder Duxch immer Grilic aus dem Spiel nehmen und der andere dann plus eins den anderen Innenverteidiger und wenn Brooks und Kabak, wenn die jetzt in sich auf einmal den Spieler entdecken, der diese langen Bälle auch schlagen kann, ja, so be it, dann wirst du eben von Brooks und Kabak auseinandergespielt. Ich habe es aber noch nicht so oft in deren Karriere gesehen, dass ich gesagt hätte, dieses Risiko wäre es nicht wert gewesen, es zu gehen, aber trotzdem, trotzdem bleibe ich dabei, Werder hatte auch gute Chancen. Ich finde, das war auch deswegen ein gut anzusehendes Spiel, weil es eben in beide Richtungen ging. Es hätte auch noch einen Strafstoß für Werder geben können, also das war erst die Szene von Malatini an Bayer, wo ich an eure Reaktion schon gesehen habe, müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Das war wohl dann euer Strafstoß. Dann gab es Gelb-Rot gegen Böter, das war zu Recht so gegeben, da hat Böter sich unklug verhalten und dann gab es aber auch noch keinen Strafstoß als Grilic-Kovnarski im Strafraum trifft. Also sprich, Werder hatte viele Möglichkeiten, hier ins Spiel früher zurückzukommen als in der 91. Minute, also war es vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, und ich glaube auch, also wenn das Spiel nach fünf Minuten, zehn Minuten weitergeht, dann trifft Bremen das glaube ich noch zum 2 zu 2, so wie man Hoffenheim halt auch kennt in der normalen Saison. Ich weiß auch gar nicht so diese Rolle wieder von Böter auf links. Linker Winbeck hat ja jetzt schon die Saison recht oft gespielt. Ich weiß nicht, ob Hoffenheim das einfach keinen anderen hat, außer Skow, der eigentlich auch nicht da hingehört. Aber ja, schon sehr kurios, dass so ein Spieler auf so einer Position spielt bei so einem Verein. Ja, naja, guter Punkt, die Außenverteidiger bei Hoffenheim, wie oft wir darüber schon gesprochen haben. Ja, rechts ging es ja mit Kader Schabek ging es ja rechts, aber hinten links ist Böter einfach nicht der Spieler, der hingehört, finde ich. Genau. An der Stelle verabschieden wir Till. Till, lieben Dank dir, deine Awards reichen wir noch nach. Und wir machen jetzt noch diesen Spieltag fertig, Sascha, mit einem Funfact noch, auf den mich Dirk hingewiesen hat im Forum. Vielen Dank dafür, mitmachen.rasen.de, wieder toller Input. Denn Werder hat jetzt in der dritten Bundesliga-Saison in Folge exakt 30 Punkte nach 24 Spieltagen. 2020, 21 war man damit Tabellenzwölfter mit einer Tordifferenz von minus 4 und ist dann noch abgestiegen. Das habt ihr alle noch vor Augen. Letzte Saison war man Platz 11 mit einer Tordifferenz von minus 9 und es gab noch sechs Punkte und so ist man dann in der Liga geblieben. Und diese Saison ist man Rang 8 mit 30 Punkten, sagt einiges über das Mittelfeld in dieser Liga aus, haben wir ja auch schon letzte Woche thematisiert. Also schauen wir mal, wo Bremen rauskommt. Es wird unter anderem entschieden jetzt im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Drei Punkte Rückstand hat man auf Rang 7, sieben Punkte Rückstand auf Rang 6 und für die TSG aus Hoffenheim geht es jetzt dann ins Wichtige. Direkte Duell mit Eintracht Frankfurt, Hoffenheim ist nämlich Siebter und Eintracht Frankfurt ist Sechster mit 37 Punkten, also vier Punkten mehr als Hoffenheim. Und damit haben wir zwei jetzt nur noch unsere Awards noch zu vergeben. Wir wollen vergeben MVP, Unsung Hero und unser Moment des Spieltags. Die von Till werden nachgereicht, die könnt ihr dann in den Shownotes lesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sascha, wen würdest du gerne zu deinem MVP machen? Na gut, da ich jetzt schon mal hier bin, muss ich ja quasi den MVK nehmen, also den besten Tor oder des Spieltags, natürlich, wäre ich tatsächlich bei Moritz Nikolas, weil das ist immer vorhin auch ein bisschen so drüber gegangen in diesem Mainz gegen Gladbach Spiel, dass Nikolas ja vor allem gerade in der Anfangsphase, in der ersten Halbzeit gegen Wittmar einmal sehr, sehr gut gehalten hat, super abgetaucht und dann noch diese Ecke kurze Zeit später auch noch sehr gut pariert hat mit Hilfe der Latte dort. Deswegen Moritz Nikolas wäre mein bester Torhüter. Wenn ich einen Spieler nehmen würde, dann wäre es für mich tatsächlich Vargas von Augsburg, der wirklich immer dafür gesorgt hat, dass immer irgendwas los war im Zwischenlinienraum von Darmstadt. Ich schreibe jetzt Vargas auch noch auf. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass ich noch nicht den MVP von Till kenne. Ich weiß noch nicht, ob er Maximilian Bayer genommen hat, ja oder nein. Dementsprechend hätte ich ihn genommen oder nicht. Ich möchte aber doch Cero Gerasi dann nominieren, weil ich eben finde, er war der Grund dafür, dass der VfB in einem für mich nicht ganz so überzeugenden Spiel dann doch noch gewonnen hat und ja nachziehen konnte. Also das darf man glaube ich nicht vergessen. Leipzig gewonnen, Dortmund gewonnen, egal wie, beide haben gewonnen. Das heißt, da war schon Druck drauf auf diesem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Deswegen kommt daher vielleicht auch die Euphorie, die berechtigt ist. Denn mit Cero Gerasi hat man, Achtung, das ist jetzt ein Hot Take, einen sehr guten Stürmer. Ihr habt es zuerst gehört, ja. Genau, ihr habt es zuerst gehört, am 24. Spieltag, nachdem er irgendwie schon 22 Tore gemacht hat. Ungefähr, müsste ich nochmal genau nachgucken, 20. glaube ich. Wer ist dein Unsung Hero, Sascha? Auch wieder Finn Dahmen wäre es tatsächlich, der Unsung Hero, weil er einfach zu Null jetzt endlich mal gespielt hat und ich weiß gar nicht, ob es jetzt vom Feldspielern her so Unsung wäre, dann wäre es ein Kunku, aber der hat auch eh gute Chancen gehabt, deswegen ist er gar nicht so unbesungen, haben wir vorhin schon gut besprochen. Deswegen Finn Dahmen ist meine Wahl. Dahmen Wahl. Ja, sehr gut. Den musstest du machen. Den lassen wir nicht liegen, ja. Herzliche Grüße auch an den sehr guten Hertha BSC Podcast Dahmen Wahl. Ich nehme einen Spieler, er wurde besungen, auch bei uns kurz, aber ich finde dann doch zu kurz, denn du musstest es erstmal schaffen, gegen den FC Bayern den Sechserraum quasi alleine zuzumachen und das hat Niklas Höfler gemacht. Er hat auch im Aufbau gar keine so unwichtige Rolle. Relativ häufig bekommt Niklas Höfler da hinter der ersten Pressinglinie den Ball, und macht das, finde ich, sehr ordentlich und ich finde auch besser als in der Vergangenheit, deswegen Niklas Höfler mein Unsung Hero. Und jetzt darfst du dich aus einem ganzen bunten Bouquet an Momenten für den Moment des Spieltags entscheiden. Das ist echt schwierig. Ich hatte eine ganze Reihe. Was möchtest du nehmen, Sascha? Also naheliegend wäre natürlich dieser Kult-Maulwurf, den habe ich aber keine Lust drauf. Der Kultwurf. Genau. Also diese Szene Anti-Lute gegen Xavi Simmonds würde ich eigentlich mit reinnehmen, ganz gerne. Ja, weil besser kannst du in so ein Spiel eigentlich gar nicht rein starten so bei deinem Comeback nach irgendwie einigen Jahren. Aber eben auch der vorhin angesprochene aggressive Blick von Kevin Müller auf den Schiedsrichter hat mir auch sehr viel gegeben tatsächlich. Aber ja, weil es auch technisch, taktisch einfach sehr gut war, bleibe ich bei Anti-Lute gegen Xavi. Das heißt, du hast jetzt wirklich drei Torhüter-Szenen genommen hier bei den Nervos. Was denn sonst? Das finde ich einfach so fantastisch. Was denn sonst? Das finde ich wirklich gut. Okay, was nehme ich jetzt als meine Szene Spieltags? Nee, ich glaube, ich bleibe bei dem, was mir so direkt ins Auge gesprungen ist und was eben nicht so offensichtlich ist wie so viele andere Sachen. Also man könnte jetzt Tore nehmen, Freiburg gegen Bayern und natürlich die Maulwurf-Szene und aber für mich war es tatsächlich der Baby-Jubel von Wittek gegen Leipzig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das ist aber jetzt, das ist aber kreativ, dass er sich einen Ball unter das Trikot gesteckt hat, um anzuzeigen, dass seine Frau oder seine Partnerin schwanger ist. Nein, was ich daran so toll fand, war, wie smooth das war. Er läuft zur Bank, er zeigt, ich brauche einen Ball, ich brauche einen Ball. Der Ball wird ihm zugeworfen und er schafft es im Laufen, diesen Ball unter sein Trikot zu stecken. Ey, probiert das mal, das zu hinbekommen, wenn er auf einen Ball zurennt. Absolut fantastisch und deswegen mein Moment des Spieltags. Also zweimal Bochum gegen Leipzig sozusagen. Zweimal Bochum gegen Leipzig, damit haben wir alle gerechnet, als wir diese Sendung begonnen haben, vor fast drei Stunden. Mensch Sascha, das war schön mit dir, schön, dass du mal im Rasenfunk warst, dass wir nicht nur im Rasenfunk Royal über die Torhüter gesprochen haben, auch wenn ich mich darauf schon wieder sehr freue, was ich sage. Das war toll, das war schön, ja. Ich musste mir ein bisschen auf die Zunge beißen in dieser Folge nicht immer mal wieder so Nachfragen zu stellen zu eben Damen, Nikolas, wie sich Nübel weiterentwickelt hat und so. Das machen wir nach der Saison hoffentlich nochmal. Und man kann ja auch die Keeper-Analyse hören, was ich sehr empfehlen möchte. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du hier im Rasenfunk warst. Ja, danke Max für die Einladung und wer jetzt nach diesen drei Stunden noch Bock hat, einfach Keeper-Analyse hören, wird heute im Laufe des Tages dann noch direkt aufgenommen. Ich habe heute einen schönen Podcast-Aufnahmetag vor mir und am Freitag kommt auch ein Keeper-Analyse-Podcast, wer sich für den irischen Fußball interessiert, ein Interview mit einem Torhüter von den Jamrock Rovers, ein deutscher Torhüter, der dort in Irland sein Life lebt und ja, mal sehen, kommt danach von Donnerstag auf Freitag irgendwann raus. Ach, stark. Sascha, das ist richtig, richtig gut. Und irgendwann müssen wir auch mal drüber sprechen, warum Merle Frohms aktuell immer faustet und Bälle nicht mehr fängt. Dazu kann ich auch, glaube ich, also ich hatte auf jeden Fall auch einmal Almut Schulz zu Gast im Podcast, glaube ich im Oktober oder so, müsst ihr mal nachschauen und die hat auch darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Torwart-Trainer-Schulen gibt, in denen einige sagen, hey, wenn du dir nicht zu tausendprozentig sicher bist, dann fang den Ball gar nicht, lenk ihn immer zur Seite und andere sagen, hey, versuch den Ball immer zu fangen, sieht es dann wahrscheinlich dann auch wie bei Peter Kulaschi, wo wir wieder bei Buchung gegen Leipzig wären. Ja, ja, guter Punkt, Normale Frohms hat es mal anders gemacht, aber ich kriege es noch nicht so ganz umrissen, aber es ist jetzt ein ganz anderes Thema, ich will jetzt eigentlich gar nicht hier einen neuen Podcast begeben. Also danke dir, lieber Sascha, hört alle die Keeper-Analyse da draußen, man lernt extrem viel, also dass ich inzwischen bei Neuer, beim Gegentor, das Erste, worauf ich drauf achte, ist, hat er wieder seine Hände so nach hinten geschwungen und ist er deswegen vielleicht nicht mehr ins lange Eck gekommen und dann sehe ich, nein, daran lag es diesmal nicht, er hat es nicht gemacht und darauf gucke ich nur wegen dir, Sascha, das hätte ich doch im Leben vorher nicht gesehen, dass er immer so viel zu sehr, also bei diesem Strafstoß, den er dann ja nicht gehalten hat, wenn er ihn gehalten hätte, wäre er wiederholt worden, weil er vor der Linie stand, aber gegen Bochum war das, Alter, Gottlos, das war nichts. Naja, also hört die Keeper-Analyse und hört weiter den Rasenfunk, folgt Till Oppermann auf Twitter und allen sozialen Netzwerken, die ich verlinke von ihm, danke auch noch mal in Abwesenheit, lieber Till, für deine Zeit und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit, nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und ihr seht ja, was wir damit alles machen, also es ist jetzt jüngst eine Folge erschienen eben zur Nationalmannschaft der Frauen und ihrer erfolgreichen Olympia-Qualifikation und in dieser Woche werden ja auch noch zwei Sendungen kommen zu Wolfsburg zum internationalen Männerfußball, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk, macht's gut, ciao. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst, Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser. Imp��요. Also, üm über O